Die Frau muss über die Reife sein. Ansonsten lass die Finger weg, weil du verführst dieses Mädchen oder dieses Kind zur Sünde. Bruder, das kannst du nicht rechtfertigen, dass das normal ist. Bitte. Wusste Allah nicht, dass das eine sechsjährige ist? Wusste Allah nicht, dass sie neun Jahre alt war, mit neun die Ehe vollzogen hat mit ihm? Bruder, das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Bruder, du kannst mir nicht sagen, dass... Das kläre ich, und deswegen kläre ich darüber auf, weil das krank ist. Das ist krank. Ja, aber man sagt ja, wie soll ich das erklären? Man sagt, man macht Sachen, wie auch im Christentum, es sind Sachen vorgefallen, wie du sagst, bist du Christ, hast du gesagt, ja, ne? Ich bin Christ, ja. Wie man sagt, wie können Leute seinen eigenen... Ihr glaubt ja, dass Jesus gesteinigt worden ist, also gekreuzigt worden ist. Verstehst du, was ich meine? Was meinst du, Bruder? Also Jesus wurde gekreuzigt. Aber ganz kurz, was hat jetzt die Kreuzigung mit einer Neunjährige zu tun? Wir sprechen gerade vom Thema, wie wir in Schweizer ab? Weil, was ich will, ich will, ich will, was zu sagen. Weil, ihr sagt ja, Jesus wurde gekreuzigt, oder? Das war ja... Weißt du, aber weißt du, aber weißt du, aber weißt du. Ja, natürlich, ich will, 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 ich will. Also, Jesus ist gekreuzigt worden, so sagt ihr, so gut, also sagen die Christen. So, aber in unserer Glauben ist das, also in unserer Religion ist das, das war ja vor, keine Ahnung wie lange das her ist schon, vor, keine Ahnung, das ist lange her, auch mit unserem Propheten Mohammed. Das war passiert. Verstehst du, das ist lange passiert. Jetzt unsere Gedanken, wie dein Gedanken, unsere Gedanken, würden wir nie anlauben, würden wir nie sagen, ey, wir geben unsere Tochter mit neun Jahren. Verstehst du, ich meine, ist normal, das ist jetzt unser Gedanke. Aber was vor, früher war, das war anders, früher gab es kein Internet, wie man sagt, früher gab es gar nichts. Aber jetzt, verstehst du, das ist, früher was war, ist wahr, ist passiert. Kann man nicht rückgängig machen. Okay, ich finde das gut, dass du das gerade sagst, ja, ich gebe jetzt gleich auch weiter an Mensa, ich möchte, dass Mensa das sagt, weil ich, 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 ich habe das schon so oft gesagt und ich merke, ähm, irgendwann mal muss ich mal ein bisschen relaxen, deswegen ist auch Mensa da, dass er mich ein bisschen unterstützt. Ähm, bezüglich der Grund, warum Jesus Christus gekommen ist, ja, laut, ähm, 1. Johannes, äh, Kapitel 5, 20, er ist gekommen, dass wir ihn erkennen. Aber es gibt einen Grund, warum er gekommen ist, weil er genau wusste, egal was wir tun, wir werden immer weiterhin sündigen. Und jetzt übergebe ich an Mensa, Mensa auch, jetzt kann Mensa auch weiterreden und, ähm, das auch zu Ende bringen, was ich sagen will. Weil ich sage das so oft, ich denke, Mensa kann es zu Ende führen. Ja, Bruder, also, guck mal, ähm, wer ist das nochmal? Ken Levint, ne, Ken Levint oder so? Ja, genau. Ken Levint, genau. Genau, auf jeden Fall in der Bibel, im Buch Jesaja sagt Gott, ähm, er allein ist der Retter, ne, außerdem gibt es gar keinen Retter, ne, und das Problem ist, die Menschheit ist, äh, ist zugrunde gegangen. Also, wir sind voller Sünde und wir können vor Gott nicht bestehen. Und weil es keinen anderen Retter gibt, ne, ist Gott selber der Retter, ist er in diese Welt hineingekommen, ja, damit er sein Gesetz erfüllt, weil kein Mensch kann Gottes Gesetz erfüllen, außer er selbst, Gott hat das Gesetz erfüllt. Ja, Jesus, der Name bedeutet ja auch, Jachwe rettet, Jachwe ist ja Gott, ne, also Jesus ist gekommen, um zu retten, indem er Gottes Gesetz erfüllt hat. Und dann hat er sein Leben geopfert, für uns, an unserer Stelle, weil normalerweise müssen wir sterben, weil wir Gottes Gesetze gebrochen haben. Aber Jesus hat sich geopfert, ja, und sein Opfer wurde angenommen von Gott und deswegen ist er auch am dritten Tag wieder von den Toten auferstanden, ja, damit wir, die an den Glauben Sicherheit haben, dass auch wir später auferstehen werden von den Toten. Verstehst du? Also, das heißt, Jesus ist der einzige Retter, den wir haben und deswegen ist er gekommen, als Mensch gelebt. Hat sich kreuzigen lassen, ja, er hätte das verändern können, aber aus Liebe zu uns, aus Liebe zu dir, aus Liebe zu mir, aus Liebe zu Flex und aus Liebe zu allen anderen hier, hat er sich freiwillig geopfert. Er meinte, keiner nimmt sein Leben, sondern er gibt es freiwillig hin, ja, und das hat er getan. Und dann ist er am dritten Tag von den Toten auferstanden und jetzt sitzt er zu Rechten Gottes und regiert über die ganze Welt. Okay, guck mal, und zwar jetzt wegen Jesus wieder zu sagen, ne, weil du sagst ja, Jesus ist ja so gesehen, ist von uns gegangen und kommt ja wieder. Bei uns ist das ja so, er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen. Er wird an dem jüngsten Gericht, also am jüngsten Tag, sobald die Welt, sagt man so, die Welt. Eine Frage, King Levin. Kommt Jesus richten, ja, oder? Richten, wie meinst du richten jetzt? Kommt Jesus, um zu richten, oder was macht? Was ist die Aufgabe von Jesus Christus? Also, bei uns heißt er Issa, bei uns wird er, das heißt, er wird kommen, wird, der wird kommen auf jeden Fall zurück, er wird, er wird gesichtet, dann wird er gebeten, wie wir, danach wird er, der wird so beten, wie wir, er geht in den Knien, also so wird das geschrieben im Koran, er wird beten, genauso wie wir, und dann wird einer erkennen, versteht es, einer wird den Sehen erkennen, wer das ist, will den, also will den, bei uns gibt es einen Iman immer vorne, der für uns alle betet, so, und danach kommt das jüngste Gericht, so gesehen, er kämpft, so gesehen, deswegen ist er Issa, also der Jesus. King Levin, soll ich die, richtig kurz was sagen? Oder vielleicht, vielleicht, bei mir bitte noch. Lass mal kurz. Okay. King Levin, King Levin. Issa ist doch, Issa ist doch laut Koran der Messias, oder? Nein, Issa, für mich ist Issa, Jesus heißt das, ist es übersetzt. Genau, ganz gut, Jesus ist doch laut Koran der Messias, oder? All Messias, oder? Weiß ich jetzt nicht, ich kann nur sagen, Issa. Okay, kann ich nicht, kann ich nicht beantworten, ich kann nur beantworten, wenn er kommt, er wird sich mit dem Iblis, also das heißt mit dem Teufel, kämpfen. Ich weiß, guck mal, meine Frage wäre, wenn du wüsstest, dass er der Messias ist, er ist nämlich der Messias laut Surah 3 Vers 48 bis 50, ja. Er ist der Messias und meine Frage wäre, warum ist er der Messias? Ich meine, er hat ja seine Mission laut euch nicht erfüllt, weil er ja irgendwie von Allah irgendwie gerettet wurde. Genau. Und jetzt sagst du, wenn er kommt, kommt er dann wie ein Moslem beten und dann stirbt er irgendwann. Er wird gesichtet und wird beten, so wie ein Moslem. Genau, so wie ein Moslem, okay. Meine Frage ist, was macht ihn denn zum Messias, also warum ist er überhaupt der Messias, wenn er eh nichts Besonderes getan hat? Was heißt, er hat nichts Besonderes getan, er hat, der hat, guck mal, wie alle anderen Propheten, wie alle Propheten, was geschrieben ist, glauben wir. Aber Isa ist ein, bei uns, hat eine, also hat hohe, also hat was, viele Bedeutungen, weil wir lieben genauso ihn wie alle anderen Propheten. Genau, also warum, warum, warum ist nicht Mohammed der Messias, sondern Jesus? Das kann ich ja nicht beantworten, weil ich weiß nur, unser letzter Prophet, mein letzter Prophet, unser, also ich sag dir, unser jetzt, ist laut alles andere der Mohammed, ne? Und der letzte Buch, was von Gott... Ich übergebe das Flex, du kannst es übernehmen wieder. Ganz kurz, darf ich ganz kurz, nur kurz, einen Moment. Levent, Bruder, guck mal, bemerkst du was? Guck mal, wie viele wir hier sind, guck mal, wie viele wir hier sind. Ja. Ein Mensch von uns lacht dich aus oder... Richtig. Lacht dich an. Danke. Mal in einen von euch, von euren Leuten rein, was ich alles erlebt habe, egal bei wen ich drin war, die haben Frauen, sogar euren, von euren Frauen, haben die zusammengeschissen, beleidigt und bis zu geht nicht mehr. Bruder, lest die Bibel einfach aus Interesse, empfehle ich dir, du musst das nicht tun, aber ich empfehle dir, ich bin Ex-Muslim. Lest das Neue Testament, befass dich einfach selbst damit, einfach... Lest es, du wirst selber erkennen, was da ist. Lest den Koran, und schau, mach einen Vergleich. Weißt du, weißt du, was auch sehr interessant ist, King Wermint? Seitdem du hier drin bist, ist dir aufgefallen, keiner lacht dich aus. Wir hören dir aufmerksam zu, ob du kein Wissen hast, ob du Wissen bist, du bist mit Respekt hier reingekommen, ist dir mal aufgefallen, alle sind stumm, keiner lacht dich aus. Keiner. Und weißt du warum? Weil wir diesen Respekt haben. Aber wenn jemand hier reinkommt und meint zu müssen, der will die Bibel fertig machen, platt machen, dann werde ich ekelhaft. Ja, aber guck mal. Und dann wird der Chat, dann werden die Zuschauer ebenfalls ekelhaft. Ja, aber King Wermint, eine Sekunde, ich möchte dem Bruder kurz, weil der wollte was vorlesen. Ich lasse ihm ganz kurz was vorlesen. Ja, danke Bruder, zuerst mal Gottes Segen euch einen und euren Familien, ich hoffe, euch eigentlich ist gut. Ach, schade, Bruder Benzer ist weggenommen, aber auch Bruder Benzer, die auch, Gottes Segen. Ich merke gerade, dass der Levent so ein bisschen, ja, nicht so wirklich dieses Verständnis dafür hat, Fall ist. Und Levent, schau mal, wenn ich dich frage, wer rettet dich, was würdest du sagen? Allah, also Gott. Also laut islamischer Definition Gott, richtig? Ja. Er ist der einzige Retter, richtig? Ja, der auch al-barmherzig ist. Ja, er ist der einzige Retter, er ist der einzige Retter für dich, richtig? Guck mal, und es gibt die Bibel schon tausende Jahre vor dem Koran, im Alten Testament, in Hosea, Kapitel 13, Fest 4, schon den Hinweis, dass nur Gott der Retter ist. Und diese Aussage von dem Propheten Hosea wird im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium, sogar noch bestätigt und sogar noch auf Jesus Christus hingedeutet. Ja, dass er der einzige Retter ist, weil du kannst, Hosea, Kapitel 13, Fest 4 sagt, Ich aber bin der Herr, dein Gott, vom Land Ägypten her, und außer mir kennst du keinen Gott, und es gibt keinen Retter als mich allein. Dort spricht Gott, Yahweh, durch den Propheten Hosea. Und wenn du jetzt, schau mal, ich zeige dir einfach nur den Zusammenkunft, damit du siehst, wie sich die Bibel wie so ein roter Faden durchzieht. Der eine bestätigt den anderen immer wieder, keiner widerspricht sich. Und wenn du jetzt in Lukas, Kapitel 2 reingehst, ab Vers 25 müsste es sein, genau, da geht es um die Geschichte mit Simeon. Das war ein Jude, und auf ihn lag der Geist Gottes. Das war ein sehr, sehr gläubiger Mensch. Ja, und Simeon hatte von Gott, von Yahweh, die Zusage bekommen, dass er nicht sterben wird, ehe er den Retter Israel sehen wird, den Trost. Und dort steht, und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig, und wartete auf den Trost, das Heil, dem Messias Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm, und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Geseibten, und hier ist auch noch mal eine Anekdote, Geseibte, das heißt, den Christus, den Messias, des Herrn gesehen habe, und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel, und als die Eltern des Kindes Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, also die Beschneidung nach dem achten Tag, das machen ja die Juden heute noch, dann ahm er, Simeon, es auf seine Arme, also den Herrn, lobte Gott und sprach, nunher entlässt du deinen Knecht, also damit meinte er sich, in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil, deine Rettung, den Messias gesehen. Ja, und er bezieht sich hier auf Jesus Christus. Ja, und das kannst du noch weiterlesen in den Briefen und so weiter und so fort. Also wenn du sagst, dass Gott dein Retter ist, ja, dann sagst du auch, dass Jesus Christus Gott ist. Das wollte ich dir nur mit auf den Weg geben. Wir sind alle dankbar für das, was der Herr für uns am Kreuz von Golgatha getan hat, vor über 2000 Jahren, weil ohne das hätten wir alle keine Gnade, und wir hätten keine sichere Zuflucht. Ja, und vergiss nicht, dass dein Buch, leider muss man das auch so sagen, wenn man jetzt die Parallele sieht, dass dein Buch sagt, dass ohne uns Christen und Juden würdet ihr, Muslime, keine Rettung haben, weil Allah gibt euch, eure Sünden, die ihr so anhäuft, wie Berge gibt, der uns Christen und Juden, damit ihr in den Himmel kommt. Ist das deiner Meinung nach gerecht? Dass ich, oder der Bruder Flexer, oder der Alvaro, oder der Frag dich, oder alle anderen Geschwister hier drinnen, die mit euch nichts zu tun haben, das ganze Leben lang rechtschaffend in der Gegenwand Gottes gewandelt sind, ohne, natürlich haben wir Sünden, aber versucht haben, ein gottgerechtes Leben zu führen, eure Sünden bekommen, für die wir gar nichts kennen? Findest du das gerecht? Ist das für dich ein gerechter Gott? Ubi hat etwas gesagt, ich habe so Gänsehaut, du hast es so perfekt erklärt, oh mein Gott. Alle Ehre dem Herrn, Bruder. Alle Ehre dem Herrn. Und weißt du auch, alle Ehre dem Herrn. Und auch zu dem Thema Isha, guck mal, wenn du dir die Tafsida anguckst, also ich habe mich wirklich zwei Jahre lang intensiv mit dem Koran beschäftigt, mit den Tafsiren, und ich bin den Herrn Jesus Christus direkt in die Arme gelaufen, weil ich gesagt habe, nein, das kann nicht von Gott kommen. Ja, und wenn ich Tafsire aufmache, die alle Sahi sind, und ich lese eine Geschichte, wo Aisha wiedergespiegelt wird, die mit Puppen gespielt hat, wo ganz klar auch drin steht, und das ist Sahi, dass sie die Pubertät noch nicht erreicht hat, dann mit Verlaub, sei mir nicht böse, aber da kriege ich Brechreiz. Ja, ich bin selber Vater von zwei Töchtern, ich bin Vater von zwei Töchtern. Meine Älteste ist elf, meine Jüngste ist fünf Monate alt. Da kriege ich Brechreiz. Ja, da kriege ich Ekel. Da kriege ich so ein Ekel, muss ich eigentlich so sagen. Ja, deswegen, ich kann dir nur sagen, beschäftige dich wirklich, wie der Frag dich gesagt hat. Nimm dir mal die Bibel in die Hand. Wenn du keine hast, du kannst mir gerne schreiben, ich schicke dir eine, persönlich schicke ich dir eine, schicke ich dir eine umsonst. Kriegst du um jede Ecke. Kannst du lesen, wenn du Fragen hast, kannst du auf die Brüder zugeben, die beantworten dir gerne alle Fragen, und vergleich das einfach mal mit dem Koran und wiege mal ab, was ist wirklich göttlich und was ist, ja, auf den Punkt gebracht, satanisch. Und ich glaube, dass du selber, wenn du ehrlich zu dir selbst bist und voreingenommen da reingehst, du selber merken wirst, dass das, was im Koran steht, definitiv nicht von Gott sein kann. Ich kann es dir nur noch mal sagen, zwei Jahre, ich war in der Moschee, meine Arbeitskollegen immer so, hey Bruder, komm zum Islam. Ich war damals suchen. Ich wollte nichts von Gott wissen. Ich hatte selber einen Riesenhass auf Gott, wegen privaten Sachen. Ich hatte einen Riesenhass auf Gott. So, und dann haben sie versucht, mich zu fischen. Und ich bin in die Moschee gegangen. Und selbst da stand ich, so, was machen die da? Dreimal nach rechts, viermal nach links, und all sowas. Ich meine, im Endeffekt, wenn du überlegst, im Endeffekt, wenn du überlegst, bekreuzigt ihr euch da sogar, vergiss nicht, wenn sich die Katholiken oder Orthodoxe bekreuzigen, ist genau dasselbe wie das, was ihr da so macht, mit links, rechts. Aber ich war kurz davor, sogar die Schahada auszusprechen, habe ich gesagt, nein, will ich nicht. Will ich nicht mehr. Mache ich nicht. Weil da passt, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und dann habe ich wirklich, Gott sei Dank, hat mir der Herr einen Bruder geschickt, der gesagt hat, ey, lies doch mal, guck mal hier, lies mal Johannes Evangelium. Und ich habe im Johannes Evangelium die pure Gnade, die pure Gnade des Herrn gesehen, die pure Gnade und die pure Liebe. Weil vergiss nicht, in der Bibel steht auch, dass es Gnade im Überfluss gibt für alle, Gnade für alle. Und ich sehe von Allah keine Gnade, weil Allah sagt selber, ich leite Recht, wen ich will. Das bedeutet, wenn du willst, wenn du recht geleitet werden willst und ich nicht, kann es sein, dass Allah dich verwirft und mich nimmt, obwohl ich das gar nicht will. und du aber vielleicht das möchtest, ist das Gerechtigkeit? Wäre Gott dir selber sagt, in Job 33, lesen wir das, dass wir alle zwei bis drei Mal ins Licht gestellt werden. Da haben wir die Zeit. Da haben wir die Zeit, uns zu bekehren und den Herrn anzunehmen. Und ich kann mir wirklich nur wünschen, wünschen für dich selber, dass du wirklich vielleicht mal in dich gehst, einfach mal die Augen zumachst und wirklich Gott fragst, ey, wer bist du? Bist du wirklich der Gott des Korans? Oder bist du vielleicht doch der Gott der Bibel? Und glaub mir, wenn du das auch richtig machst mit offenen Herzen, da wird der Herr Jesus Christus zu dir sagen, komm her, mein Sohn, ich habe für dich bezahlt, nimm meine Hand und wir gehen von jetzt an zusammen. In dem Sinne, ich gehe jetzt auch wieder runter, ich wünsche euch alle Gottes Frieden, Gottes Segen, er segne euch alle und ja, zieht fest die Waffenrüstung Gottes jeden Tag, in dem Sinne, Maranatha. Gott segne dich, mein Bruder. Sehr schön. Guten Tag. Und wenn, erst mal noch eine Sache, Bruder, falls es sich ein wenig beruhigt, macht dir keinen Kopf, wenn du unwissend bist, ich bin sogar noch viel, viel Unwissend dazu, mein Bruder. Und das ist das Richtige, dass wir, weil wir unwissend sind, uns dann noch mehr Erfahrung aneignen und dann dazu noch mehr lernen. Glaub mir, ich könnte niemals jetzt mein Wissen mit einem Ex-Muslim oder einem Flexer oder einem Schiemen etc. vergleichen, nie im Leben. Ich lehne aber dazu. Und ich bin meine Glaubensbrüder und Geschwistern so sehr dankbar, dass sie mir auch dann noch mehr dazu beibringen. Verstehst du, was ich meine? Und deswegen fühle ich absolut überhaupt nicht Gottesegen. Und deswegen fühle ich absolut gar nicht schlecht, wenn du etwas nicht kannst, kannst du gerne fragen oder wie gesagt, kannst du auch gerne in Bibel nachschauen. Wenn du was nicht verstehst, ist nur ein Flexer, zum Beispiel hier, ein Ex-Muslim, der ist dir sehr gut, du musst schön erklären, wie der Orbit gerade auch da war. Aber macht ihr absolut gar keinen Kopf, mein Bester. Nein, ich mache mir keinen Kopf. Die Sache ist nur so, was meint der mit der Seite spucken oder links oder rechts spucken, das verstehe ich nicht. Der meint, der meint, dass mit dem Drehen so und dann wieder so drehen, das hat er gemeint, beim Gebet. Weiß auch, warum wir das machen? Naja, ich bin ganz ehrlich zu dir, wenn man zu Gott beten tut, dann sollte man zu dem Herrn schauen und ganz normal beten. Das ist für mich ein Ritual, wenn du das hier machen musst, also nicht zum Beleidigen, bitte verstehe mich nicht. Ja, nicht zum Beleidigen. Sag nur, ich wollte nur fragen, ob du weißt, warum die das machen? Das wollte ich jetzt fragen. Du, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Okay, ich kann das dir beantworten, warum die das machen. Weil ich weiß, ob das auch im Christentum habt oder in Christen, weil links und rechts sind ja bei uns, sagt man, so gesehen die Engels. Sind zwei Engels, einmal ein guter und einmal ein schlechter. Diese zwei Engel schreiben die guten und die schlechten Taten auf. Und somit mit dem Gebet, was du führst, für den Gott, das zuletzt, was du machst, nach links und rechts, damit flüsterst du diesen in Ohr, was, und am rechten genauso. Und danach, wo das gemacht ist, ist ja das zu Ende. Ein Gebet ist ein Gebet. Dann ist das zu Ende, das ist das Ende, so gesehen, nach links und rechts. Aber danach bist du noch am Sitzen, so gesehen, du kannst dann deinem Wunsch oder heißt Wunsch, dein Gebet noch, also heißt nicht Gebet, so dein Bedanken, irgendwas, was du möchtest, an Gott zu sagen, das tust du dann extra noch mit dabei. Das ist immer ein Bittgebet. Das machst du so gesehen, du bittest dir etwas an. Ich würde sogar noch was hinzufügen, Bruder, das ist äußerst wichtig, dass ich dir diese Nachricht mitgebe. Und dann lasse ich auch gleich O-Bahn reden oder Bruder, frag dich, weil ich glaube, die Brüder zittern, die wollen unbedingt auch was sagen. Bruder, ich gebe dir heute eine Information mit und ich möchte, dass du ehrlich zu dir selber bist und drüber nachdenkst. Du bist ein angenehmer Mensch, ja, also von dir sollten die meisten Muslime wirklich eine Scheibe abschneiden, weil du hast Respekt, ja, du kommst hier rein, du beleidigst nicht, ich kann mit dir einen Dialog führen, ich kann mit dir reden, guck mal, obwohl du gar keine Ahnung hast, ja, führe ich mit dir ein sauberes Gespräch, ich kann mit dir reden, du beleidigst nicht, du bist entspannt und das nennt man Respekt. Du bist mit Respekt reingekommen und deswegen kriegst du diesen Respekt, okay, aber was ich dir mitgeben möchte, ja, bitte, das musst du dir unbedingt merken, was ich dir mitgeben möchte, wenn wir uns die ganze Situation ganz genau anschauen, okay, King David, ja, wir uns erst mal fragen, hat es Allah schon immer gegeben? Okay, jetzt wird der Moslem sagen, ja, oder du wirst sagen, ja, weil du bist ja auch Moslem, du wirst sagen, ja, Allah hat es schon immer gegeben, so, aber Bruder, jetzt haben wir ein Problem, denn müsste, denn müsste Allah im Judentum ja schon da gewesen sein, da müsste Allah den Namen der Juden tragen, weil die Juden haben ihn Elohim genannt, die haben ihn was genannt, die haben ihn Rafa, Shadalai, Yahweh haben sie ihn genannt, wenn Allah aber diese Namen nicht trägt, weil Allah hat laut Islam 99 Namen, wenn er diese Namen nicht trägt, die ich genannt habe, Yahweh, vor allem Yahweh, ich bin, der ich bin, ich bin, wenn er diesen Namen nicht trägt, in seinen 99 Namen, denn ist dein Gott 1400 Jahre alt, dann müssen wir aber auch fragen, von wo kommt er denn her, wer ist denn dieser Allah, weil wenn es nicht der Gott, der Juden ist und im Christentum ist, dann haben wir ein Riesenproblem, dann musst du dich selber fragen, wen betest du da gerade an, weil wenn ich jetzt einen Moslem frage, hey, wen betest du da gerade an, ja Allah, ja wer ist das, der Allmächtige und Allvergebene, ja okay, alles gut, das habe ich ja schon verstanden, wer ist da bei Allah, wem betest du da gerade an, hallo, nicht zwar weg irgendwie, nochmal bitte, nochmal, ich habe gesagt, was hast du zuletzt gehört, damit ich noch vorfahren kann, wenn Gott nicht, Gott der Einzige, oder, also es ging darum, wenn er den Namen Yahweh nicht trägt, dann müssen wir uns hinterfragen, wer ist dieser Gott, wenn es nicht der Gott, der Juden und der Christen ist, dann müssen wir uns hinterfragen, wer ist Allah, weil dann ist Allah 1400 Jahre alt, und ich kann dir auch sagen, warum er 1400 Jahre alt ist, Judentum, Christentum, 600 Jahre später, Islam, so, jetzt müssen wir uns aber fragen, warum hat er sich 600 Jahre Zeit gelassen, wer jetzt, Allah, aber Allah ist doch immer da, er war schon immer da, aber er hat sich 600 Jahre Zeit gelassen, und dann kam der Islam, ja, guck mal, Allah hat, nach Judentum, Christentum, 600 Jahre später, dann kam der Islam, was hat Allah, 600 Jahre lang gemacht, wenn er ja der wahrhaftige Gott ist, was hat er 600 Jahre lang gemacht, also, hat er gemacht, du sagst ja selber, Jesus, wir kommen jetzt zum Ursprung Jesus, jetzt wieder zurück, ja, du musst verstehen, worauf ich hinaus möchte, Allah hat es doch schon immer gegeben, richtig? Ja, nochmal, er hat ja zuerst erschaffen, Adar, es geht ja nicht um die Erschaffung, es geht darum, dieser Gott, muss ja derselbe Gott sein, wie bei den Juden, es muss derselbe Gott sein, weil laut deiner Schrift, laut, 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 laut Koran, sagt Allah selber, glaubt an die Torah, das Buch, was vor ihnen war, also, das alte Injil, ja, erster Buch Mose, bis fünfter Buch Mose, also, die Torah, wir sprechen, von das alte Injil, so, dann, wenn Allah, das von sich aus sagt, dann muss er ja der Gott der Juden gewesen sein, weil im Koran steht es da drinnen, dann muss es der Gott der Juden sein, so, wenn es der Gott der Juden ist, dann müssen wir uns hinterfragen, okay, wenn Allah, wenn Allah, der Gott der Juden ist, und im Christentum, der Bestandteil ist, der Bestandteil ist, sein Name Yahweh, von den 99 Namen, hat Allah diesen Namen Yahweh? Weil wenn er diesen Namen nicht trägt, dann müssen wir uns hinterfragen, wen betet ihr da gerade an? Ja, ich sage dir, ich will ja damals auf deine Frage ja reinsteigen, also prezifisch reinkommen, guck mal bei uns, ich sage ja, Gott gab es immer, so, Gott hat so gesehen Adam erschaffen, es sind, die verschiedenen Propheten erschaffen, also sind geboren, erschaffen. Wollt ihr da sich die Frage anders stellen? Er versteht das nicht, er versteht die Frage nicht, äh, King Leavid, aber ich war doch klar, King Leavid, King Leavid, hast du mich nicht verstanden? Du hast mich gefragt, was hat er 600 Jahre vorher gemacht? Nein, nein, du hast meine Frage nicht richtig verstanden, egal, okay, vielleicht weiß Urban, kann es Urban, vielleicht kurz fassen, weil ich habe detailliert gesprochen, aber wenn Urban das kurz fassen kann, dann lassen wir mal Urban mal reden. Erstens mal, Alvaro, Gottes Segen, Alvaro, ich bin Urban der zweite, ich habe auf deinem Kanal mit Tawhid debattiert, falls du dich erinnerst, und herzlich willkommen, Gott begne dich, Dankeschön, falls du dich erinnerst, ich habe mit Tawhid auf deinem Kanal debattiert, ich habe dich unter diesem Video markiert, weil er hat aus einem Buch vorgelesen, und wo er eine authentische Quelle gelesen hat, das Eiche gesagt hat, die ist reif, wir haben das Buch gekauft, wir haben das Buch gekauft, und in diesem Buch steht unter diesen Hadith, das habe ich dazu ein Video gemacht, dass dieser Hadith nicht authentisch ist, und gar keine Überlieferungskette hat, und eine Abfindung ist. Ich mache das nur, damit du siehst, was das für Täuscher sind, damit du immer aufpasst, weil der ist nicht umsonst rausgegangen, weil er wollte die Quelle nicht zeigen, aber, haben wir die Jesus... Willst du eine Frage stellen, oder willst du über die Debatte reden? Nein, 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 King Clement, wird der Name Allah im Koran definiert? Der Allmächtige? Nein, wird der Name Allah... Ein Auto, wenn ich über ein Auto schreibe, und das Wort Auto im Buch nicht definiere, wird der Name Allah im Koran definiert, oder nicht? Glaub schon, ja. Nein, wird er nicht. Du findest keine einzige Definition, was Allah im Koran bedeutet, seine Funktion, was er ist, was er macht, aber das Wort Allah wird im Koran nicht definiert. Und wenn ich ein Buch schreibe, und Allah nicht definiere, dann gehe ich davon aus, dass die Menschen Allah kennen. Richtig? Ja, aber, ja, ich will was dazu... Ja, warte, 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 also ist der Autor des Buches davon ausgegangen, dass die Menschen Allah kennen, richtig oder nicht? Ja, die haben mit ihnen gesprochen, genau. Genau, die kannten ihn. Und wenn ich jetzt wissen will, wer Allah ist, und da muss ich ja in die Zeit vor der Offenbarung des Korans gehen, richtig? Weil Allah definiert sich ja nicht mehr anders im Koran. Er macht ja keine Definition von sich, sondern er geht davon aus, dass wir Allah kennen. Du hast gerade gesagt, ja. Also, in welche Zeit muss ich gehen, um zu wissen, wer Allah ist? Das weiß ich selber nicht, kann ich nicht beantworten. In die vorislamische Zeit. Ich übernehme kurz. Warte mal, sein Vater hieß Abdallah, der Sklave Allah. Das heißt, Allah war in der vorislamischen Zeit auch bekannt und er war der Mondgott Allah. Das heißt, dieser Mondgott Allah hat sich im Koran als nie was anderes definiert, weil er auch keine neue Definition von sich selbst gebracht hat, somit davon ausgegangen ist, dass die Menschen diesen Mondgott kennen. Bruder, ich gehe runter. Du kannst strenggläubig gerne hochholen an meiner Stelle. Ich wollte nur mal das sagen. Denkt selber drüber nach, dass Mohammed sein Vater selber Abdallah hieß und die Menschen kannten Allah schon lange als Mondgott, aber nie als Schöpfer. Und Allah definiert sich auch nie als was anderes. Gottes Segen, danke, dass ihr mich hochgeholt habt. Gottes Segen, Bruder. Ich wollte nur Alvaro Bescheid sagen. Guck das Video, wo ich dich markiert habe, Bruder. Dankeschön, Gott. Guck, Urban, guck du mal lieber, du weißt, dass du Albaner bist, Bruder. Du weißt das. Mache ich mal lieber. Ja, Bruder, ich bin Albaner. Am du die Jesus. Ich bin Albaner. Am du die Jesus. King Leavitt, ich muss offen und ehrlich zu dir sein. Ja, du bist ein Herzensmensch und so respektvoll du wie du bist, du hast wirklich eine Seele, das haben eigentlich nur Christen. Ja, dieses Ruhige, dieses Entspannte und nicht dieses Aggressive. Das höre ich schon aus deiner Stimme raus. Mach dir ein bisschen Gedanken drüber. Mach dir Gedanken drüber. Aber ich kann dir nur eine Sache mitgeben. Hinterfrage, was für ein Gott du da dienst. Ich kann dir auch von meiner Sicht auch etwas erklären. In Afrika gibt es auch ganz viel Götzendienst. Sehr viel Götzendienst. Gibt es in Afrika auch. Wenn ich jetzt nach meiner afrikanischen Tradition gehen müsste, dann müsste ich Götter dienen, mit denen ich reden kann. Zum Beispiel, was auch immer. Puppengötter, irgendwas, was auch immer. Dann müsste ich Voodoo und so solche sagen. Das wäre eigentlich meine Religion. Aber, weil ich erkannt habe, dass das die Dunkelheit ist, habe ich mich nie damit befasst, weil ich genau weiß, das ist die Dunkelheit. Okay? Finger weg von sowas. Weil das hat mit Gott nichts zu tun. Du bist ja Mensch genug und du kannst ja dein Gehirn einschalten. Deswegen hat dir der liebe Gott dir Gehirn gegeben zum Denken. Augen gegeben zum Lesen. Ohren gegeben zum Hören. Wenn du das Buch in die Hand nimmst, den Koran, King, ich möchte nur, dass du dich kurz entstummst, dann erzähle ich dir kurz was. Ja, bitte. Kurz strengläubig will hoch. Guck mal, der hat auch... kleinen Moment. King Levitt, ich war vor zwei Tagen, ich möchte, dass du mir gut zuhörst, weil das ist äußerst wichtig, dass ich dir diese Sache erzähle. Ich war vorgestern, ich glaube, es war vorgestern oder gestern, da war ich bei meiner Ärztin. Und im Koran, Surah 86, Vers 7 und den Tafsir dazu steht da drinnen, zwischen den Rippen der Frau kommt Sperma. Du musst gut zuhören. Ich höre zu. Zwischen den Rippen der Frau kommt Sperma. Aber ich war sehr geschickt und schlau und habe ihr zwei Fragen gestellt. Okay? Ich habe ihr gesagt, ja, kommt zwischen den Rippen der Frau kommt da Sperma. Dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, um Himmels Willen, was reden Sie denn da? Dann habe ich gesagt, alles gut, das war nur eine Frage. Dann habe ich Ihnen die zweite Frage gestellt, weil nicht, dass ein Moslem oder ein Hodja sagt, nein, nein, damit ist die Brust gemeint. Da habe ich die Frage gestellt, kommt aus der Brust der Frau Sperma raus? Weißt du, was sie gesagt hat? Sie hat gelacht und hat mich angeguckt und hat gesagt, sag mal, von wo haben Sie diese Märchengeschichten? Okay. Und dann habe ich aber nichts gesagt. Ich habe weder noch gesagt, das kommt vom Koran. Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, alles gut, das war nur eine Frage. Sie wird sich jetzt wahrscheinlich denken, so um Himmels Willen. Der Schwarze hat gar keine Ahnung, wo Sperma produziert wird. Ich weiß es, aber ich habe nur die Frage stellen wollen, um zu wissen, ob das ein wissenschaftlicher Fehler ist, laut Islam. Und tatsächlich, die Ärztin hat es mir bestätigt und hat gesagt, hallo, ich hoffe, Ihnen geht es gut. Nein, zwischen den Rippen und in der Brust der Frau kommt keine Sperma raus. Bruder, King Levitt, ich hoffe, du nimmst das auf, was ich dir sage. Wenn du mir nicht glaubst, mach einen Arzttermin, geh zu deiner Ärztin und frag sie mal, ob zwischen den Rippen der Frau oder in den Nieren der Frau, ja, ob da Sperma rauskommt. Sie wird dich auslachen. Sie wird dich auslachen. Sie wird sagen, um Himmels Willen, wer hat ihr denn überhaupt so etwas erzählt? Woher weißt du das, dass da Grippenschwermer kommt? Ich zeige dir die Sure. Alles gut. Ich zeige dir das, okay? Und ich möchte aber bitte, dass du ehrlich und wahrhaftig zu dir selber bist. Ich zeige es dir. Also, wenn das nicht der größte wissenschaftlicher Fehler ist, Bruder, dann weiß ich auch nicht. Oh, so billah. Ich weiß auch nicht. Ja? Also, ich zeige es dir. Es ist kein Problem. Ich mache das sogar mit dir. Ganz kurz. Gib mir eine Sekunde. Ich zeige es dir. Levent, Bruder, du hast wirklich ein... Ich stehe mir einfach aufs Rippe, ja. Levent, Bruder. Ja, bitte. Du weißt vielleicht nicht viel und das ist auch nicht schlimm, Bruder, weil ich sage dir eins, mit Wissen kommt man nicht zu Gott, sondern mit dem Herz. Du hast zwar vielleicht jetzt nicht Wissen wie die anderen Muslime, das habe ich auch im Kommentar geschrieben, weil jemand geschrieben hat, warum nimmt ihr ihn hoch? Der hat doch nicht Wissen. Ja, es geht doch nicht darum. Wir wollen dich ja auch jetzt nicht widerlegen oder irgendwas, Bruder. Ob du dich nimmst oder nicht, ist letztendlich sowieso deine Entscheidung. Es ist deine Sache. Ja, aber Flex klärt hier wirklich respektvoll, ruhig auf, niemand, guck mal, wie viele wir sind, wie viele wir waren, niemand hat dich hier ausgelacht. Und das macht auch ein bisschen keiner. Nee, darum geht es mir ja auch nicht. Also, ob ich Wissen habe oder nicht, was ich weiß, gebe ich weiter. Und wenn ich was weiß, hilfe ich. Wenn ich nicht weiß, schlage ich selber auf. Versteht ihr euch meine? Ja, Bruder, aber trotzdem kommst du mit Wissen nicht zu Gott, du kommst mit deinem Herz zu Gott. Ja, das ist auch so, du kommst ein bisschen, sobald du sauber bist, sobald du, wie man sagt, manche Muslime oder manche Christen oder manche Personen oder Menschen beleidigen. Und das steht in unserem Koran nicht drin, dass man nicht beleidigt. Verstehe ich das mal? Also, beleidigung ist das größte, was man scheitern machen. Also, das ist nicht gut, das ist nicht korrekt. Aber manche sind ja aggressiv, keine Ahnung, warum, weshalb. Aber das ist wiederum ihre Sache. Das sind die Leute, das sind mit falschen Herzen sind die aufgestanden. Soll ich ja sagen, mit falschen Persönlichkeiten. Ich höre auch kein Angreif, deswegen, das sollen die, ob die schreiben hier, ach, geh mal raus, respektlos. Das interessiert mich alles nicht. Die sollen nicht schreiben, wie die wollen. Ja. Guck mal, King Lebet, ich will es dir kurz zeigen. Bist du bereit? Ja, bitte. Okay. 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 Sure 86, du kannst auch deinen Koran auch selber aufschlagen, ist kein Problem. Sure 86, Vers 7. Okay? Das zwischen den, guck mal, weißt du was, wir lesen ab 6. Er ist aus sich ergießendem Wasser erschaffen. Okay. Und das zwischen der Lände und der weiblichen Brust hervorkommt. Okay? So. Wenn wir jetzt diesen Text hier lesen, sehen wir doch kein Problem. Siehst du hier ein Problem in diesem Text? Nein, oder? Nein, nicht so richtig. Okay. Sehr gut. Jetzt aber, jetzt aber, drehen wir den Spieß bis jetzt um. Das heißt also, wir gehen jetzt was in den Tafsir. Wir geben jetzt den Tafsir ein. Das ist sehr authentische Seite. Kannst du selber überprüfen. Das ist kein Spaß. Wir haben den Tafsir jetzt eingeben, die Sure 86, 7. Okay? Ja. Und schauen uns jetzt mal, was der Gelehrte sagt. Das ist ein authentischer. Wir können auch Tafsir al-Jalilay nehmen. Wir können Ibn Abbas nehmen. Egal welcher. Spielt gar keine Rolle. Die sind alle authentisch, alle gleich. Hier haben wir es einmal auf Arabisch. Ja? Und hier haben wir es einmal auf Englisch. So. He was created of gushing water emerging from between the loins and the chest. Und wir werden jetzt auch gleich hier die Erklärung haben. between the loins and the chest. Okay? So. When the human individual was created, he was created from water thrown and spilled water that came forth from the back of the man and from the bones within the woman's breast. Okay? First, he was a sperm. Ja. Also, zwischen den Rippen der Frauen kommt Sperma. Bruder, das ist der größte Fehler, den ich seit Ewigkeiten in meiner Geschichte, in der Geschichte jemals gelesen habe. Zwischen den Rippen der Frauen kommt Sperma. Bruder, das ist nicht mein Buch, das ist dein Buch, Bruder. Deswegen zeige ich es dir. Das ist der größte Fehler, den ich jemals entdeckt habe. Okay. Jetzt schreibt deine Gebärmutter. Ja. Hört auf zu lügen. Das ist nicht Gebärmutter, sondern zwischen den Rippen der Frau. Bitte, Leute, nicht lügen. Hört auf, die Wörter zu verdrehen. Wir lesen hier doch alle gemeinsam. Warum lügt ihr? Ja? Bitte, Alvaro, hast du genau dasselbe verstanden, was ich gesagt habe, oder auch ebenfalls falsch verstanden? Mein Bruder, das muss man einfach nur eins von eins zusammenziehen und du hast die Antwort. Du hast es genauso, wie du es gesagt hast. Genau. Also sogar wenn man sagt jetzt, ja sogar wenn man sagt, zwischen die Beine kommt, das ist ja falsch. Weißt du ich meine? Genau. Richtig. Das ist ja, ne? Richtig. Deswegen, King Levitt, ich sage dir nur eine Sache. Du bist nicht der Einzige, der das gelesen hat und sofort den Islam verlassen hat. Ich habe einige Leute, die das gelesen haben und für denen war es endgültig. Ab hier war Endstation. Wo die Leute selber gesagt haben, okay, alles klar, sie überprüfen es, haben es selber nochmal überprüft, haben es selber nochmal gelesen und weißt du was? Die sind schlussendlich zu einer Entscheidung gekommen, haben gesagt, alles klar, das kommt nicht von Gott. Weil so ein Riesenfehler kann Gott nicht machen. Und die Leute, die hier reinschreiben und sagen, das ist eine Fälschung, das ist heuschlerisch schon zu sagen, das ist eine Fälschung, weil das ist eine arabische Seite, die ist mehr als nur authentisch. wir können auch eine andere arabische Seite nehmen. Ja, das ist heuschlerisch, was ihr macht, weil das ist authentisch. Eine andere Seite, aber was anderes aufgeschlagen, das erste, was du aufgeschlagen hast. Welches denn? Welches denn? Was du so hast mir gesagt, das erste Vers 7 war das Ja, aber das ist der Koran, wie willst du den Koran, guck mal, wie willst du den Koran verstehen ohne Tafsir? Weil das ist ja der Koran, ja, 6 und 7 haben wir gelesen, aber ohne Tafsir, kannst du das doch nicht verstehen, um was es geht. Du musst es doch lesen mit Tafsir, ohne Tafsir weißt du doch gar nicht, was damit gemeint ist. Okay. Katastrophe, Bruder. Okay. Aber ich lege das jetzt. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst, aber ich muss mir, guck mal, jetzt, du hast mir was gesagt, ich muss das selber aufschlagen und es so verstehen, um genau zu lesen. Verstehst, was ich meine? ist kein Problem. Was ist das anderes? Aber Bruder, bitte, wenn du das machst, wenn du das machst und das überprüfen tust, bitte lass dich nicht belügen. Lass dich nicht belügen, Bruder. Das heißt also, wenn du genau das, was wir verstanden haben, gelesen hast, lass dich bitte nicht von anderen Leuten belügen, bitte. Dieser Vers ist eindeutig, sogar auf Deutsch ist dieser Vers eindeutig. Er ist aus sich ergießendem Wasser erschaffen, dass das sogar, hier steht sogar das, zwischen der Lände und der weiblichen Brust hervorkommt. Da kommt kein Sperma raus zwischen der weiblichen Brust. Das ist total Humbug. Das ist weibliche Brust, also Brr. Weibliche Brust, genau. Weibliche Brust. Da steht nicht Gebärmutter, da steht nicht Niere, weil die Leute, die sagen, nein, damit ist die Niere gemeint, das ein Heuchler. Weil hier steht weibliche Brust, da brauchen wir nicht lügen. Da müssen wir ehrlich sein, wir brauchen nicht lügen. Da steht klipp und klar weibliche Brust. Auf Arabisch steht anders, das ist falsch übersetzt. Genau, und das nächste, was sie dann sagen, ah, lies auf Arabisch, das ist falsch, ja, alles ist falsch. Egal, was du zeigst, alles ist falsch. Du kannst sogar den Koran aufmachen, ist auch falsch, ist metaphorisch. das ist heuchlerisch, sowas schon zu machen. Und deswegen zeige ich es dir, weil ich weiß, ich kann mit dir reden. Aber Bruder, ich habe jetzt mal ernsthaft eine Frage an dich, Bruder, Flex, wenn eigentlich hier auf deutsch falsch ist, warum übersetzen die das überhaupt auf deutsch? Also es macht doch eine gute Frage. Kannst du mir nicht, damit sie die Menschen besser in die Ehre leiten können oder sowas. Also wenn man das hier so sehen würde. Sagen wir mal zum Beispiel wenn es auf Arabisch sehr schlimm ist, auf Deutsch etwas besser auf korrekt machen, damit hat die Menschen das auch annehmen . Sehr sehr viele Muslime sehr sehr viele auch Christen die sich gar nicht mit ihrer Religion befasst haben. Also ich selber bin ja auch sehr unwissend aber ich lerne ja jetzt erst dazu zu meiner Religion und meinem Glaube zu meinem Gott Jesus Christus aber ich habe sehr sehr viele Freunde die Muslime sind die sich absolut null mit ihrer Religion befasst haben wenn ich jetzt eine Frage stelle als ein Unwissender aber die Frage ist ich kenne dafür die Antwort die Wissen gar nicht die Antwort also das Einzige was sie maximal können nicht alle gibt es natürlich Ausnahmen aber ich rede halt von diesen Shishaba gläubigen Menschen Moslem Christen und so weiter von denen meine nicht deswegen was sie maximal wissen ist vor der Ehe jung vorbleiben kein Alkohol trinken ja so diese basic Sachen einfach weißt du ja beten fast das kann das kann jeder das kennen sogar die Unglücke aber weißt du was ich bei dir bewundere das muss ich wirklich sagen du heuchelst nicht rum Nein Bruder absolut gar nicht ich habe viele Leute wir haben viele Leute hier oben schon gehabt die geheuchelt haben ohne Ende du bist aber wenigstens ehrlich du heuchelst nicht rum du heuchelst gar nicht rum du bist ehrlich und du versuchst nicht irgendwie etwas hinein zu interpretieren weißt was ich etwas aus dann werde ich es auch erwähnen auch wenn es zum beispiel wenn eine sache schlecht ist werde ich doch ganz bestimmt nicht irgendwie es beschmücken und parfüm drauf spülen damit das besser ist aber das ist gut weißt du warum das ist gut weil du heuchelst nicht um ich meine das ernst die meisten die hoch hole die heucheln rum bis zum geht nicht mehr und versuchen etwas zu verteidigen was aber ein riesen problem ist und das ist für mich schon heuchelei du verteidigst etwas obwohl du weißt es ist schlecht es ist scheiße und du verteidigst es immer noch es ist absolut falsch es ist also ich habe eine frage allgemein jetzt so das andere thema jetzt warum gibt es denn so viele sprachen also deutsch alle gemischte sprachen das wollte ich mal wissen ob du das weißt oh das ist altes testament also wenn wir zurück gehen zum alten testament da haben sie versucht das war in der zeit von babylon glaube ich tower of bubble wo sie versucht haben turm zu bauen und ich möchte jetzt nichts falsches sagen bitte bruder frag dich unterstützt mich jetzt bitte kurz keine grenzen wollten damit und ihre vorstellung war halt dass Gott so klein ist dass er in den wolken ist und die haben sich zusammengeschlossen und daraufhin kurz gefasst wie gesagt ohne groß ins detail zu gehen jetzt die verse aufzugreifen hat dann gott gesagt ich werde ab jetzt quasi das so machen dass ihr alle verschiedene sprachen sprechen werdet dass ihr euch nicht mehr untereinander versteht und quasi sowas nochmal macht genau es war eigentlich eine strafe wenn du so willst ja also ohne jetzt ins detail großartig zu gehen und jetzt die verse und das ganze raus zu nehmen also also gibt es in dem moment einen Gott so gesehen also Gott ist so mächtig dass er die Menschheit was früher eine Sprache war dass er die alle anderen Sprachen gegeben hat sprachverwirrung ja tatsächlich dass jeder die haben dann plötzlich die haben sich dann plötzlich nicht mehr verstanden der eine hat mit dem anderen gesprochen der chinesisch gesprochen der andere hat wahrscheinlich diese sprache und wie das weiß ich auch so deswegen fragte ich mich jetzt mal ob das auch so jetzt überall gleich stimmt absolut absolut deswegen ich kann dir nur eine Sache mitgeben du bist wirklich sehr sehr angenehm ich könnte mit dir stundenlang reden ich meine das ernst du bist keiner der aggressiv ist ich schenke dir diesen respekt einfach nur weil du hast respekt du kannst reden du beleidigst nicht und das ist gut so kann ich mit dir auch einen sauberen dialog führen genau es gibt keinen grund es gibt einfach keinen grund so gesehen wir vorfahren gedemütigt was ich meine deswegen wenn man von Anfang jemanden erniedrigen will soll es machen er bekommt später er muss sich wieder rechtfertigen nicht ich ich bin so ein Mensch jeder für mich gleich ob das jetzt Moslem Jude ist egal was ob der Chinesis oder ein Bein hat das interessiert mich nicht aber alles ist für mich Mensch so sobald wir menschlich sind sobald wir uns unterhalten können unsere verschiedenen glaubens richtungen verteilen können warum nicht später ob du oder er oder ich oder sie einen Fehler gemacht hat ist ihrem drüber überlassen also verstehst du bist zu meiner meinung so gesehen oder nicht irgendwo bin ich schon deiner meinung irgendwo bin ich schon deiner meinung ich würde es mir wünschen wenn jeder wenn jeder so reinkommt mit respekt so wie du weil du bist mit sehr viel respekt reingekommen das ist der wahnsinn ich meine das ernst also so angenehm wie der stream gerade ist mit dir das ist der wahnsinn also ja danke das ist schon das ist schon ich bin ehrlich zu dir das ist schon ein christliches verhalten nenne ich sowas total 100% jetzt nicht direkt christlich also menschlich sagt man dazu also oder menschlich lass mal weißt du was denn machen wir so menschlich gesehen menschlich gesehen sehr gut wirklich also guck mal eigentlich ich sag ja nicht ich rede ja von mir aus ich kenne auch manche muslime oder verschiedene leute die sind nicht so ob sie jetzt muslim sind die sind einfach aggressiv oder verstehen oder wollen nicht jemanden ausgehen lassen oder jemanden ob sie jetzt muslim sind oder christen sind das ist nicht bei unserer in meiner religion also was ich glaube das ist nicht untersagt sowas man soll sich rechtfertigen ja man soll sich artikulieren mit leuten reden sprechen aber nicht erniedrigen oder nicht jemanden ja das tust du ja nicht das tust du ja nicht da sind nur manche leute ich sage dir ich rede ja nicht von euch da sind manche du bist hier reingekommen du bist hier reingekommen ich habe gemerkt du hast diese innere ruhe ja ja und du kommst rein und du beleidigst nicht du begrüßt die leute hier und ist dir aufgefallen egal wer hier drin ist bei uns ja keiner hat dich angegriffen keiner weil es gibt nichts um dich anzugreifen es ist einfach so weil du bist ja mit respekt zu uns gekommen und du wirst mit lieben empfangen ganz einfach weißt du ich sag ja ich sollst ja sagen ich bin so ein mensch ich unterhalte mich gerne ich höre zu gerne ich lasse leute aussprechen weißt du das bin so einer soll jeder für sich denken oder machen und tun weißt du sobald ich mich respektvoll oder menschlich halte richtig ist so du kommst auch Respekt zurück ja 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 absolut absolut bin ich ganz deiner Meinung ja du mein lieber King Levitt ich bedanke mich dass du da warst ja wirklich ganz viel Respekt an dich und ich hoffe dass du dir diesbezüglich zu den Quellen die ich dir gegeben habe dass du selber einfach mal nachforschen tust und du wirst genau diese Dinge ja so wie jeder andere den ich kenne der diese Dinge erfahren hat oder diese Fehler erkannt hat dass du es auch erkennst und sagen wir es mal so dass dein Herz nicht stumpf ist und dass du jetzt sagen wir mal ich kann nicht ich will nicht sondern dass du nicht in dieser Lüge lebst sondern dass du einfach die Wahrheit erkennst das ist was ich dir mitgeben kann ja ich was soll ich sagen bei uns mach dein Ramadan mach dein Ramadan alles gut aber ich möchte dass du lesen tust ich fast nicht aber bei mir ist das so ich bin so ein Mensch es gibt so bei mir im Koran sind ja die fünf Säulen des Islams also und ich bin so ein Mensch ich will mich so weit wie möglich halten in den fünf Säulen verstehst du man kann nicht alle Säulen nicht alle machen aber man sollte sich darauf halten wenn man die fünf schon erreicht oder so die fünf macht dann hat man schon ein vieles vieles schon also vieles gemacht schon was ist man in seiner Religion für sein Glauben absolut verstehst du ich meine deswegen absolut aber King Leavitt ich bedanke mich ja dass du da warst auf jeden Fall ja und wirklich ganz viel Respekt wirklich ganz viel Liebe an dich ich meine das ernst und wie ruhig du bist und wie gelassen du bist das gefällt mir wirklich also jederzeit du kannst immer mit mir hier reden egal wann und ich garantiere dir jeder wird dir hier den Respekt geben weil du hast einfach Respekt und das ist gut ja und dafür bedanke ich mich ne ich wollte auch nicht weiter stören soweit ich weiß so richtig wünsche ich euch allen so einen schönen wunderschönen Abend ebenfalls 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 und grüß mal alle wie soll ich sagen ich grüße jeden hier im Chat auch die mich auch gerne hassen wollen sollen mich hassen nein gibt es keinen der dich hassen tut schon alleine wie du reden tust schon alleine wie du reden tust gibt es hier keinen im Chat der dich hier hasst vertrau mir keiner keiner hasst dich keiner das sind manche typen was ich da gelesen habe ist auch egal sollen die sollen die machen tun die nehmen den ja minimal mini mini minimal aber das interessiert mich ja nicht ich bin so ein Mensch das interessiert mich relativ ich bin so ein Mensch ich eine Ohre rein dann andere Ohr wieder raus ne allesamt Leavitt mein lieber Bruder Gott segne dich und deine Familie keiner wird dich hier hassen ja wenn man unwissend ist ist es nichts Schlimmes kein Mensch ist perfekt ja und wir werden auch nicht irgendwie als Profi äh Kampfsportler oder Sportler oder sonst was direkt geboren man lernt dazu oder wir sind alle Anfänger in dieses Leben ja wir lernen dazu Gott segne dich Tschau dann wir hören uns bis dann bis dann bis dann Tschau also dann Dankeschön King Leavitt und wir hören uns gell Ciao Ciao Das war wirklich ein sehr sehr schönes Gespräch ein sehr sehr schönes Gespräch ohne Geschrei ohne sonstiges was das gefällt mir er ist gekommen um mitzureden er ist gekommen um okay hey warum hat Jesus aber das gesagt er ist nicht gekommen um irgendwelche Worte zu verdrehen sondern er ist gekommen um einfach mit uns zu sprechen und das ist schön da können wir reden er ist gekommen zu fragen hey aber damit habe ich ein Problem da können wir reden und das finde ich gut diese Liebe hat er wenigstens gebracht er ist gekommen um zu erfahren um zu lernen und nicht ich komme um die Bibel zu widerlegen obwohl es da nicht zu widerlegen gibt sondern er ist gekommen um zu verstehen aber hey warum sagt Jesus ist Gott aber warum das wieso das kannst du mir das bitte erklären ich verstehe das nicht dann kann man mit so jemandem äh äh einen Dialog führen einen sehr schönen Dialog und er hat das auch bewiesen dass er es kann das ist krass da müssen die meisten Muslime sich so ein Vorbild nehmen wirklich da müssen die Muslime sich so ein Vorbild nehmen ja Gottes Segen an alle Gottes Segen an alle Flex Flex ich wollte nur Hallo sagen wie es dir geht Flex ja Bruder ich bin Chef von der Outside ja Bibi ich bin bei Inside dann bin ich Semi-Kaccio hallo bleib doch gleich hier drin nein Bruder ich muss doch gerade noch ich komme gerade vom Training ich muss noch kochen und so ja ich hoffe nächstes Jahr Profi ja muss muss deswegen ich schweiß Steine hinter dir her oder wir rennen Steine hinterher wie andere Menschen ja das machen wir so wie bei Moses ja Kaffee ciao ciao ja gut das machen wir jetzt nicht alles gut ich küss doch dein Herz wie geht's euch gut ja uns geht's gut wie geht's dir mein Lieber danke schön mir geht's auch gut du bist auch gut guck mal ich habe eine Sache mein Akku ist gleich leer das ist so schade aber ich habe einen Bruder hier drin der gerne hochkommen würde der das übernimmt für mich den sein Name ist Al-Mudahed Al-Mudahed guck mal in der Liste ob er drin ist weil dann würde ich hauen wenn mein Akku gleich leer ist und ich bin unterwegs leider sonst würde ich sehr gerne mit dir reden ich hoffe er kommt aber mit Respekt hier hoch ja ja der ist sehr respektvoll also ich kann dir meine Garantie geben ok vielen vielen Dank ich nutze euch viel Spaß und wir hören uns dann dankeschön ist kein Problem alles klar danke vielen vielen Dank ciao ciao schönen guten Abend Gottes Segen mit allen die zuhören und allen die hier oben sind Gottes Segen Dankeschön Gottes Segen Gottes Segen wenn es in Ordnung ist ich habe auch eine Bitte einfach nur weil wir jetzt gerade ein paar mehr in den Raum sind ich habe einen Freund mit dem ich mich gemeinsam mit der Bibel beschäftige und vielleicht kann er auch gleich mit hoch ist der Al-Ali im Ahmadi mit dem lese ich zusammen momentan die Bibel spezielles Neue Testament und ihr als Christen könnt uns glaube ich eher die Fragen beantworten statt dass ich jetzt irgendwie google wenn es für euch in Ordnung ist ähm gerne wir sind jetzt zwar nicht die Allwissenden bin ich ganz ehrlich zu dir ähm auch wir müssen immer wieder mal nachlesen ich kann jetzt nicht alles auswendig ja im Alten Testament aber wenn du uns die Verse bringen kannst dann macht es oben Klick und dann können wir dir das auch erklären liebend gerne also auch wenn man etwas nicht weiß dass ich gar kein Problem mit ich hoffe aber bitte ganz kurz ich hoffe aber du meinst das nicht ironisch und du meinst das ernst weil wenn ich merke dass du das ironisch meinst dann werden die Fragen gegen dich verwendet ich möchte nur dass du ehrlich bist jetzt an dieser Stelle von 500 Leuten möchte ich bitte dass du ehrlich bist weil ich werde sonst wenn ich merke dass du versuchst mich zu widerlegen werde ich die Fragen gegen dich verwenden gar kein Problem ich habe hier selbst eine Bibel zu Hause mit der ich mich beschäftige ich kenne ihn vielleicht und dementsprechend dementsprechend die Frage diese Fragen auf euch zu stellen damit ihr das antworten könnt der war gestern auch Ding wo war der der war schon gestern auch bei jemanden online ich war auch mit dem der ist auch ey der Schlingel oh man man der ist der meins nicht ernst der versuchst zu unterlegen er ist der beste Kollege von Denk nach er war bei mir er ist der beste Kollege von Denk habe ich gut du kannst gerne da bleiben also wenn der Flex das will ich würde auch gerne mit dir reden ich weiß nicht was ihr habt ich bin gerade ganz entspannt drauf ich habe nur paar Fragen wie ich jedem Kisten stelle vielleicht kannst du es ja beantworten ist ja gar kein Problem mit oder ich sage aber Gottes Segen also nichts gegen dich ich weiß nur dass du einmal zu mir mein String gekommen wie ich mir gegriffen hast aber ich verzeihe dich ich möchte was hinzufügen also guck mal Al Mujahid Mujahid also Nummer 1 der Bruder ganz unten der fragt dich das ist mein Bruder den kenne ich persönlich okay mein Bruder so er hat mich jetzt gewarnt und jetzt gehen gerade bei mir die Alarmglocken hoch Nummer 2 wieder locker hat jetzt auch gerade was gesagt jetzt gehen die Alarmglocken erst recht bei mir gerne bitte Al Mujahid wenn du gekommen bist um die Worte in der Bibel zu verdrehen dann wird es dir nichts nichts bringen weil wir wollen es nicht gegen dich verwenden kannst du ja letztendlich nicht ich glaube ganz kurz wenn du auf mich hörst schmeißt du ihn raus sage ich dir ehrlich er hat den Style wie denk nach und er hat gestern genau die gleiche scheiße ich habe ihn widerlegt mit den drei Tagen und so es bringt gar nichts er fuchtelt herum okay also wir machen das so ich höre jetzt einfach mal von draußen zu okay ich lasse dich jetzt einfach mal machen ich weiß Bruder frag dich also wenn es jetzt nach meinem Bruder geht es soll ich dich rausschmeißen aber das wollen wir nicht okay wir wollen ja reden wieder locker kann reden Bruder frag dich du kannst auch gerne reden ich will einfach nur mal zuhören ob du es wirklich ernst meinst ja ich höre einfach mal zuhören Bruder Flexi möchte einfach so eine Sache so klar stellen wenn du mir erlaubst wenn er uns eine Frage stellt dann können wir dann auch eine Frage stellen und wenn er das akzeptiert dann ist okay oder bei sonst ja dann ist gerecht er fragt uns Sachen wir fragen ihn auch Sachen über seine Ahmadiyya Lehre er ist ein Ahmadiyya er ist ja okay alles gut alles gut also Al-Mujahid wenn du den Brüdern jetzt Fragen stellst ja möchte ich bitte dass du die Worte in der Bibel bitte genau interpretierst was da drin steht weil wenn wir dich ertappen anhand der Verse ich werde es auch hier überprüfen wenn du was sagst wenn du dich mit den Brüdern jetzt unterhältst überprüfe ich das nebenbei aber wenn ich merke du verdrehst die Worte in der Bibel dann werden wir es gegen dich verwenden okay darf ich mich dazu äußern gerne ich bin gerne auf ich will gar nichts interpretieren also du hast jetzt gesagt wenn ich etwas interpretieren möchte ich möchte gar nichts interpretieren ich möchte nur Fragen stellen so deshalb ich habe gar kein Problem wenn wieder loka und frag dich und du die Antworten dazu geben liebend gerne ich würde aber auch darum bitten ich hatte ja auch am Anfang gesagt meinen Kollegen auch mit hochzuholen dann haben wir einfach so ein bisschen Dynamik wieder hier wie gesagt mir geht es nicht darum irgendwie Streit anzufangen oder irgendeine unnötige Diskussion zu führen sondern eher sondern eher einfach diese Fragen loszuwerden und ich denke mir das Beste was es geben kann ist mit euch darüber zu sprechen oder nicht alles gut wir sind ganz oh du alles gut wurde nur eine Sache dann könnt ihr auch sofort anfangen weil gestern hießt du ja noch Mo was ist ja mit einem anderen Account drin und da hast du ja gesagt dass ihr Muslime dieselbe Zeitrichtung habt wie die Juden können wir erstmal den Bruder das müssen wir brauchen habe ich richtig das ist aber für den Quatsch das ist für den Quatsch das wollte ich mir nochmal loswerden weil das ist nämlich die Taktik mit der er anfangen wird mit Jonah ja kommt Juden und Muslime haben eine komplett unterschiedliche Zeitrichtung weil die Muslime gehen nach dem Mond und die Juden gehen nach Himmelskörper okay gehen nach dem Sinne so also wenn er schon mit diesem Punkt kommt könnt ihr schon gleich Knockout schicken ja in dem Sinne Gottes Segen viel Spaß holt aber Kopfschmerzabletten raus ja weil die braucht ihr vornehmen ich habe meine Frage habt ihr das bei jedem so gemacht dass ihr irgendwie sechs Minuten erstmal vorher warnt und irgendwie einleitet sind ein bisschen komisch gerade für mich danke danke an meinen italienischen Bruder für den Geschenk ich küsse doch dein Herzbruder vielen vielen Dank für den Jet ich würde auch gerne loslegen einfach nur wenn ihr den Bruder noch mit hochhören könnt alle 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 ja 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 ich habe gesagt wenn du kannst einfach den weiteren Bruder hat man mich nicht doch mal wie gesagt meine bitte mit meinem Bruder noch gleichzeitig mich hoch gerne okay ja wieder locker ist das für die geht das für dich klar möchtest du mit den beiden sprechen frag dich 22 wollt ihr machen ich habe nichts dagegen kann gerne hochkommen weil dann gebe ich euch einfach so mit Zeit und Minute einfach dass sie beide aber bitte 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 wenn ich etwas entdecke dann wird es gegen euch verwendet werden bitte das ist ja gar kein guck mal ist das das ist für mich gar kein Problem ich stelle ja nur Fragen das interpretieren lasse ich euch okay wie heißt denn dein Kollege Alim for peace Alim for peace ich glaube das müsste dann der sein ich weiß nicht danke alles klar so ja genau ist er perfekt dann gebe ich dir einfach Zeit zum reden dann wechsle ich auf wieder locker auf frag dich und dann auf Alim wir machen jetzt einfach mal jeder jeder dass jeder reden kann okay ja passt alles klar ich danke auf jeden Fall ich gebe dir mal Rederecht kleinen Moment bitte eine Sekunde und dann kannst du die Frage stellen und gib auch bitte die Verse dann wenn du auch was sagst damit die Brüder auch selber überprüfen können gerne okay auf jeden Fall noch erstmal Frieden und Gottes Segen mit allen die zuhören und auch danke dass ihr überhaupt die Möglichkeit lasst damit wir überhaupt die Fragen stellen können da bin ich euch sehr dankbar für einmal zu meiner Person und auch zur Alims Person damit ihr wisst aus welcher theologischen Ecke wir kommen wir sind Muslime gemäß dem Verständnis der Ahmadiyya aber wir glauben dass Prophet Jesus am Kreuz überlebt hat und er später natürlich in Todes verstorben ist nur damit ihr wisst mit welcher Theologie ihr gerade spricht wir glauben nicht daran dass es jemand anderes war der am Kreuz war sondern Jesus selbst der ist einfach nur nicht am Kreuz gestorben aus unserer Sicht darauf bezogen lese ich momentan das Neue Testament und ich hatte so eine Frage zu Matthäus 12 38 folgende unter dem Kapitel das Zeichen des Propheten Jonah wo hier gesagt wird ich lese es einfach mal vor da antworteten etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen Meister also Jesu Christi wir wollen von dir ein Zeichen sehen er aber erwiderte und sprach zu ihnen ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden als nur das Zeichen des Propheten Jonah denn gleich wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauche des riesen Fisches war so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Schoße der Erde sein so wie ich es verstanden habe vielleicht könnt ihr mich korrigieren ist ja Prophet Jonah nicht im Bauche des Fisches gestorben und Prophet Jesu oder Jesus Christus gibt dir als Gleichnis als Zeichen seiner Wahrhaftigkeit eben jenes Gleichnis denn gleich wie Jonah im Bauche des riesen Fisches war so wird der Sohn des Menschen im Schoße der Erde sein und da wollte ich fragen inwiefern das denn erfüllt ist wenn Jesus Christi doch am Kreuz gestorben ist glaubt euch danke ok soll ich dann weitermachen gerne ich schalte mich immer stumm nachdem ich was gefragt habe alles klar ok dann mach ich mal Bruder frag dich so bitteschön also was willst du genau wissen es ist dasselbe wie gestern du willst ich gehe direkt ich überspringe denn du willst da hin du willst die drei Tage Theorie sicherlich wissen dass ob diese drei Tage Moment ich muss mal meine Kamera anmachen einen Moment lass mir Zeit Bruder du hast ja Zeit alles gut ich will bestimmt auch die drei Tage Theorie dass diese drei Tage nicht erfüllt worden sind weil Freitag nicht zählt und das sind nur zwei Tage und laut dir müsste Jesus am Montag auferstehen so wir lesen hier Esther bei Esther ich mach dir ein Beispiel hier Esther bat die Juden drei Tage und drei Nächte für sie zu fasten ok aber sie ging bereits an diesen besagten dritten Tag zum König nach unserer Rechnung nach unserer Rechnung wäre noch keine drei Tage voll gewesen nach jüdischer Rechnung nach jüdischer Rechnung jedoch schon somit sind die drei Tage erfüllt worden das Beispiel mit Jona passiert halt also das was mit Jona passiert ist ist so ein Gegenspiel was mit Jesus passiert ist und hier sind die drei Tage erfüllt worden es ist nicht dieselbe Zeitberechnung wie bei euch sondern eine andere also es gibt noch mehrere Beispiele aber du willst darauf hinaus deswegen ich wäre somit fertig ok ich denke mal diese Frage wurde jetzt schon beantwortet aber wenn du diesbezüglich nochmal was hinzufügen möchtest ja den gebe auch anhand der Quelle auch gerne das was du auch sagen möchtest und ich hoffe dass es auch wirklich auch da drinnen steht wenn du etwas aus deinem Munde dann sagst ich finde es gut dann kann ich jetzt eine kleine Pause machen dann habe ich keine Kopfschmerzen dann muss ich keine Tabletten nehmen dann könnt ihr jetzt ein bisschen reden und ich höre ein bisschen zu dann lasse ich mal ganz kurz ganz kurz einen Moment nur wie gesagt der halbe Tag wird als voller Tag gewertet nach der jüdischen Berechnung ganz klar ich habe es eben gezeigt und das ist nicht wie im Islam wie er vorgetragen hat weil er will letztendlich darauf hinaus so hat er gestern auch angefangen also dasselbe Thema wir brauchen gar nicht mit Jonah und Jesus und hin und her alles klar gut dann bin ich mal gespannt was Alim Alim ich könnte auch Alim jetzt holen aber lass mal den Patrick Altendorfer mal sprechen dann kommt Alim dann wieder lokal das muss auch ein bisschen fair sein also gut dann machen wir es so gut frag dich willst du noch was hinzufügen weil dann mache ich weiter ist gut okay alles klar ich glaube die Frage ist dann auch dann ja Gottes Segen miteinander also auf die Frage die drei Tage und drei Nächte es steht in der Bibel es sind volle drei Tage und drei Nächte wie auch schon mein Bruder erklärt hat im Judentum ist ein angebrochener Tag oder gilt ein angebrochener Tag als ganzer Tag das wissen viele nicht das kann man nachgoogeln da kann man auch ein Jude fragen das ist so und das was mit Jona betrifft ja Jona war drei Tage und drei Nächte im Bauch vom Wal und dort war es ja dunkel und er wurde dann ausgespuckt und kam dann wieder ans Licht und rettete dank Gott Ninive und Jesus Christus vergleicht das er war drei Tage im Grab dort war es auch dunkel ist dann auferstanden das Licht ist auferstanden und rettete die ganze Menschheit und darum machte er diesen Vergleich und das ist das was ich dazu zu sagen habe in Kürze das war es von mir alles klar Patrick dann glaube ich dann haben wir noch mal die zweite Bestätigung geholt dann lassen wir mal den Alem sprechen ich hoffe bitte alles aus der Bibel nicht selbst interpretieren und keine Philosophie weil wenn wir über Gott sprechen dann zitieren wir nur das was in den Schriften drin steht ja und die Schrift hat immer eine Antwort übrigens Bibel steht für Bibliothek das ist wie ein Puzzle und das müssen wir hinzufügen ganz einfach deswegen bitte ehrlich sein das passt also Patrick willst du noch was hinzufügen ansonsten den spricht jetzt der Alim nein bei mir ist gut ich denke das hat gereicht dann haben wir zwei Bestätigungen okay alles klar guten Abend Salamu alaikum hört ihr mich? wir hören dich super gut wir hören dich super gut perfekt genau ich mache auch mal kurz die Vorstellung also der Bruder Al-Mujahid hat mich ja schon vorgestellt ich gehöre der Ahmadiyya Muslimgemeinde an wir persönlich ganz kurz zusammengefasst wir glauben als Muslime dass Jesus also Isa ibn Maryam der vor 2000 Jahren gelebt hat dass er am Kreuz war da gehen wir mit er war am Kreuz aber wir sagen und wir sagen sogar bestätigen dass im Koran es am Kreuz war aber nicht am Kreuz verstorben ist und unsere Argumentation geht weiter dass wir sagen dass Isa ibn Maryam also Jesus die Kreuzung überlebt hat wie gehen wir vor da hat der Bruder Al-Mujahid auch schon gesagt er und ich wir lesen gemeinsam die Bibel diskutieren auch manchmal ein paar Verse aus der Bibel und diese wollten wir halt ansprechen und mal also eure Interpretation diesbezüglich haben ganz wichtig du wiederholst gerade das was Al-Mujahidin vorhin schon gesagt hat ja ich wiederhole das damit ich meinen Part auch machen kann achso ok also ja genau kommen wir nochmal zu dem Vers was jetzt fragt dich und Patrick genau versucht haben zu erläutern dieser Vers in Matthäus 12 beginnt bei Vers 38 geht bis Vers 40 ich lese den Vers 40 nochmal genau vor da heißt es denn wie nochmal welcher Vers das ist genau derselbe Vers die haben jetzt die haben ab 38 angefangen ich lese ab 40 weil ab 40 ist der relevante Part für mich persönlich also für meinen Punkt jetzt der Part ab 40 ey Bruder es ist ja gut wenn du mich ausreden lässt weil sonst verliere ich immer mehr Flow ja ja alles gut macht tut mir leid tut mir leid also ab 40 heißt es in der Bibel denn wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein ok jetzt ist die Frage wie versteht man diesen Vers man kann diesen Vers interpretieren wie man will unsere eindeutige Frage hier in diesem Raum war wie ist dieses Gleichnis in Erfüllung gegangen in Bezug auf Jesus wenn Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war wie ist dieses Gleichnis in Jesus Erfüllung gegangen ich sage dir mal unsere Interpretation ganz kurz für die Zuschauer auch wir persönlich sagen dass Jonah wenn man ein Kapitel in der Bibel von Jonah liest heißt es dass Jonah im Bauch des Fisches war das hat der Herr Patrick auch gesagt dass Jonah im Bauch des Fisches war aber es ist sehr wichtig dass Jonah lebendig reingegangen ist im Bauch des Fisches und lebendig wieder rausgekommen ist ok und unsere Frage ist diesbezüglich wenn das ein Gleichnis ist welches Jesus selbst erwähnt hat und er hat ja dieses 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 Wort benutzt wie Jonah inwiefern ist es dann in der Erfüllung gegangen wenn Jesus tot in die Grabhülle reingegangen ist und lebendig wieder rausgekommen ist unsere Frage ist wenn es ein Gleichnis ist dann muss ja das Gleichnis auch in dem Sinn Erfüllung gegangen sein dass Jesus lebendig in die Grabhülle reingegangen ist und lebendig rausgegangen ist weil unsere Interpretation weil da können wir auch andere Versen in der Bibel besprechen das können wir danach in der nächsten Runde vielleicht machen gibt es in Johannes auch Zeichen wo man eindeutig sieht dass Jesus gar nicht tot am Kreuz war sondern in einem schein-toten Zustand er war ohnächtig das ist unsere Interpretation also die Verse können wir im Nachhinein besprechen meine eindeutige Frage an die Nächsten die danach jetzt dran sind warum kann man es gleich nicht so beziehen dass Jesus lebendig reingegangen ist in der Grabhülle und lebendig rausgekommen ist wie Jonah damals lebendig im Bauch des Fisches reingegangen ist und lebendig rausgekommen ist genau das ist mein Part meine Frage ich übergebe jetzt mal an wieder locker wieder locker geh bitte auf Jonah Kapitel 2 1 bis 2 und dann kannst du auch weiterlesen da haben sie eigentlich schon die perfekte Antwort aber ich gebe das mal weiter weil wie gesagt ich freue mich ich bin Gott froh dass ich auch mal eine Pause machen kann also dann gehen wir mal an wieder locker weiter so okay ja vielen Dank Bruder habe ich schon alles bereit schon alles hier für unsere muslimischen Brüder bereit also nur zur Erinnerung ich habe gesagt ihr dürft eine Frage stellen also ich habe extra gefragt und dann stellen wir eure Frage damit es korrekt ist also wir sind hier jetzt bei Jonah ihr habt gesagt Jonah ist lebendig im Bauch reingegangen und lebendig herausgekommen wir lesen hier Jonah im Bauch eines großen Fisches sein Gebet und seine Rettung Rettung genau genau dann sehen wir hier und der Herr entsandt eine große wieder locker weil du hast ja vier Minuten ich gebe dir einen kleinen Tipp liest von 1 bis 11 liest komplett ja ich schaue also ich denke wir müssen nicht so weit aber ich lese sonst wenn sie wollen in dem Sinn also der Jonah verschlingen sollte und Jonah war im Bauch des Fisches drei Tage und drei Nächte lang und Jonah betete betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn sein Gott und er sprach aus meinem Drangsal rief ich zum Herrn und er hörte mich aus dem Schoß des Todesreichs also aus dem Schoß des Todesreichs das heißt er ist tot danke danke also wir müssen nicht weiterlesen weil hier steht ganz klar aus dem Schoß des Todesreichs jetzt musst du nur weiterlesen und du hörst meine Stimme denn du hast mich nicht in der Tiefe geschleudert mitten ins Meer das war's das war's das war's fertig ich bin gleich wieder da ihr könnt weiter ganz weiterlesen wieder locker ganz weiter also da steht aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn und er hörte meine also er hörte mich aus dem Schoß des Todesreichs schrie ich und du erhörst meine Stimme und das ist was Jesus gemeint hat in Matthäus 12 Abvers 38 bis 40 wir sehen hier dann aus meiner Seele in mir verschmachtete dachte ich an den Herr und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel ok also wir sehen hier ganz klar dass die Prophetie die der Herr Jesus Christus in Matthäus 12 gegeben hat vollkommen also das was er gesagt hat vollkommen in Erfüll gegangen ist drei Tage und drei Nächte war der Herr Jesus Christus im Bau der Erde ein Schoß der Erde und das ist ganz klar hier wie gesagt Schoß des Todesreich schrie ich also ich kann es klar dass der Herr das ja dass er tot war als Kombination Bruder du hast ja noch eine Minute liest nochmal Matthäus 20 ab 18 sieh wir ziehen hinauf nach Jerusalem ab 17 20 Matthäus 20 17 kann es nochmal vorlesen für ihn guck mal da hat der Bruder das schon reingeschrieben Swiss Apologetics ja alles gut hat er schon reingeschrieben und aus Jesus nach Jerusalem hinaufzog nahm er die zwölf Jünger auf dem Weg beiseite und sprach zu ihnen siehe wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den obersten Priester und Schrift gelehrten ausgeliefert werden und sie werden ihn zum Tod verurteilen das ist schon mal zu der Kreuzigung was du vorhin gesagt hast das ist die Antwort das wurde schon prophezeit dem Matthäus ja dass sie ihn was verurteilen werden und dass sie ihn umbringen werden und das ist schon mal der Vers also übrigens für dich damit du Bescheid weißt Al-Mujahid ja dann mache ich weiter oder wieder locker willst du noch was sagen dann gebe ich es an Al-Mujahid einfach weiter ja gerne ja kann ich dann darauf eingehen alles klar der muss ja jetzt darauf eingehen und die Zeit mache ich bei dir jetzt mal weg okay so Dankeschön erstmal und danke für die Wortbeiträge also soweit ich das jetzt richtig verstanden habe seid ihr alle der Meinung dass Jona im Bauche des Fisches verstorben ist er aber dann wieder lebendig rausgekommen ist richtig oder nicht ist das einmal nur ganz kurz eine Verständnisfrage ganz kurz machen wir mal den Bruder hier kurz ich habe dir eine Anfrage geschickt Bruder dann kannst du reden so frag dich du kannst dich in Stummen du hast Anfrage bekommen oder frag dich wieder locker oder ich schicke einfach mal wieder locker mal eine Anfrage dann soll wieder locker einfach in Stummen ja so ja so wie im Text steht der Variante drei Tage und drei Nächte im Schuss der Todesreiche vielen Dank dann darauf erstmal wieder zurück ich habe jetzt gerade einfach selbst so einen Bibelserver es gibt ja diese Bibelserver Seite glaube ich ich habe die gerade mal geöffnet um das einfach mal mitzulesen und meine Frage ist also ich kenne es nur so auch in den Kinderbüchern die ich über Prophet Jonah also in christlichen Schulen gelesen habe das immer das so dargestellt worden ist dass Jonah überlebt hatte so und auch wenn ich das jetzt hier lese es gibt verschiedene Übersetzungen habe ich hier wo es dann heißt beispielsweise die Hoffnung für alle Übersetzungen wo es heißt ich war dem Tode nah doch du Herr hast meinen Hilferuf gehört oder in der Lutherbibel heißt es dann ich schrie aus dem Rachen des Todes und du erhört das meine Stimme die Frage ist die selbe Erklärung die Frage ist aber wofür hat er denn geschrien oder wofür hat er denn gebeten dass er aus der sozusagen aus dem Todesreich rausgeholt wird oder dass er nicht stirbt er hat gebetet ich habe das Gebet gelesen das Gebet auch die Alisa Jonas 2 in dem Sinn du da hören wie das Gebet mehr als das können wir nicht philosophieren oder diese Frage ist wieder wieder locker Bruder du hast alles schon gesagt er philosophiert darum deswegen meinte ich er ist wie denk nach guck mal tu jetzt nicht auf blöd weil sowas mag ich nicht wir haben dir das gezeigt deine Frage ganz kurz hör mir bitte kurz zu deine Frage wurde beantwortet Punkt Ende nächste Frage was willst du fragen da gibt es nicht zu philosophieren hör mal zu ich kenne deine Taktik da gibt es nicht zu philosophieren deine Frage wurde beantwortet nächste Frage komm darf ich endlich ausreden Dankeschön wenn ich das lese gehen wir nochmal von Anfang an ich finde es nicht schön dass man mir jetzt gerade ins Wort bricht und mich dann sozusagen niederschreit entschuldige mich dafür mein Bruder ist manchmal so alles gut gar kein Problem ist so albanische Temperament das ist normal gehen wir nochmal wieder zurück aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen Jona zu verschlingen und Jona war im Leibe des Fisches drei Tage und drei Nächte und Jona betete zu dem Herrn seinem Gott im Leibe des Fisches und sprach ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete er antwortete mir ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörst meine Stimme das heißt er war Jona war ja im Bauch des Riesenfisches soweit gehen wir mit er war im Bauch des Riesenfisches und wofür hat er während er im Bauch war gebetet war es weil er gerade in dem Moment tot war oder war es weil er rauskommen wollte das ist die Frage das ist eine Frage wo nicht im Text steht und du fragst uns jetzt eine Sache wo nicht im Text steht wir haben den Text vorgelesen und das ist das wir akzeptieren wir philosophieren nicht außerhalb der Bibel die Bibel gibt uns eine Sache zu verstehen Jonas war drei Tage und drei Nächte im Schoß der Todesreise und das ist Aussagen kräft genug du musst dann wenn du genau zum Beispiel ich habe jetzt den hebräischen Text vor mir ok und das steht genau gleich so wie auch in der Bibel eigentlich steht betreffend die Übersetzung und ja also in dem Sinne ich weiß nicht was du in dem Sinne mit dieser Frage wissen willst du kannst reden ich mag es nicht so zu unterbrechen dann frage ich lieber noch einmal die Frage die ich deshalb gestellt habe ist weil ja ihr könnt mir das erklären gibt es irgendwie zwei Meinungen diesbezüglich im Christentum weil ich kenne das nur so und ich habe es auch nur so gelernt auch damals in der Schule in der Grundschule es gibt ja immer diese Geschichten von Aposteln und Propheten dass Jonah das ist das ganze Wunder ja das war dass Jonah im Bauche des Fisches ja überlebt hat vielleicht könnt ihr ja darauf eingehen von wo das überhaupt kommt wenn ja dass er eigentlich so eindeutig steht dass er gestorben ist weil würde man mich jetzt fragen wie ich das verstehe und wie ich das lese dann würde ich eher verstehen dass Jonah weil er im Bauch des Riesen ähm hör mal zu ähm Moa Mo ähm dir wurde der Text vorgelesen weißt du ähm ein Lebendiger kommt nicht in den Totenreich okay Totenreich was ist für wen ist der Totenreich für die Toten die wurde es erklärt wir philosophieren hier nicht herum komm auf den Punkt was du sagen willst ich bin nur so weil ich dich gestern schon erlebt habe du tust auf freundlich und hin und her und dies und das aber dein Ziel ist ein ganz anderes Ziel was willst du damit bezwecken das ist meine Frage die wurde die Frage beantwortet mein Lieber was willst du genau wissen ein Tod ein Lebendiger kommt nicht in den Totenreich da gibt es nichts zu philosophieren zu interpretieren das ist so Punktende aus was willst du wissen komm zum Punkt eine Sache muss ich kurz klarstellen ich habe ihn nicht gemutet wir haben ja mit Zeit gerade und dass jeder halt sprechen kann ich gebe ihnen sogar noch mal diese Rede recht dass er reden kann mit Bruder frag dich ganz kurz ich muss ihn glaube ich eine Anfrage noch mal schicken jetzt du musst nur annehmen genau ok danke genau ich kann noch mal das ausführen weil die Frage weil ist ja sehr ich finde ich weiß nicht vielleicht kannst du das sagen ist die Frage von mir aus nicht berechtigt wenn man das sozusagen auch hier in Deutschland in den Schulen speziell in katholischen Schulen so gelehrt bekommen hat dass Jona ja im Bauche des Riesenfisches überlebt hat zumal er hat ja auch am Anfang gesagt dass die Übersetzungen ja alle gleich sind und wenn ich dann beispielsweise hier die Hoffnung für alle Bibel lese da heißt es dass er dem Tode nahe war und wenn ich die Worte wenn ich wirklich drauf achte und wirklich Gewicht auf das lege was hier steht auch wenn ich jetzt die Lutherbibel oder Schlachter vor mir habe da heißt es ja dass er auf dem sogar wortwörtlich aus dem Rachen des Todes oder Schoß des Todes wenn ich auf dem Schoß von jemandem sitze oder einem Rachen heißt es ja etwas nahe sein aber nicht da drin sein das steht ja nicht im Todesreich und deshalb meine berechtigte Frage aus meiner Sicht auf jeden Fall könnte das ja mal näher herkommen von wo diese Meinung herkommt wieso es diesen Zwiespalt gibt und wieso eigentlich dieser Text auch so zu verstehen ist dass er gar nicht tot war danke also ich kann mich nur wiederholen ich weiß jetzt wie gesagt nicht worauf du hinaus willst er war tot wir nehmen die Schlachterübersetzung die ist am genauesten es gibt auch mehrere Übersetzungen vom Koran wie gesagt und ihr nehmt wahrscheinlich auch die genaueste Übersetzung und wir nehmen die Schlachterübersetzung weil die oder die Ebenfelder weil die die genaueste ist dem Tode nahe er war im Totenreich er war im Totenreich nochmals im Totenreich gehen keine Lebendigen tot also ich weiß nicht worauf du immer noch hinaus willst das verstehe ich immer noch nicht was willst du komm mal zum Punkt weil wie gesagt ich hab dich gestern du hast ich noch was ich noch komm zum Punkt was ich noch hinzufügen möchte ist auch man darf auch eine Sache nicht vergessen auch an Al-Mujahid es sind auch sehr sehr viele Lehrer unterwegs ja es kann auch mal sein das was in der Schule gesagt wird dass die vielleicht ein zwei Sachen nicht beachtet haben ja also nicht jeder kann die Bibel auslegen ja klar der eine der andere der versteht es der andere der braucht halt eben ein bisschen länger um das zu verstehen aber wie gesagt ich denke ich kann mich auch nur wiederholen und das gleiche sagen was der Bruder fragt dich gesagt hat und genau ansonsten Bruder fragt dich wenn du nichts mehr sagen willst ich übergebe an Ali einen Moment einen Moment ganz kurz Bruder Flex einen Moment nochmal an alle wie gesagt ich habe den Mo gestern erlebt er ist sehr höflich gewesen gleiche Taktik wie denkt nach und er hat drumherum geredet und mir hat es einfach nicht gefallen er wollte letztendlich nichts wissen sondern war dann am Ende wie gesagt auch unhöflich und ich sehe das Problem halt hier auch er redet drumherum und will uns irgendwas beweisen auch mit den drei Tagen drei Nächten deswegen wie gesagt also meiner Meinung nach macht es gar keinen Sinn okay okay verstehe verstehe Swiss Apologetics ich würde dich auch gerne hochnehmen aber wir sind halt gerade voll hier oben einfach nur kurz Geduld haben ja ich nehme dich auch gleich hoch ist kein Problem aber ich denke mal das Thema ist schon also laut meiner Sicht aus eigentlich schon lange eigentlich beendet aber gut ich weiß jetzt nicht warum wir noch weiter daran rumhacken weil diese Interpretation die du führst oder was du von dir aus gibst so steht es nicht drinnen ja da steht nicht warum oder weshalb wieso es wird ganz genau erklärt in dem Vers und ich denke dass wir noch was anderes noch hinzufügen ich glaube das ist ja nicht richtig gut dann lasse ich mal den Patrick Altendorf nee Alim will kurz sprechen und dann lassen wir den Patrick Altendorf es muss ja fair sein wäre gut wenn ich unterbrochen und unterbrochen reden kann also dass keiner reinruft jetzt also der Bruder Al-Mujahid hat diesen Vers genannt um zu verstehen ob Jona lebendig war oder gestorben ist im Bauch des Fisches und ich habe halt nicht das erste Mal mit einem Christen über dieses Thema gesprochen darf ich dich bitte kurz unterbrechen ja ganz kurz aber kann man meine Zeit stoppen geht das sorry egal rede weiter alles gut danke schön ich will auf den Punkt hinaus dass im Christentum es Meinungsverschiedenheiten gibt ob Jona lebendig war oder tot in unserer Übersetzung die ich gerade vor mir habe ich lese nochmal vor da steht und Jona betete zu Jehova seinem Gott aus dem Bauch des Fisches und sprach ich schrie aus meinem Bedrängnis zu Jehova und er antwortete mir aus dem Schoße des Todes rief ich da steht nicht im Todesreich das gleiche warum unterbrichst du mich wieder sorry genau da steht aus dem Schoße des Todes es gibt christliche Gelehrte die das so interpretieren dass Jona nicht tot war es gibt einige die sagen er war tot wir bin schon 100% recht und ihr also flex fragt dich und wieder loka ihr glaubt es daran dass Jona tot war jetzt frage ich mich ok Jona war tot ist er dann wieder lebendig geworden ist er dann auferstanden wo steht das in der Bibel drin ok das ist meine nächste Frage an wieder loka wenn er dran kommt hast du was gesagt ne ne wir hören dir zu kannst du dich nicht stumm weil man hört mal deine Hinterkundgeräusche genau der nächste Punkt auf den ich hinausgehen will man kann jetzt diskutieren war Jona lebendig war Jona tot unsere Meinung ganz klipp und klar von Mujahid von meiner Wenigkeit wir sagen dass Jona laut der Bibel nicht tot war er war lebendig und ist lebendig wieder rausgekommen das ist unsere Meinung und ich denke es bringt auch nichts wenn ihr zu weit herum diskutieren und sagen war Jona tot war Jona lebendig war Jona tot war Jona lebendig auf den nächsten Punkt der auch sehr wichtig ist über diesen Vers den wir auch gesprochen haben zuvor diese drei Tage und drei Nächte ich habe mich gewundert warum der fragt sich so emotional geworden ist weil Al Mujahid und ich kommen ganz vernünftig rein und ganz vernünftig über dieses Thema sprechen wir wollen versuchen diesen Vers zu verstehen unsere nächste Frage ist diese drei Tage und drei Nächte da hat fragt sich behauptet es ist der jüdische Zeitkalender guck mal es sind gerade 600 Leute drin in diesem Raum erklär mir bitte diesen jüdischen Zeitkalender in Bezug auf diese drei Tage und drei Nächte und zähl mir diese einzelnen Tage von Freitag also am Sabbat Tag wo Jesus vom Kreuz abgenommen worden ist in die Grabhülle reingebracht worden ist bis Sonntag wo er laut Bibel auferstanden ist zähl mir also das ist in meinem Challenge jetzt an fragt sich oder wieder locker aus der Bibel erklären und zählen wie die drei Tage drei Nächte in Bezug auf den jüdischen Zeitkalender in Füllung gegangen sind das ist meine zweite Frage genau bist du fertig oder willst du noch was hinzufügen weil dann übergebe ich das mal weiter ne ich bin fertig ich habe zwei Fragen gestellt und ich glaube die sind angekommen ich hoffe aber auch dass ihr damit auch einverstanden seid dass wenn eure Fragen beantwortet werden dass dann die Kollegen die Brüder dass die euch dann auch mal Fragen stellen können wenn das möglich ist ja ist kein Problem also wenn wir bei diesem Thema bleiben das Thema ist ja gerade hat Jesus die Kreuzigung überlebt laut der Bibel das ist ja grob das Thema wir kommen ja mit dem mit dem Gleichnis von Jonah zum Beispiel als erstes Beispiel aus dem Vers es gibt ja weitere Verse aber die können auch meine Fragen diesbezüglich stellen wir haben kein Problem damit Jesus die Kreuzigung überlebt hat also so steht es nicht in der Bibel aber ich übergib das mal an die Brüder also ich sag dazu jetzt erstmal nichts aber ja okay dann übergebe ich es mal an Patrick ja Alin ja ist kein Problem alles klar okay ja wir sind jetzt immer noch bei der gleichen Frage bei Jonah oder sind wir schon ein bisschen weiter gegangen also ich denke mal die drei Tage die drei Tage und Nächte ja jetzt habe ich es wieder ich habe eben etwas nachgeschaut schau mal wie ich es schon erklärt habe im Judentum gilt ein angebrochener Tag als ganzer Tag das kannst du nachgoogeln das hättest du auch hast du auch sicher gemacht das weisst du das ist so darum sind es drei Tage Jesus Christus wurde am Freitag gekreuzigt und zwar am Nachmittag und das gilt als angebrochener Tag als ganzer Tag dann Samstag am Sonntag ist er auch verstanden also sind es genau drei volle Tage also drei Tage und drei Nächte und da könnt ihr wirklich selber nachgoogeln Juden fragen da könnt ihr bei Google hat ihr eh einen Jude erfunden und da könnt ihr da googeln dann werdet ihr schlau und dann müsst ihr auch diese Frage nicht stellen diese Frage sollte jeder Christ wissen und diese Frage ihr seid ja nicht die Ersten die die schon gestellt haben also geht da bitte nach ja ihr könnt das selber herausfinden da müsst ihr nicht Christen fragen also Google weiss vieles nicht alles aber das ist die Antwort und das stimmt und das können wir belegen auch mit Quelle und ja das war meine Antwort zu drei Tage und drei Nächte den Grab ok ja Patrick wenn du noch was hinzufügen möchtest mach das du hast drei Minuten Zeit ja noch mal zurück noch ganz kurz auf Jonah es soll einfach versinnlichen das Sinnbild dass Jonah ja ausgespuckt worden ist er war ja auch in der Dunkelheit und Jesus Christus hat die Dunkelheit die Finsternis hat er ja überwunden besiegt er hat den Teufel besiegt den Menschenmörder von Anfang an und als Jonah anlang kam es geht ja darum dass durch das Opferlamm durch Jesus Christus alle Menschen errettet werden die sich mit ihm mit Jesus Christus identifizieren und darum konnte Noah auch durch die Predigung Ninivea retten aber Ninivea war ja nur eine Stadt ja aber Jesus Christus hat die ganze Welt errettet jeden einzelnen Menschen und daraufhin geht es das Licht ist sehr wichtig dass ihr auf die Dunkelheit achtet ihr redet lieber war er tot war er nicht tot das interessiert keinen Mensch denn der Heilige Geist hat nicht alles in die Bibel hereingetan nur das Wichtige das ist ganz ganz wichtig dass wir das auch wissen und es geht wirklich im Wesentlichen darum dass er ans Licht kam Jonah und dann predigte und Ninivea kehrte um und Ninivea war so eine schlimme wirklich so eine schlimme Stadt und alle sind in Sacktuch gehüllt und sind umgekehrt obwohl Jonah das gar nicht wollte den hatte so 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 nicht er wollte die wirklich nicht retten ja und der Herr Jesus Christus er ist auch nach diesen drei Tagen auferstanden und dann du musst dir vorstellen man hat das Licht getötet Gott ist das Licht und er ist auferstanden denn er war tot Jesus Christus war tot darum der Tod darum werdet ihr lass mich da sogar noch was hinzufügen gerne es wird sogar prophezeit die Kreuzigung Jesu Christi wird sogar prophezeit ja dass er gepeinigt wird und alles also ich denke eigentlich müssen wir die Kreuzigung Jesu Christi nicht mehr weiterhin beweisen ich denke die Quellen sprechen für sich und Patrick hat das genau perfekt erklärt finde ich super der Bruder fragt dich hat das auch schon erklärt das mit Jonah die Verse sind eindeutig ich lese es ja selber wenn wir jetzt den Spieß umdrehen möchten dann müssten wir sagen gut hey dann nimm mal bitte die Schlachter Version und lass uns das mal aus der Schlachter Version lesen und dann haben wir eigentlich schon die Antwort also ich glaube mehr müssen wir nicht hinzufügen aber nichtdestotrotz ich lasse gleich den Patrick weitersprechen ich sehe schon die Chats die sind gerade ein bisschen unruhig an alle die eine Anfrage schicken Leute bitte es ist voll ihr müsst nur bitte ganz kurz Geduld haben bitte habt kurz Geduld ich nehme euch alle hoch das ist gar kein Problem aber bitte Geduld haben okay so okay Patrick du kannst noch weiter reden tut mir leid ja und ich möchte auch noch gleich vorgreifen weil das ist das nächste was sie ja fragen wollen weil sie leugnen ja den Tod unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz und somit auch die Auferstehung somit greifen sie das Fundament des Christentums an und wenn wir aufschlagen im Johannes Evangelium Kapitel 19 ab Vers 33 lese ich schnell vor als sie aber zu Jesus kamen und sahen dass er schon gestorben war zerschlugen sie ihm die Beine nicht sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus und du kannst jeden Arzt fragen ja dass wenn man stirbt kommt Blut und Wasser Jesus Christus das ist der Beweis dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und das bin ich am Ende Amen 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 sehr schön gesagt ich glaube mehr müssen wir nicht hinzufügen gut dann machen wir jetzt mal Alvaro Alvaro jetzt ist Alvaro da oder ist er nicht da okay er ist nicht da nicht so schlimm okay dann müssen wir ihn kurz runter setzen ähm dann machen wir jetzt mal ohne Zeit ja und ich möchte bitte Leute es ist sehr respektvoll gerade das gefällt mir das ist eine eine sehr gute Ruhe ja äh was wichtig ist noch hinzuzufügen obendrauf zu den angebrochenen Tag dürfen wir nicht vergessen dass es bei der Kreuzigung es wird ja erwähnt dass es auch dunkel wurde ne und wann beginnt dann der neue Tag wenn es dunkel wird kannst du bitte groß machen schnell Bruder äh ganz kurz Raphael wenn du ich wollte noch kurz sagen ich wollte noch kurzer sagen Flex Flex schaut wir müssen eine Sache als Christen und als alle Leute die die Schriften lesen genau betrachten okay was Hoffnung für alle sagt was eb sagt etc wenn wir uns nicht einig sind okay mit dem was drin steht in Bezug auf wenn das eine sagt sagt so das andere sagt so dann lest bitte auf Hebräisch okay und Hebräisch wird dir schwarz auf weiß sagen er war tot klar wenn du genau guckst diese Schlachterversion wo die Schlachterversion äh Jonah Kapitel 2 Vers 7 klar wenn du es lieben liest er wurde aus dem Grab herausgeführt Gott hat ihn rausgeholt okay da steht da ganz klar drin wir brauchen darüber nicht zu diskutieren und wenn du sagst oh die Christen sind sich nicht einig weil der eine sagt das der andere sagt das dann lest bitte auf Hebräisch weil das Hebräische sagt auch klar er war tot also wir brauchen Raphael es geht nicht um Jesus sondern Jonah wir haben gerade über Jonah gesprochen nein ich meine ja generell es geht um Jonah es geht um Jonah es geht um Jonah schwarz auf weiß er war tot das wollte ich klar nochmal gesagt haben weil nicht hier diese rummachen er steht schwarz auf weiß auf Hebräisch er war tot und wenn es auf Hebräisch steht originale Text er war tot dann gibt es keine Diskussion weil wenn wir Koran lesen auf Arabisch ne und auf Englisch steht anders dann diskutieren wir auch nicht dann nehmen wir das was auf Arabisch steht und auf Hebräisch steht er war tot also brauchen wir nicht darüber diskutieren fertig Raphael kurz kann ich mich bitte groß machen und ich bitte euch zwei Muslime daran denken dass wir gesagt haben ihr stellt eine Frage nicht zwei und dann stellen wir euch eine Frage und die geht darauf ein also wenn ihr korrekt seid dann akzeptiert ihr das ich möchte nur kurz auf eine Sache eingehen Alim und Mojahid ich glaube die Antwort ist klar und deutlich ich glaube da gibt es eigentlich nichts was man hinzufügen kann bin ich ganz ehrlich aber seid ihr mit der Antwort zufrieden? ich habe eine Frage jetzt nicht auf diese drei jetzt nicht auf Jona bezogen da würden wir jetzt nur noch im Kreis drehen deshalb nein nein wir drehen nicht im Kreis warte ich schnell das mit Jona wir akzeptieren nicht dass ihr sagt wir drehen uns im Kreis warte ich schnell ich bin ganz ruhig ich bin die ganze Zeit ruhig ich habe nie mal ein Willi Willop ich zeige das ist respektvoll dann zu schnell warten du hast gesagt das drehen Kreis wir drehen uns nicht im Kreis hier steht im Bauch der Erde wenn du im Bauch bist dann bist du im Tote Reich drin und dann können wir mit dem Spiel machen also darum ich will nicht akzeptieren dass ihr sagt wir drehen uns im Kreis die Sache ist klar das was ihr sagt stinkt nicht sondern das was wir sagen stinkt Jona war drei Tage und drei Nächte im Bauch der Erde und dann sehen wir hier bei Vers 6 die Wasser umringten mich bis in die Seele die Tiefe und gab mich Meeresgras und schlag meine Haupt und wir können da weiterlesen und wenn wir hier also auf Hebräisch schauen wie der Bruder vorher gesagt hat lese bitte Vers 7 bitte noch Vers 7 lesen bitte Vers 7 habe ich schon bitte nochmal nochmal zum Verständnis zu dem Grunde der Berge sank ich hinunter die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt da hast du Herr mein Gott mein Leben aus dem Grab herausgeführt ja der Vers ist ein Dritten also ganz klar es gibt ich bitte einfach darum nicht die Leute die zuhören probieren zu verwirren indem er sagt wir drehen uns im Kreis oder ist nicht klar ihr müsst akzeptieren dass das was wir euch zeigen ganz klar ist und keine Diskussion gibt es gibt da keine Diskussion also jetzt darfst du bitte bitte ununterbrochen bitte lasst den Mujahid und Alim auch bitte sprechen Leute bitte redet die nicht rein weil die sind respektvoll ist ganz wichtig lasst die beiden sprechen wenn sie fertig sind dann können wir auch reden das ist kein Problem aber der Vers ist eindeutig da brauchen wir uns eigentlich nicht um den Kreis mehr drehen ich denke das hat sich eigentlich schon längst also ist schon für mich längst beendet ja ich also Alim wenn du erst mal laubst oder willst du erst mal was sagen ja also ich habe ja davor zwei Fragen in den Raum gestellt und der Flex hat gefragt wurden die Fragen beantwortet guck mal ich habe am Anfang gesagt es gibt verschiedene Meinungen bezüglich Jona laut der Bibel es gibt Christen die behaupten er sei tot es gibt wieder auch wiederum auch Christen die sagen er sei nicht tot und meine ganz einfache Frage jetzt auch in dieser Runde gestellt da müsst ihr auch ehrlich sein gibt es Christen die behaupten dass Jona nicht tot war ist unwirtig der Text habe wir euch gezeigt den Text ich gebe mal Alim die Antwort ich habe vorhin ja etwas den Al-Mujahid gesagt ich habe den Mujahid gesagt es gibt Menschen die die Bibel vielleicht nicht richtig verstehen und sagen hey er war nicht tot dann gibt es wieder Christen die was es verstanden haben was da drin steht und sagen hey er ist gestorben er war im Totenreich deswegen bitte so viel musst du auch verstehen dass auch bei euch Gelehrte gibt die sich mit gewissen Sachen nicht einig sind ja 100% genau und so gibt es auch im Christentum das heißt die Unitarier sagen hey nein Jesus ist nicht Gott sondern er sitzt zum Rechten Gottes wir Trinitarier sagen aber was Jesus Christus ist Gott ja und somit haben wir wieder zwei Parteien die sich quasi uneinig sind aber die Trinität ist in der Bibel zu finden da brauchen wir eigentlich nichts mehr hinzufügen und genau zu deiner Frage ich hoffe ich konnte sie beantworten ja du konntest sie beantworten und ich finde auch gut dass du ehrlich warst der Punkt ist auf den ich hinausgehen will es gibt diese Meinungsverschiedenheiten und wir haben zum Beispiel gestern für dich auch Flex wir waren gestern auch auf TikTok live und da haben wir auch mit Christen ganz vernünftig gesprochen und seine Meinung war zum Beispiel dass Jonah nicht tot war und dann sind wir weiter vorgegangen haben ganz anders argumentiert und jetzt stehen wir hier mit wieder mit Flex mit fragtisch und Patrick die oder Raphael auch die behaupten dass Jonah tot war ein Todesreif also Entschuldigung warum unterbrichst du ja ich habe gar nicht richtig zu reden wieder locker genau genau auf den Punkt ganz kurz nochmal damit wir das mit Jonah abhaken weil eure Meinung haben wir ganz klar verstanden ihr behauptet Jonah war tot man kann sich darüber streiten das würde ich erstmal abhaken auf den Punkt von Patrick will ich nochmal kurz hinaus also Entschuldigung Entschuldigung bleibe wir bitte schnell bei dem weil also schau mal ich sage nur einmal also lass mich bitte jetzt auch mal aussprechen ich kann nein wieder eine Frage eine Frage habe ich gestellt wir bleiben bei dieser Frage wir bleiben einfach bei der Frage nicht flüchten ihr behauptet eine Sache die nicht stimmt es gibt keine Meinungsverschiedenheit die Juden geben klar viele Menschen schreiben da unter sogar schau mal die Schwester hat da was ganz schönes geschrieben die Schwester glückselige Hoffnung okay es gibt keine Meinungsverschiedenheit der Text ist klar er war tot keine Meinungsverschiedenheit der Text ist klar warum hast du mich unter respektlos oder nicht respektlos ich habe eine Frage und die wollte immer weiter fragestellen eine Sache ich habe da ganz kurz du darfst dann auch ganz kurz ich habe davor zwei Fragen gestellt okay und der Patrick auf beide Fragen geantwortet mit einer Antwort habe ich jetzt die Antwort hingenommen habe gesagt okay ihr glaubt daran dass Jona tot war wir persönlich glauben nicht dass er tot war das ist jetzt einfach so fertig die Zuschauer können ja selbst entscheiden an was die glauben so okay ich muss jetzt mein Grätschen ganz kurz ganz kurz ich muss meine fünf sein dafür bitte Jungs das geht doch nicht okay ich mache das jetzt ein bisschen anders ich mache das jetzt ein bisschen anders kleinen Moment Alim ich gebe dir Rede recht kurz und dann kannst du reden alles gut Dankeschön genau jetzt ich habe eine Punkte genau der Patrick ist auf zwei Punkte eingegangen ich habe einmal die Frage gestellt er soll das mit Jona beantworten die andere Frage war mit den drei Tagen und drei Nächten er hat gesagt er hat gesagt Alim schlag die Bibel selbst auf und kannst die jüdische Zeitrechnung nehmen und die drei Tage drei Nächte kannst du selbst nachschauen etc meine explizite Frage war davor und ich will das einer die wirklich beantwortet vor den Zuschauern hier ihr kennt euch ja mit der jüdischen Zeitrechnung aus so meine Frage ist ich gehe so weit mit dass ich sage mit der jüdischen Zeitrechnung gehen die drei Tage in Erfüllung die gehen 100% in Erfüllung 100% aber die drei Nächte gehen niemals in Erfüllung wenn man so mitgeht wie Patrick es davor gesagt hat der Patrick hat gesagt Jesus wurde Freitagabend wurde vom Kreuz abgenommen und wenn wir die Bibel lesen ich muss die Stelle nochmal genau raussuchen aber ich glaube da geht der 100% mit wurde Jesus kam Jesus am Sonntag von der Grabhöhle kam er raus das ist ja Sonntag morgens war das oder Vormittag ich muss nochmal genau nachschauen wann das genau war aber es war auf jeden Fall Sonntag Vormittag meine Frage ist genau an Patrick oder an Wiederlocker beweist mir bitte aus der jüdischen Zeitrechnung dass die drei Nächte in Erfüllung gegangen sind ganz simple Frage okay jetzt hast du die Frage wieder anders gestellt weil vorhin hast okay egal alles gut dann gebe ich das mal an Patrick und dann werde ich meinen Senf dazu geben gleich du meintest gerade ich habe die Frage davor anders gestellt was meinst du damit? also wie habe ich dir anders gestellt? du hast ja bezüglich der Kreuzigung gesagt bei euch wurde der Jesus er ist bei euch nicht gestorben und du wolltest ja anhand der Bibel wissen ob Jesus gestorben ist und das haben wir dir ja beantwortet sein Fleisch ist gestorben ich glaube vielleicht wenn du den Zuschauer fragst ich habe zwei Fragen gestellt ich habe zwei Fragen gestellt die erste Frage war ob Jonah überlebt hat zeigt mir das aus der Bibel das war die erste Frage die zweite Frage war wie sind die drei Tage und drei Nächte in Erfüllung gegangen laut der jüdischen Zeitrechnung laut der jüdischen Zeitrechnung laut der jüdischen Zeitrechnung das habe ich gefragt oder nicht? nee nee das passt das passt genau und jetzt habe ich gefragt die drei Tage gehen in Erfüllung aber zeigt mir bitte aus der Bibel wie gehen die drei Nächte laut der jüdischen Zeitrechnung in Erfüllung okay steht es da drin wie gehen die drei Tage in Erfüllung steht es da drin in dem Vers? nein im Vers steht ich kann den Vers nochmal vorlesen da heißt es denn Jonah ganz kurz bitte sorry wenn ich dich unterbreche steht es genau da drin so wie du es gerade gesagt hast was meinst du was im Vers steht? das ist doch keine Frage ich meine wie ist dieses Gleichnis in drei Tage und drei Nächte in Erfüllung gegangen? war Jesus drei Tage und drei Nächte im Schose der Erde? war er drei Tage und drei Nächte in der Grabhöhle? das ist meine Frage und ich habe gesagt die drei Tage gehen laut jüdischer Zeitrechnung gehen die in Erfüllung das habe ich gesagt aber zeigt mir bitte ob die drei Nächte laut jüdischer Zeitrechnung Erfüllung gehen ich glaube ich habe das dritte Mal meine Frage wiederholt alles gut ich schlage selber meinen Computer kurz auf ich habe es zugemacht ich übergib es aber kurz an Patrick ich habe gleich die Antwort aber ich lasse mal Patrick reden ja nochmals du hast die Frage einfach ein bisschen umgedreht schau mal du kannst es selber in Google habe ich gesagt Google wo ein Jude erfunden hat du kannst es in Google nachschlagen und du siehst dass im Judentum ein angebrochener Tag als ganzer gilt und du musst auch schauen dass der Tag im Judentum anders ist als die Tage wie bei uns das ist ganz ganz wichtig und darum wollte ich dir ja nicht gerade alles vor die Nase setzen damit du auch ein bisschen nachschlägst denn wenn du nachschlägst und du suchst dann wirst du eben die Wahrheit finden und das ist das was ich möchte dass ihr die Wahrheit findet dass ihr den Herrn Jesus Christus findet denn wenn ihr nur fragt und fragt und es nicht glaubt dass ein angebrochener Tag bei den Juden als ganzer gilt dann werdet ihr nie zu der Wahrheit kommen wenn ihr aber jetzt auf die Suche begebt bei Google im Judentum euch mit dem Kalender mit den Tagen mit den Nacht- und Tageszeiten auseinandersetzt dann merkt ihr tatsächlich der Herr Jesus Christus war drei Nächte und drei Tage war er wie es so steht in der Bibel und das ist wichtig denn auch hier greift ihr wieder das Fundament des Christentums an ja das muss ich so sagen das ist meine Pflicht sucht selber fragt uns nicht den Satz hinten und dreht ihn dann wieder ein bisschen um sondern es ist so ihr könnt das jetzt so nehmen und wenn das Ding vorbei ist geht suchen und ihr werdet finden darum sagt sagt auch die Bibel wer sucht der findet das war's okay dann übergebe ich mal an Mojahid ich glaube der möchte was sagen und dann lasse ich Bruder frag dich dann wieder Patrick willst du noch was hinzufügen oder nein es ist es ist es ist sehr eine angenehme Runde ich höre gern zu danke vielmals dann gebe ich weiter an Mojahid alles klar erstmal vielen Dank auch danke Patrick für deine Wortmeldung ich habe wie du es empfohlen hast Google aufgeschlagen und damit du nicht alles wie du gesagt hast vordiktieren musst ich kann dir auch ganz kurz meine Kamera drehen ich habe einfach mal jüdische Zeitrechnung eingegeben auf Wikipedia und hier steht wortwörtlich wenn du das eingibst auf Wikipedia im vereinfachten Zeitmaß beginnt der jüdische Tag unabhängig vom Sonnenuntergang um 18 Uhr Abend also sozusagen zum Sonnenuntergang 18 Uhr Abend ist dann der neue Tag im Judentum damit wir das erstmal festgehalten haben so jetzt einmal wieder darauf zurück damit wir jetzt mit diesem Wissen arbeiten können das ist nebenbei erwähnt genau dasselbe wie beim Islam der Islam da beginnt der Tag von Fajr von morgens bis Sonnenuntergang und dann ab nach Sonnenuntergang ist der neue Tag angebrochen und das nennt ihr also dieses sozusagen weil es nicht 24 Stunden sind von 0 bis Mitternacht oder so nennt ihr das angebrochenen Tag aber das sagen wir ist dasselbe wie beim Islam während die Sonne auf ist also während es Licht Tageslicht ist von morgens bis 18 Uhr haben wir den Tag und nach 18 Uhr wenn die Sonne untergegangen ist den neuen Tag und darauf jetzt zurück nachdem wir jetzt das festgestellt haben was jetzt wie der Tag eigentlich im Judentum funktioniert was by the way dasselbe wie beim Islam ist hatte ich auch das aufgeschrieben was Patrick gesagt hat und das fand ich deshalb gut Patrick hat ja auch nochmal festgehalten dass am Freitag Jesu Christi gestorben ist also gekreuzigt worden ist und am Sonntag ist er auferstanden selbst wenn wir und das ist das was Aline gesagt hat und die Frage wurde deshalb nicht beantwortet selbst wenn wir mitgehen dass diese drei Tage irgendwie erfüllt worden sind wo wir anderer Meinung sind kann man auch drauf eingehen wie das gemeint ist könnt ihr gerne gleich alles machen wurden auf jeden Fall nicht die drei Nächte erfüllt weil wir haben die Nacht von Freitag auf Samstag und die Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Nächte mehr sind es nicht und jetzt zu sagen da gibt es dieses eine Gegenargument am Freitag waren ja die paar Stunden Dunkelheit was man in der Bibel lesen kann wo dann es diese ganzen Naturereignisse gab es gibt einen Unterschied zwischen paar Stunden dunkel wie bei einer beispielsweise Sonnenfinsternis und ja auch für gewisse Momente ist die Erde verfinstert und der Nacht der Nacht ist es durchgehend dunkel bis wieder Sonnenaufgang von daher sind es auf jeden Fall nicht die drei Tage erfüllt wenn würde ich bitte drum bitten wie es erfüllt worden ist ich danke okay also ist nicht ganz ist auf jeden Fall falsch wie du das gesagt hast aber okay ich lasse mal wieder locker weil die Leute wollen dass wieder locker spricht Swiss Apologetics will unbedingt hochkommen der soll eine Anfrage schicken Raphael redet kurz wenn Raphael fertig ist nehme ich Swiss Apologetics hoch okay alles klar Mujahid willst du noch was hinzufügen oder passt das das passt soweit also ich würde nur darauf hin verändern nochmal diese drei Nächte das wäre wichtig okay alles klar danke Bruder also in dem Sinn ich konnte darauf eingehen aber ich bitte zu beachten dass bevor wir angefangen haben habe gesagt eine Frage eine Frage warum ich kenne eure Tatik ich komme mit einer Frage dann kommt die zweite dann die dritte die vierte die fünfte und ich mache weiter und weiter und weiter und ich wollte auf gar nichts antworten und diese Spiele will ich nicht mitmachen wie gesagt ich kann darauf eingehen ich kann auch antworten es gibt verschiedene Auslegungen was das angeht betreffen Großabbat Kleinsabbat wann genau also wir können auch in die Bibel schauen wann der Herr Jesus Christus genau gestorben ist ist Zeit angegeben wir können das alles machen aber ich merke einfach dass also wie gesagt ich debattiere gerne aber ihr sagt respektlos wenn ihr was dazu sagen will ihr wollt dazu reden und ihr seid nicht korrekt warum eine Frage habt ihr gestellt mit Jonas wir sind darauf eingegangen und dann möchte ich euch islamische Frage stellen und dann gehen wir auf eure Sache ein jetzt haben die Brüder sich bemüht auf euch einzugehen das findet ihr auch schön so die sind auf eure Sache eingegangen wie gesagt das mit Jonas ihr habt einfach gesagt in dem Sinn ja ist Minusverschiedenheit es gibt keine Minusverschiedenheit der Text ist klar wir akzeptieren was in der Bibel steht und nicht was irgendjemand sagt oder jemand oder was auch immer weil islamisch gesehen seid ihr auch eine Sekte und habt andere Meinung schlussendlich wenn wir dann das anschauen kann ich auch sagen ja da hat eine andere Meinung dann ist das was wir akzeptieren nein ich gehe mit eurer Hand eurer Schriften ich lese was da drin steht und sage wie da steht da drin wenn er steht im Bauch der Erde dann ist er im Bauch der Erde wenn er steht da aus dem Grab herausgeführt also mein Leben aus dem Grab herausgeführt dann ist klar er war tot es gibt keine Diskussion aber ist das was ich sage ihr kommt und wollt die Leute die Zuhörer dann manipulieren indem sie sagen ja das ist Minusverschiedenheit man kann auch anders verstehen nein es ist klar Jonas war tot ich mache das jetzt auch noch viel viel einfacher wir geben jetzt eine biblische Antwort eine ganz klipp und klare Antwort ich möchte bitte dass Al-Mujahid und Alim bitte auf Matthäus Kapitel 12 Vers 40 gehen und da habt ihr eure klare Antwort ich glaube mehr muss ich da nicht hinzufügen bitte Bruder ich gehe da unten weil ich muss auch bis machen ich danke für alles und dann entweder der Swiss oder die Schwester Voltano Hoge Ladies First wenn du willst die glückselige Hoffnung wie du willst mein Bruder aber wie gesagt ich merke schon wo das hinführt und das wird da geflüchtet und so ich kann leider nicht nein wir haben die Zahlenvers alles gut also jetzt gibt es noch mehr ich wünsche euch alle Gottes Segen euch und eurer Familie anderes mal gerne ich höre gerne von unten zu ich muss eben mein Hotel auch aufladen ob ich es machen und ja Gottes Segen Gottes Segen ich hätte gerne nachher noch eine Frage gestellt aber anderes mal und Mujahid wenn du zu mir kommst mal ohne Beleidigung mit deinem besten Kollegen denke nach können wir gerne mal darüber sprechen okay komm mal zu mir da würde mich sehr freuen oder wenn ich da bin komm schon mal hier also Gottes Segen alle euch und eurer Familie vielen Dank Flex weiter so dein Problem also Shalom alles zusammen ich bin stolz auf meine Brüder hier so also bitte Mujahid ich möchte dass du auf Matthäus 1240 eingehst und das auch für uns mal vorliest ich lade jetzt mal Swiss Apologetics hoch und dann lade ich dann Umbi ja es muss fair sein Leute ich muss es ja jedem recht machen oder ganz kurz ich habe eine Frage und zwar möchtet ihr konvertieren oder warum wollt ihr das jetzt so genau was ist jetzt so wichtig daran wie gesagt wir haben euch das so gut wie es ging erklärt ich habe auch vorhin Esther genommen habe auch das zitiert wie es bei Esther war und zudem hier einen Moment ganz kurz Flex hast du die Zeilen ja so wir lesen 1. Mose 1 die Schöpfung was ja und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht und es wurde Abend und es wurde Morgen ein Tag ok jetzt und guten Abend erstmal alle zusammen und zwar wegen dieser Geschichte mit den drei Tagen und zwar drei Nächten es ist so Jesus wurde ja am Freitag gekreuzigt das war wohl um die neunte Stunde das heißt für uns so etwa 15 Uhr und da war dieser eine Tag schon angebrochen und das gilt das ist einfach nach jüdischer Zeitrechnung so das hat jetzt nichts mit Logik oder Unlogik zu tun aber in der jüdischen Zeitrechnung ist es tatsächlich so dass wenn ein Tag angebrochen ist sowohl die Nacht als auch der Tag gezählt wird das heißt um 15 Uhr war die erste Nacht schon vorbei und der erste Tag schon quasi vorbei und das gilt als ein Tag und dann wurde es Abend und es war schon dann die zweite Nacht und deswegen ist das mit den drei Tagen und drei Nächten schon tatsächlich auch erfüllt wir lesen dann auch weiter kurz ein Moment wir lesen noch weiter weil der beharrt auf dieses auf diese unbedingt warum hast du mir weggemacht wo ist es mit den und es wurde finstern ist Bruder, tu mir einen Gefallen lies mal bitte für ihn den Vers bitte vor es ist klar und deutlich das ist der Matthäus 12,40 bitte lies ihn das mal bitte vor ich bin jetzt nicht am Computer ja einen Moment, einen Moment, ganz kurz Matthäus 27,45 so aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde so und jetzt wie gesagt nochmal und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht und da ist schon der zweite Tag mein Lieber wie gesagt es macht keinen Sinn du willst jetzt nochmal hier diskutieren hin und her komm auf den Punkt worauf wollt ihr hinaus die drei Tage wurden erfüllt Jesus ist Gott nehmt ihn an ihr werdet da rettet nehmt ihn nicht an bleibt ihr im Finsternis mein Lieber ganz einfache Geschichte wollt ihr in der Finsternis bleiben sicherlich nicht Jesus sagt ich bin das Licht kommt zum Licht und in diesem Sinne gehe ich jetzt schlafen meine Lieben Gottes Segen an alle gute Nacht das hast du sehr sehr schön gesagt Bruder aber bitte lese den nochmal 12,40 mal vor okay Matthäus 12,40 ja genau denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches war so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein das war's das war's okay meine Lieben wie gesagt nehmt Jesus an ihr habt den freien Willen wandelt nicht in der Finsternis Jesus hat gesagt und keiner hat es zuvor gesagt ich bin das Leben ich bin das Brot des Lebens ich bin der Weg ich bin die Wahrheit ich bin das Licht es gibt keinen Propheten niemanden zeigt mir im Koran irgendeinen oder auch im Alten Testament der das zuvor gesagt hat nur Gott ist das Leben nur Gott ist das Licht nur Gott ist die Wahrheit Halleluja Amen 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 Mujahid will noch reden und Bruder frag dich ich küsse dein Herz Bruder wir telefonieren dann morgen früh okay Bruder Gottes Segen gute Nacht an alle gute Nacht gute Nacht Bruder ich lass mal den Mujahid sprechen warte ganz kurz Flex ich war dran okay Bruder alles gut beruhig dich oha man beruhig dich oha sorry der greift mich hier gleich an ey Flex Flex ich will eigentlich nicht viel sagen ich will eigentlich nicht viel sagen ich will nur was kurzes sagen weil ich hab ne Schwester hier drin die sehr gebildet ist in dem Sinne ich folge da auch persönlich ne aber ähm ich wollte dass du sie für mich an meiner Stelle rein machst weißt du das ist die glückselig Hoffnung die muss sie in der Anfrage gesendet haben mal sehen ob sie noch drin ist ne ok wenn sie noch guck mal wenn sie noch drin ist mach sie mal bitte rein weil von der her lerne ich persönlich selber noch viel das einzige was ich das einzige was ich sagen wollte okay du lässt dich von einer Frau nein ich folge ihr auf kein face to face lernen kein kein individual nein 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 nicht falsch denken ähm was ich sagen wollte was ich sagen wollte okay das ist eine Frage die ich mir persönlich stelle und dann können die anderen es ja auch beantworten von 0 bis 6 Uhr 0 bis 6 Uhr ne abend okay ist ja dunkel ab 6 Uhr geht die Sonne auf 18 Uhr geht die Sonne wieder unter und dann ist wieder dunkel okay das heißt wir haben an einem Tag das Geschehen dass es zweimal dunkel wird meine Frage ja glückselig Hoffnung ist jetzt drin die Frage die ich mir jetzt stelle ist wir haben einen Tag und es wird zweimal dunkel wie wird das jetzt gewertet das macht ihr jetzt unter euch glückselig mit Hoffnung ist jetzt da ich hab mir versprochen im Chat dass ich versuche dass ihr reinkommt ich geh jetzt hier raus und ich hör mir das an weil mit dem Thema 3 Tage 3 Nächte so ich hab jetzt nicht gerechnet ich bin kein Mathematiker das gibt's andere die das rechnen können deswegen hab ich sie gerufen bei anderen Themen bin ich da aber ich muss wie gesagt eigentlich raus deswegen hab ich aus Respekt direkt gewartet deswegen hab ich gesagt Flex ich bin dran ich will dass die Dame die kann das perfekt erklären die anderen Christen und und letzte Sache damit ich jetzt rausgehe bitte okay bitte bitte stellt den Gegenfragen weil jetzt wenn wir die zweite Frage beantwortet haben ne bitte Gegenfragen nicht hier wegrennen dies das wenn ich möchte wenn ich will hätte ich ja Gegenfragen stellen können ähm das mach ich aber jetzt nicht weil sie sind ja mit Respekt hier reingekommen deswegen aber ich mein mit Gegenfragen dass wir auch was über ihre Religion fragen das mein ich alles gut die sind ja mit Respekt hier reingekommen die sind ja nicht gekommen um äh keine Ahnung ähm jetzt die Bibel runterzubuttern so höre ich das jetzt nicht raus ja ähm aber genau wir werden auf jeden Fall eine Gegenfrage stellen das ist gar keine Frage aber jetzt machen wir erstmal eins nach dem eins nach dem anderen Film ich hoffe dass die beiden ehrlich sind und äh nicht gekommen sind um eine Ahnung ja und ich gebe jetzt ich gebe bitte weiter glückselige Hoffnung und Flex ich komme dann ich muss fair sein ich muss fair sein Mujahid hat sich gemeldet der will unbedingt was sagen ich lasse ihn kurz sprechen und dann äh Swiss Apologetics dann glückselig und dann Patrick und dann Alim ich denke mal okay beruhig dich okay komm runter alles okay 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 ciao 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 Bruderherz ai 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 jetzt so ähm danke erstmal auch danke für die ganzen anderen Wortbeiträge und danke Flex für die Fairheit ich wollte nochmal ganz kurz zu etwas erwähnen noch was sagen was ähm Navida Luca noch erzählt hat nicht inhaltlich ist sondern eher auf das was er nebenbei erwähnt hatte wir sind ja eigentlich nur beim selben Thema das sind ja nur Nachfragen die gestellt werden zu der ersten Frage nämlich Matthäus 1240 deshalb sind wir bei der ersten Frage noch tatsächlich das sind ja nur kleine Minipunkte die dazu gekommen sind um 1240 zu verstehen deshalb sind wir dafür wenn ihr Fragen habt können wir das ja nach denen diese Frage geklärt ist gerne auch besprechen haben wir gar kein Problem mit äh jetzt einmal zu den zwei Aussagen wir konnten nochmal festhalten Freitag wurde Jesu Christi gekreuzigt da hat der Patrick uns bestätigt die Schwester hat ja noch äh von ähm frag dich ich weiß jetzt nicht irgendwie da war ja eine Schwester am Hintergrund zu hören der hat er uns nochmal nochmal spezifiziert und meinte 15 Uhr wurde er gekreuzigt oder ist sein äh wurde sein Leib dann gekreuzigt wie er das auch sagt und dann gab es zwei Antworten als Tag bitte vergiss das nicht wie gesagt also ich hab ja das wie Patrick das gesagt hat ich sollte ja googeln und Wikipedia vorlesen und da hab ich das ja auch vorgelesen dass es wenn die Sonne hell ist also wenn es hell ist dass es der Tag ist und wenn es dunkel ist bis zum nächsten Tagesanbruch es dann die Nacht ist okay das ist ja was Wikipedia mir vorgesehen deshalb hatte ich das auch vorhin vorgelesen ähm selbst wenn wir mitgehen das sind Tage haben wir gar kein Problem mit wirklich und da gab es jetzt zwei Antworten die wurden zwischenzeitlich reingebracht und eine Frage von mir die wurde nicht beantwortet die zwei Antworten die reingebracht worden sind ist das eine wo ähm der fraglich gesagt hat ja als es zwischenzeitlich dunkel wurde ne die paar Stunden die es dunkel waren wegen diesen Naturereignissen das liest man ja auch aus der Bibel dass das als Nacht gewertet wird da ist meine Gegenfrage wo die jüdischen Gelehrten oder wo haben Juden äh beispielsweise eine Sonnenfinsternis oder eine äh stündige sozusagen Finsternis als Nacht gewertet das ist die erste Frage äh weil das nirgendwo kurz was hinzufügen gerne ok ähm was du aber nicht beachtet hast ähm was ist denn mit den äh angebrochenen Tagen warum ignorierst du die ich ignoriere sie nicht ich würde es auch nochmal erklären aus meiner also so wie ich das jetzt hier lese Wikipedia so wie es Patrick gesagt hat ich soll googeln weil Google ja von den Juden gemacht worden ist wie er das so gesagt hat ähm ähm Google und Wikipedia sagt dir ganz eindeutig ich lese nochmal vor im vereinfachten Zeimast beginnt der jüdische Tag unabhängig vom Sonnenuntergang um 18 Uhr am Abend 6 Uhr jüdische Zeit entspricht daher 24 6 Uhr jüdische Zeit entspricht daher 24 oder 0 Uhr bürgerliche Zeit das was wir jetzt haben einfach ganz einfach erklärt wenn die Sonne auf ist wenn es hell ist ist es sozusagen Tag und wenn die wenn Sonnenuntergang einbricht haben wir dann die Nacht so wie es im Islam ist es ist im Islam dasselbe tatsächlich von Fajr bis Mahrib haben wir den Tag ab nach Mahrib haben wir den neuen Tag das ist der neue Tag angebrochen das ist deshalb meine ich es ist ein der angebrochenen Tag das nennt ihr angebrochen aus dem Grund nennt ihr das angebrochen weil es bei denen kein 24 Stunden Konzept ist ihr habt ja jetzt im 21. Jahrhundert ein 24 Stunden Konzept deshalb nennt ihr das was wir so bezeichnen als angebrochenen Tag jetzt würde ich nochmal das beantworten was ich jetzt gerade äh sagen möchte äh der fragt sich hat gesagt ja äh das war ein paar Stunden dunkel und dementsprechend wird es jetzt nachgewertet da die Gegenfrage welcher jüdische Gelehrte nimmt eine teilzeitige Dunkelheit als eine komplette Nacht selbst dem was er vorgelesen hat oder was seine die Schwester im Hintergrund vorgelesen hatte hieß es dann dass wenn die Nacht wieder also aus der Nacht daraus der Tag wieder einbricht dass das dann die Nacht war das zweite ist wenn man damit mitgeht und das ist die was Raphael vorhin gefragt hat er hat gesagt es gibt ja zwei Nächte einmal sozusagen die Nacht nach 18 Uhr und dann wenn der neue Tag einbricht die Nacht davor ähm die Aussage ist daher falsch aus der jüdischen Perspektive weil sie keinen also keine Null Uhr Strichlinie haben wo man sagen kann okay das war der Teil der Nacht der davor zum Tag gehört und das war der Teil der Nacht der danach gehört also seine Aussage hat eine Prämisse und die Prämisse ist dass es ein Null Uhr irgendwie so in Mitternacht gibt um zu sagen das ist davor und das ist danach deshalb gibt es diese Zwei-Nacht-Theorie an einem Tag nicht haltbar und auch nicht mit der jüdischen Zeitrechnung vereinbar jetzt nochmal meine Frage die vorhin von Widerloka nicht beantwortet worden ist da war ich auch eigentlich sehr skeptisch weil war eine einfache Frage Jesu Christi war am Freitag gekreuzigt okay gegen Mittag 15 Uhr meinetwegen war der Tag erfüllt sage ich sogar ganzer Tag gar kein Problem damit okay Freitag die Nacht zum Samstag Samstag die Nacht zum Sonntag das sind zwei Nächte Sonntag war er weg das sind keine drei Nächte und wenn dann beweist mir bitte anhand dieser jüdischen Zeitrechnung wie wir jetzt dreimal durchgegangen sind wo bitte die drei Nächte ich will es wirklich wissen also wenn ihr mir das zeigen können anhand der jüdischen Zeitrechnung wo hier dreimal komplette Dunkelheit war bis der Tag wieder neu aufging Dankeschön alles klar okay das schön gesagt aber ich glaube wir haben es dir egal egal ich lasse mal Swiss reden und dann füge ich was hinzu Swiss Apologetics du bist dran ja hallo und vielen Dank fürs Hochholen und vielen Dank auch für die Fragen die ihr da stellt Al-Majidi und dein Kollege da also erstens noch was ich noch hinzufügen wollte war wegen dem Zeichen von Jona es spielt gar keine Rolle ob Jona wirklich gestorben ist oder nicht was Jesus Christus macht ist er verweist darauf dass das Zeichen von Jona eine typologische Bedeutung in Bezug auf ihn hat also dass Jona ihn vorschattet dasselbe macht er zum Beispiel in Johannes 3 wenn er sagt so wie die Schlange in der Wüste aufgerechnet wurde muss auch der Sohn des Menschen aufgerichtet werden wir sind uns alle einig dass die Schlange an der Stange nicht gekreuzigt worden ist das wäre das gleiche Argument wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde schau Jesus wurde nicht gekreuzigt weil die Schlange an der Stange wurde auch nicht gekreuzigt die wurde dort aufgehängt das ist das gleiche Argument das du jetzt eigentlich machst das ist typologische Zeichen das auf Jesus hinweist eins zu eins dem entsprechen muss was Jesus eigentlich gemacht hat ist er hat den Juden gesagt schau versteht ihr warum Jona so geredet hat als ob er tot gewesen wäre weil er auf mich hinweist ich bin die höhere Realität und das in der Bibel immer wieder dieses Schema der Typologie wenn du die Bibel liest besonders gerade den Hebräerbrief dann siehst du dass die Bibel typologisch verstanden werden will und auch soll und das siehst du schon im Alten Testament das sagt sogar Gott direkt in Zachariah 3 dass der hohe Priester Jesus Jeschua ein Abbild ist auf den Spross den Messias heißt das und in diesem Zusammenhang die ganze Sünde des Landes an einem Tag entfernt wird und das ist also ganz ganz deutlich und du gehst das Pferd quasi von der falschen Seite an du sagst schau Jona ist nicht gestorben vielleicht wir wissen es nicht genau also ist Jesus auch nicht gestorben was Jesus macht ist genau das umgekehrt er sagt hey Rabbis wisst ihr warum ihr euch dauernd fragt ist er gestorben oder warum redet er so als ob er gestorben wäre die Begründung ist ich ich werde gekreuzigt werden ich bin der Messias und er ist ein typologisches Abbild von mir und das und ihr seht das genau gerade umgekehrt ihr geht das das hast du schön gesagt des Apologetics und ja mit den Tagen wollte ich nur noch kurz erwähnen ich meine es ist jetzt schon mehrmals gesagt worden es gibt zwei verschiedene Arte von Tagen man kann sagen Tag du musst einen Tag bei mir arbeiten und dann ist gemeint wenn es hell ist oder man kann sagen 24 Stunden Tag und in der Bibel sagen sie das mit ein Tag und eine Nacht das ist ein 24 Stunden Tag und von diesen 24 Stunden Tagen gelten auch angebrochene Tage in der Bibel als ganze Tage es heißt also dass Jesus Christus nicht nur wenn es hell ist tot war und dann aufgestanden ist mehrfach oder sowas sondern dass er drei 24 Stunden Tage tot war aber eben auch schon die angebrochenen 24 Stunden Tage als ganzer 24 Stunden Tag zählen genau das wollte ich gerade auch noch hinzufügen das wäre es auch schon gewesen vielen Dank ja tut mir leid Swiss wenn ich dich unterbreche das ist genau das was ich ja vorhin gefragt habe oder beispielsweise hinzugefügt habe da habe ich gesagt was ist denn mit den angebrochenen mit den angebrochenen Tag ja weil der zählt ja quasi auch mit ja das habe ich ja auch schon gesagt genau Swiss du kannst weiter reden tut mir leid ne ich wüsste jetzt nicht worauf ich noch eingehen sollte ich glaube ich bin fertig danke bist fertig okay okay wenn du nichts mehr hinzufügen willst dann gut dann machen wir mal weiter glückselig Hoffnung die Schwester ist dran alles klar und dann genau glückselig hallo alle zusammen Gottes Segen euch Gottes Segen Deborah darf ich kurz was sagen ja klar stimmt das Gerücht dass die vor deiner Haustüre mal waren diese komischen Menschen welche komischen Menschen oder egal okay nee ich glaube ich kann damit jetzt nichts anfangen okay gut dann okay alles klar du kannst mich auch so nochmal fragen ich verstehe okay verstehe alles gut aber ich kann damit jetzt gerade nichts anfangen genau alles gut alles gut ich verstehe dich alles gut ich habe das Thema jetzt hier mitbekommen da geht es ja um Jonah und ich habe mich da selber schon mal etwas intensiver mit beschäftigt und habe dazu auch zwei Videos auf meinem Kanal das war eigentlich so ein bisschen eine Debatte mit Joker gewesen und das war eigentlich ganz gut da habe ich mich auch selber nochmal ein bisschen tiefer damit beschäftigt und habe auch geschaut wie haben die Juden das denn zum Beispiel auch gesehen weil das ja oft für Muslime auch wichtig ist und habe herausgefunden dass es eben eine hagadische Tradition gibt das kann man selber auch mal googeln wenn man das möchte und die setzen den Jonah gleich mit dem Sohn der Witwe von Zarpath und dieser Sohn der Witwe der ist ja gestorben und wurde wieder auferweckt und da kann man dann folgendes lesen wenn man das recherchiert die Brücke zwischen beiden Gestalten also eben diesem Sohn und dem Jonah die die Identifizierung ermöglicht liegt darin dass die Verschlingung Jonas und seine Rettung aus dem großen Fisch als ein Geschehen von Sterben und Auferstehen verstanden wurde also das kann man bei Wiby Lex nachlesen das ist das eine dann würde ich einfach mal sagen man muss das mit den Tagen nicht so kompliziert machen es ist einfach so wie hier schon gesagt wurde und ich möchte das auch nochmal mit einer Bibelstelle noch belegen dass tatsächlich die Juden auch wenn das für uns befremdlich ist und wir damit eigentlich nicht so richtig viel vielleicht was anfangen können einen Tag als wie schon gesagt 24-Stunden-Tag gesehen haben mit Tag und Nacht und das auch wenn der angebrochen war und jetzt haben wir zum Beispiel eine Stelle hier in Matthäus 27 Abvers 62 bis 64 ich lese das mal vor Am nächsten Tag der auf den Rüsttag folgt versammelten sich die hohen Priester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen Herr wir haben daran gedacht dass dieser Verführer sprach als er noch lebte nach drei Tagen werde ich auferweckt darum befiehlt dass man das Grab bewache bis zum dritten Tag damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen er ist auferstanden von den Toten und der letzte Betrug ärger wird als der erste also wir sehen hier dass die Juden das genau so verstanden haben wie wir das jetzt hier versuchen die ganze Zeit zu vermitteln die diese Pharisäer kommen und sagen Jesus hat gesagt nach drei Tagen werde ich auferweckt für uns würden wir jetzt sagen okay da müsste eine Wache sein bis zum vierten Tag also die letzte dritte Nacht die müsste auch noch eine Wache da stehen aber hier wird gesagt darum befiehlt dass man das Grab bewache bis zum dritten Tag und ich habe gehört vorhin hat auch jemand die Stelle in Esther schon gebracht das ist genau das gleiche da wird ein Fasten ausgerufen von drei Tagen und drei Nächten und die Esther geht am dritten Tag zum König und das ist einfach kein Widerspruch sondern das ist einfach jüdisch und eine letzte Stelle ist auch noch 1. Mose 42, 17 bis 18 da geht es um Josef der ich glaube seine Brüder in Gewahrsam nimmt und da steht und er ließ sie zusammen in Gewahrsam legen drei Tage lang am dritten Tag aber sprach er zu ihnen wollt ihr leben so tut nun dies denn ich fürchte Gott also auch da müsste man sagen eigentlich hätten sie am vierten Tag freigelassen werden müssen aber weil das einfach jüdische Rechnung ist ist es am dritten Tag gewesen und so passt biblisch gesehen einfach alles zusammen und ich wüsste auch nicht dass ich irgendein Jude da schon mal drüber beschwert hätte und gesagt hätte das ist falsch dann ist es noch so dass es einen Kirchenvater gibt der Hieronymus da habe ich mal ein bisschen recherchiert was der über Jona gesagt hat und er hat gesagt Jona hat die Auferstehung Jesu vorgeschattet er sagt über den Wal und das war dann auf Englisch ich übersetze es mal auf Deutsch dass er den rücksichtslosen Jona in seinen eigenen Moment siehe the reckless in seiner eigenen Bucht aufnehmen also damit ist dieser Bauch des Fisches eigentlich gemeint und dem Tod einen Wohnort bieten könnte damit der der Gottes Zorn im Schiff gespürt hat im Tod Versöhnung empfinden würde ja also er sagt halt dass er starb und auferstand ja ich mach kurz die Show beenden also ich muss ganz ehrlich sein diese Antwort von unsere Schwester glückselig puh also ich hätte keine Antwort mehr ich hab tatsächlich eine Antwort aber ohne Antwort da wäre so eine Antwort also ich bin noch dran aber es ist nur eine Kleinigkeit nur eine Kleinigkeit dann könnt ihr gerne weiterreden ich muss auch sowieso gleich ganz kurz auf die Rette kommt vom ganzen Eis wir trinken hier worauf ich hinaus ihr habt jetzt alles mit den drei Tagen so erzählt kein Problem auch die Juden nicht erzählt es wurde erklärt dann erklärt meinetwegen es wurde erklärt wie es mit den drei Tagen ist aus eurer Sicht ne und das interessante ist natürlich hätten die Juden gar kein Problem die Juden wollten ja Jesus tot sehen die würden das gar nicht erst anfechten so das zu der Aussage mit den Juden am Ende sagen wir mal alles mit diesen drei Tagen stimmt ich frage mich von wo die drei Nächte kommen das ist meine das war die Frage die ich schon seit als da wieder Luca noch jemand gestellt hat und die bis jetzt noch nicht mehr das haben wir doch das hat doch die Schwester doch gerade ausführlich erklärt wo es ok ich hab's ich hab's nirgendwo gehört also so wie ich es verstanden habe von Glückseligkeit die hat mehrere Stellen aus der Bibel genannt wo drei Tage und drei Nächte erwähnt worden sind wo die drei Tage in Füllung gegangen sind und die hat damit sie hat es auch aus ihrer Wortwahl auch erklärt bezüglich auch den Juden dass die Juden sich auch nicht beschwert haben bezüglich der ihr seid jetzt die einzigen ihr seid ja jetzt gerade die einzigen die sich wegen diese drei Tage beschweren nicht drei Tage drei Nächte nicht drei Nächte sein ja ganz kurz ich würde ganz kurz darauf eingehen weil ich habe den Punkt von Glückseligkeit verstanden sie hat mehrere Stellen aus der Bibel genannt wo diese drei Tage und drei Nächte erklärt worden sind und sehr gemeint darauf ist es auch hinausgegangen und da hat es gepasst warum passt es nicht bei Jesus und sie hat das so damit erklärt Nein, nein, es passt ja auf Jesus weil es ja jüdisch ist und weil das kein Problem ist dass die dritte Nacht fehlt weil das einfach der eine Tag ist wo die Nacht inkludiert ist und deswegen habe ich dir drei Stellen genannt wo gesagt würde am dritten Tag aber obwohl es eigentlich um drei Tage ging ja, aber du implizierst daraus dass das einfach die jüdische Zeitrechnung ist weil es bei einer anderen auch stimmt ja, schau mal allein die Stelle wo die stimmt nochmal du implizierst daraus weil es in anderen drei Stellen die du genannt hast auch zutrifft dass das die jüdische Zeitrechnung ist das ist einfach so, ja das kannst du selber recherchieren dass die Nacht inkludiert wird das war deine Erklärung, oder? das ist inkludiert in der Sprache sozusagen das ist gar kein Problem dass diese Nacht sozusagen nicht da ist ja okay, aber guck mal ganz kurz es will auf Glückseligkeit kurz eingehen ganz kurz also sie hat gesagt durch diese drei Verse mit dem Vers von Jesus versteht man daraus dass die Nacht inkludiert ist aber unsere Frage war zeigt uns das aus der jüdischen Zeitrechnung nicht aus der Bibel und der Mutjah ganz kurz das sind doch Juden lasst mich doch ausreden ich hab dich eigentlich einmal unterbrochen durch fünf Minuten gesprochen wir haben gesagt der Mutjah hat ganz am Anfang Wikipedia aufgeschlagen und definiert wie die jüdische Zeitrechnung funktioniert ich weiß nicht ob du dabei warst Glückseligkeit der Mutjah hat kann das sind nein ganz kurz ganz kurz bitte der Mutjah hat ganz am Anfang in Wikipedia gezeigt was die jüdische Zeitrechnung ist okay und Glückseligkeit du hast nur aus der Bibel drei weitere Stellen genommen und gesagt okay die Nacht wird ihm dazu genommen weil es den anderen drei Stellen so ist und das muss aber Jesus so gewesen sein unsere Frage ist zeig uns das aus der Definition der jüdischen Zeitrechnung nicht aus der Definition der Bibel mit den anderen drei Versen ganz kurz warum redest du das? das sind die Juden gewesen vielleicht darf ich ganz kurz zwei darf ich ganz kurz zur Alims Aussage zwei Sachen ergänzen dann kann ich gerne ganz kurz du hast gesagt aus jüdischer Sicht nicht aus jüdischer Zeitrechnung nicht jüdischer Sicht jüdischer Zeitrechnung ja oh mein Gott du verstehst dein Problem nein ich kann das Problem ich kann das Problem erklären laut euch laut euch müsst ihr Matthäus 27 Vers 62 bis 64 anders lauten das ist euch klar nein eigentlich nicht ich würde es auch erklären ganz kurz ja doch ich kann es ja nicht ja doch ich würde es ja einmal erklären wollen vielleicht kommen wir dann weiter ja was du hier implizierst ist dass wenn Tag erwähnt wird es gleichzeitig auch die Nacht damit erfüllt richtig oder nicht? ein Tag im jüdischen Verständnis ist ein Tag von 24 Stunden inkludiert Tag und Nacht ja haben die auch 24 Stunden gemessen oder war es je nach Helligkeit und Dunkelheit? guck mal es ist einfach nicht kompliziert ihr müsst das halt einfach nur akzeptieren ganz einfache Frage ganz einfache Frage haben sie den Tag anhand eines 24-stündigen Kalenders gerechnet oder anhand von Helligkeit und Dunkelheit wie auf Wikipedia vorgetragen? weil ich hab's ja extra geöffnet weil es der Bruder Patrick gesagt hat ich soll's extra googeln und ich hab's extra deshalb geöffnet und das Interessante ist weshalb ihr dann ihr sagt jetzt wieso haben das die Juden nicht gesagt? die Juden wollten ja Jesus tot sehen weil sie dann damit sagen konnten dass Jesus ein Verfluchter ist die haben gar kein Problem das anzufechten die wollen das gar nicht anfechten weil es dann sie selbst widersprechen würde deshalb sind die Juden einmal ganz gut recht beiseite worum es Alim und mir geht nachdem wir das wirklich vorgetragen haben nur einen Satz dem vollenden da kannst du gerne was sagen da bin ich wieder ruhig ich bin die ganze Zeit immer ruhig oder habe ich dich an ich will sagen ist aber selber die Juden eine Sekunde bitte deshalb bitten wir deshalb bitten wir nachdem wir von Patrick aufgefordert worden sind wirklich nachzuschlagen wie der Zeitrichter geht okay Tageszeitrichter wo Helligkeit der Tag ist und ab Dunkelheit der neue Tage beginnt wie beim Islam von wo diese drei Lechte herkommen danke Flex kann ich nachher kann ich nur kurz was sagen bitte wie ihr wollt Hauptsache wir lassen jeden Einzelnen ausreden ja ich brauche auch nicht lange nur 30 Sekunden ok ok also erstens wir müssen das sowieso nicht vom Jüdischen irgendwas beweisen sondern dass es biblisch ist weißt du dass das alte Testament so prophezeit hat und das war ja euer Algorithmus ich habe gesagt schaut das Zeichen von Jonah Jonah war aber gar nicht tot und darum ist Jesus Christus auch nicht tot also ihr habt das Zeichen von Jonah benutzt als Argument und dann im zweiten Schritt widersprecht ihr dem Zeichen von Jonah und sagt hey aber Jesus war gar nicht diese Zeit die Jonah im Bauch des Fisches war tot also habt ihr es jetzt ist es jetzt ein Argument dass Jesus nicht tot war oder ist es doch kein Argument weil es ganz falsch ist und es gar nicht stimmt und Jesus gar nicht drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war das ist das Erste das Zweite ist könnt ihr mir bitte mal erklären wie genau kommt ihr dazu dass die Bibel eure Theologie stützt wenn ihr zuerst voraussetzen müsst dass der Islam wahr ist dass die Bibel verfälscht ist dass ihr dann einen Vers rauspicken könnt alles was euch nicht passt ist verfälscht und dann kommt ihr zum Schluss dass eure Religion wahr ist aber das hat ihr bereits vorausgesetzt am Anfang setzt das mal nicht voraus dann kommt ihr zum Schluss dass eure Religion falsch ist laut der Bibel und ihr die Bibel nicht als Argument für eure Religion benutzen könnt das geht nur solange ihr Cherrypicking und ein zirkuläres Argument benutzen könnt ihr müsst voraussetzen der Islam ist wahr dann geht ihr zur Bibel sagt ich nehme diesen Vers alles was nicht passt ist verfälscht und dann kommt ihr zum Schluss dass der Islam wahr ist was ihr schon am Anfang vorausgesetzt habt vielen Dank das war alles okay danke Alin darf ich ganz gut was sagen ja Bruder aber ich würde dann noch also ich will nochmal ich will nochmal ganz kurz die Stimmung ein bisschen runter bringen weil ich denke es geht gerade ein bisschen hitziger wir haben gerade eine sehr schöne Unterhaltung gehabt und Flex nochmal danke für dieses faire moderieren dafür bin ich wirklich sehr dankbar und ich danke auch für die anderen dass sie ihre Ansichten teilen ich bin sehr sehr fair wenn die Leute respektvoll sind ich bin sehr fair und deshalb bin ich auch sehr dankbar dafür ich finde sowas sollte immer sozusagen erwähnt werden und auch für die anderen Beiträge sind wir wirklich sehr dankbar auch für die Erklärungen aus ihrer Sicht wenn wir halt eine andere Meinung sind oder dort mal hier und da wieder Nein sagen dann sagen wir das nicht aus wir wollen einfach Nein sagen sondern weil wir es einfach wirklich so nicht verstehen und man kann auch ab irgendeinem Grund ab irgendeinem Punkt wahrscheinlich sagen okay da sind wir anderer Meinung wird wahrscheinlich auch so bleiben wahrscheinlich aber deshalb haben wir das Gespräch um überhaupt sich irgendwie näher zu kommen nur um das mal grundlegend zu sagen jetzt einmal auf die ganzen Aussagen mal eingehend ich habe ja extra diesen jüdischen Kalender geöffnet die Frage ist wieder bezogen auf Matthäus 12,40 weil wir reden ja eigentlich nur darüber so wieso hat Jesu Christi wenn doch der Tag alleine schon entscheidend ist die Nacht extra erwähnt weil Juden hast du machen und warte eine Sekunde warte eine Sekunde und wenn wenn doch Nacht dasselbe ist wie Tag wieso unterscheidet ihr zum Beispiel auch zwischen Dunkelheit und Licht und stellt Dunkelheit als etwas Böses da und Licht als etwas Gutes wie kann Dunkelheit und Licht dasselbe sein Flex kann ich aber antworten gerne ansonsten wollte ich was sagen aber ihr könnt ist alles okay also hört mal zu ich habe dir doch gesagt du sollst googeln ja dann hast du ja jetzt gegoogelt weißt du warum ich dir das gesagt habe um zu schauen ob du es ernst meinst schau mal ich habe jetzt bei Google eingegeben drei Tage und drei Nächte Bibel ganz einfach ein bisschen idiotisch habe ich sogar noch ein bisschen eingegeben also als erstes kommt Missionswerk Bruderhand wo schon alles erklärt aber der Hammer ist wir finden da gleich an dritter Stelle eine Seite jetzt musst du gut zuhören die heisst menorah-bibel jimdovray.com und da steht doch alles beschrieben von Jona alle Kalender alle Zeiten der Juden ja ich gebe es dir nachher nochmal du hast das ja nicht richtig gesucht und in Johannes 11 9 bis 10 sagt der Herr Jesus Christus Jesus antwortete hat nicht der Tag 12 Stunden wer bei Tag umher geht der stösst sich nicht denn er sieht das Licht dieser Welt wer aber bei Nacht umher geht der stösst sich ja und somit ich hätte also Swiss Apologetik hat das wunderschön erklärt und auch die Schwester ich wollte gar nicht weil ich euch schon kenne mir so viel Zeit rausnehmen ich wollte mal schauen wo hast du wirklich geschaut ich habe gesagt die Bibel sagt Gott sagt wer sucht der findet warum sucht ihr nicht liebe Muslime warum sucht ihr nicht die Wahrheit ich würde da auch noch was hinzufügen laut biblischer Sicht bleiben wir bei die drei Tage ja die Bibel widerspricht sich ja nicht dass da zwei Tage waren und da drei Tage laut biblischer Sicht bleiben wir bei drei Tage und ich denke mal die Frage ist eigentlich schon mehr als eindeutig wir haben viele Meinungen dieselbe Antwort und ich denke da müssen wir auch gar nichts mehr weiter hinzufügen nichtdestotrotz finde ich ist das Thema eigentlich schon die letzten 45 Minuten bin ich ganz ehrlich schon beendet wenn ich ganz ehrlich bin die Fragen wurden eigentlich schon beantwortet und ich würde diesbezüglich zur dritten Frage kommen ja ich denke das mit den Tagen das hat sich eigentlich jetzt schon geklärt es ist mehr als eindeutig weil wir würden nur warum drei Tage da ist ja dann müssen wir den Sabbat hinterfragen dann müsste ich dich fragen Mujahid was ist denn ein Sabbat weißt du dann müssten wir dich bezüglich fragen was ist denn ein Sabbat ja dann hast du da nochmal die Antwort ja drei Tage sind drei Tage das ist eine jüdische Zeit und das wird so gerechnet es ist einfach so ja und ich glaube die Schwester glückselig kann mir dazu stimmen ja ähm nicht dass du kannst du auch mal was sagen ich wollte auch was sagen ich war ganz erleisert ja gleich Alim bitte Alim und Mujahid ganz kurz bitte warten Sarah jetzt ja also eigentlich habe ich so das Bedürfnis irgendwie mal ein Gebet zu sprechen wenn ihr dazu bereit wärt ähm ein Gebet ja wiefern Gebet ist okay das wir sind ja gerade mitten im Gespräch danach können wir es gerne machen das ist gar kein Problem guck mal wir wollen auch nicht lange bleiben guck mal es ist schon fast 23 Uhr ich muss noch schlafen gehen wir haben das Gefühl zwei Stunden debattiert Alim alles gut aber wir haben bezüglich eine Frage zu euch okay aber sind wir jetzt mit dem Thema fertig mit den drei Tagen und drei Nächten guck mal der Punkt ist dieser jetzt sind wir fertig und wir würden auch diesbezüglich euch vielleicht zwei Fragen stellen äh zu den drei Tagen und drei Nächten oder was bezüglich bezüglich eine islamische Frage ich denke die Geschwister und Brüder die hätten gerne äh eine sehr sehr wichtige Frage die sie auch gerne stellen würden Sarah ähm ein Gebet können wir machen wenn wir fertig sind ist das okay naja also ich warte ja sowieso schon ewig naja aber aber das passt ja jetzt gerade nicht zum Thema weil wir haben jetzt ja gerade eine Debatte quasi ja aber ich warte ja auch schon egal ähm dann warte ich bis zum Schluss ich muss ja morgen auch aufstehen alles okay ich würde mal kurz geben bei Mujer hat er gesprochen dann jetzt äh Patrick und dann äh Sarah jetzt ich konnte da vorne nicht mein Fazit geben zu dem Thema noch mal ganz kurz Flex ja aber wir wollen euch jetzt mal eine Frage stellen Mujer ja ich würde nur eine ich habe ein ich will nur eine kurze Sache sagen ich gehe gerne auf die Frage ein du kannst gerne die Frage stellen ich würde es aber jetzt nicht allzu lang ziehen weil wir zum Fasten brechen morgen früh müssen wir um drei Uhr morgens wieder aufwachen also wenn es jetzt bis sag ich mal Viertel nach elf geht wäre das noch in Ordnung eine halbe Stunde eine halbe Stunde also wir sind jetzt schon etwas länger hier von daher aber wir haben kein Problem kannst die Frage stellen alles gut ähm also meine Fragen bezüglich des Islams ähm ich denke Leute ich stelle sie lieber nicht ja weil ich denke ihr kennt schon meine Fragen die ich stelle das ist zu gemein wenn ich diese Fragen stelle ich lasse einfach mal die Geschwister und Brüder einfach mal die Fragen stellen ich finde das eigentlich so gut dass ich auch mal eine kleine Pause machen kann dann können die Brüder und die Geschwister mal für mich ein bisschen übernehmen auch gut ähm glückselig Swiss Patrick ähm wenn ihr eine islamische Frage stellen wollt ihr habt jetzt die Bühne bitteschön ich hab ich hab eine Frage noch eine kurze Zwischenfrage noch ganz kurz was zu sagen im Chat heißt es ganze Zeit wir wollen flüchten warum sollen wir flüchten ignoriert mal die Chats alles gut okay warte packen wir das beiseite äh ich würde gerne wissen äh also weil jetzt die islamischen Fragen stellen soll ich würde gerne deine Frage wissen Max nein meine Frage ist zu gemein glaub mir ich bitte dich drum nein das willst du nicht doch doch das will ich das will ich nein du hast nur noch eine Viertelstunde bezahlt ich übergebe ich übergebe einfach mal diesbezüglich zu zu den Brüdern und die Geschwister die sollen das kurz machen ich finde das eigentlich so gut weil dann höre ich auch gut zu und ähm man lernt immer wieder was dazu ähm deswegen nochmal Patrick Swiss glückselig ähm ihr könnt gerne eine Frage stellen wenn die Brüder und Schwestern nichts dagegen haben würde ich gerne einstellen eine ganz einfache gerne 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 Bruder gerne Bruder okay ich bin ein Christ ich lebe im siebten Jahrhundert da kommt ein Typ und er sagt er ist ein Prophet und er widerspricht meinem heiligen Buch meinem Wort Gottes warum sollte ich den Menschen vertrauen und nicht Gott warum sollte ich mein Vertrauen in einen Menschen setzen und nicht in mein heiliges Buch der Mike is yours Dankeschön gute Frage tatsächlich ähm guck das was schau dir das an was der Mensch gesagt hat denn sein Anspruch kam ja von demselben Gott zu sein und äh darauf basierend kannst du schauen ob er wirklich göttlich ist oder nicht ob seine Prophezeihungen die er getroffen hat oder gesprochen hat eingetroffen ist oder nicht natürlich aus islamischer Sicht aus unserer Sicht islamisch es gibt ja auch verschiedene Meinungen deshalb sprechen wir jetzt aus unserer Sicht islamisch äh sagen wir ja auch deshalb dass Jesus nicht am Kreuz gestorben ist weil es im Koran so bestätigt ist und genau dann dreht sich das alles und weil du ja vorhin eine Sekunde du hast mich ja eine Frage gestellt ich würde darauf antworten dann kannst du gerne wieder was nachfragen ähm Patrick hat ja deshalb auch äh sehr gut erwähnt ähm wenn wir über die Kreuzigung sprechen und deshalb thematisiert Gott ja auch die Kreuzigung ähm sprechen wir über das Fundament des Christentums es ist das Fundament des Christentums äh es gibt ja auch von Paulus glaube ich die Aussage ich glaube im ersten Korinther wo es heißt wenn Jesus nicht auferstanden ist dann sind wir noch im Sinne und unser Glauben ist für nichts so das heißt wenn eben jener Mann schon etwas offenbart bekommt wo ist das Fundament des Christentums sozusagen aus unserer Sicht dann äh beantwortet und in netten Worten beschrieben und sozusagen widerlegt ähm würde es dir alle Gründe geben diesen Mann anzunehmen ja gut sehr gut also gut ähm ich würde jetzt einmal eine ganz spezielle Frage stellen ähm ich dachte deine Fragen sind zu böse ja alles gut alles gut äh gerne ich hab kein Problem mit deiner Frage eine kurze Zeit ich lasse auf dem Bruder ich lasse auf dem Bruder diese Frage äh weiter für mich fortführen ähm um zu gucken was für ein Gott ihr ja natürlich dienen tut es geht darum wie alt ist Allah seit wann gibt es Allah ja ähm Patrick möchtest du dich nur kurz in Sturm ja ja ich bin hier kann ich zwischenzeitlich nur diese eine Gegenfrage stellen zu dieser Frage äh Moment wir sind ja noch nicht fertig wir sind noch nicht fertig ähm aber das würde deine Frage direkt beantworten alles gut alles gut ähm Patrick es geht diesbezüglich ähm des Alten Testaments ja welcher Gott hat da gesprochen im Alten Testament weil laut islamischer Sicht ja sagt Allah selber glaubt an die Tora ja und ähm wenn möglich äh Patrick geh mal darauf ein welcher Gott spricht denn da im Alten Testament ja ich lasse ich gebe dir jetzt die Bühne Patrick du sollst das mit ihm machen und dann bin ich gespannt was er denn dazu sagt ja also wir haben ja Namen Allah hat ja auch 99 Namen unser Gott hat auch Namen und ähm wir wollen wissen was für ein Gott dienen denn die Muslime ja deswegen ähm Patrick ich lasse dich das äh mal weitermachen ganz kurz bitte genau ok gerne 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 unser Gott heißt Yahweh ich bin da ich bin und das war's schon ok darf ich jetzt antworten dankeschön ähm ich bin stell dir mal vor ich bin jetzt Hindu ok ähm wie alt ist Yahweh weil mein Gott der sich mir vorgestellt hat ist Krishna 3000 Jahre alt oder 4000 Jahre alt wie alt ist Yahweh boah sehr stark Yahweh war schon immer da das würden wir selber als Muslime aussagen hast du deine Antwort nein nein Yahweh war schon immer da doch ja aber laut mir ja aber der bestätigt nicht die Tore nein nein eine Sekunde mir als mir mir als mir als Hindu ne ich frage ja mir hat sich Krishna so offenbart seit Anbeginn der Zeit jetzt kommt ein also jemand aus den Kindern Israels ein Jude ne und sagt mir jetzt nein das ist Yahweh wie alt ist Yahweh ja aber du hast die Tora vergessen ok eine Frage Musjavid du hast doch gesagt du bist Moslem ich hab gesagt nehm mal an ich bin jetzt Hindu das ist eine rhetorische Frage wir sprechen ja vom äh wir sprechen nein wir sprechen von der Logik deiner Frage ja weil dieselbe 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 Frage dieselbe Frage können sich Juden auch über Jesus stellen können Hindus über Juden stellen können und zum Thema die Tora ist älter als Krishna das weißt du schon wo ist die Tora älter als Krishna ja wie was meinst du das Judentum kam viel später als Krishna Hindu ist nicht die älteste Religion ja aber wir sprechen ja von den Gott von den Gott wir sprechen ja von den Gott Bhagavad Gita ist älter als die Tora Bhagavad Gita wird Krishna erst erwähnt nein wir sprechen aber von Yahweh ja und Allah bestätigt doch Allah bestätigt doch die Tora du musst schon seine Frage richtig beantworten und nicht ausreichen Allah sagt Allah sagt im Heiligen Koran dass der Koran und seine Worte furgan sind das heißt es entscheidet was richtig ist und was falsch ist es besteht nicht die Tora zu 100% er sagt ich der Koran ist herabgesandt das ist der Name des Korans Al-Furqan um zu sagen warum sagt dann Mohammed darf ich kurz beantworten eine Sekunde deshalb sagt Allah im Heiligen Koran nicht nur folgt der Tora er sagt ich bin Al-Furqan wieso um zu richten zwischen das was richtig ist und das was falsch ist gerne ok und was ist jetzt richtig und falsch richtig und falsch ist dass seine Frage die du gestellt hast wie alt ist Allah ein Logikfehler hat weil alle anderen Religionen die das selbst beantworten können und alle anderen Religionen die die dieselbe Frage stellen können was für die Frage du beantwortest darf ich kurz zu antworten also wer hat den Tora herabgeschickt Allah eine Sekunde weil alle anderen du kommst gleich drauf Patrick weil er geht nicht drauf an ich geh drauf ein ich hab dir die Frage mit der Gegenfrage eigentlich schon beantwortet weil alle anderen Religionen den Juden dasselbe vorwerfen können und fragen können oder den Christen wie alt ist Jahwe okay nochmal wer hat die Tora herabgesandt die Tora wurde von Allah subhanahu wa ta'ala okay und in der Tora der Gott der in der Tora gesprochen hat wie hieß er das ist die Frage er hat viele Namen das dazu sagt Allah auch la hul asma ist wie hieß er er hat viele Namen deshalb lass mich mal beantworten wie hieß er darf ich kurz warte flex ist es nicht fair wenn du mich versuchst zu diktieren wie ich meine Frage beantworte okay alles gut darf ich zu Ende sprechen dankeschön Allah sagt diesbezüglich wie hieß er la hul asma al husna ihm gebühren alle Namen alle schönen Namen gebühren Gott wenn du ihn jetzt Jahwe nennst kein Problem die Frage ist ist Gott nur auf Jahwe beschränkt ja oder nein flex ja also du stellst Gott ist beschränkt deswegen fragen das ist nicht das was ich hören wollte meine Frage ist du möchtest das sowieso nicht haben nein nein du verstehst nicht worauf ich hinaus möchte die Frage ist ich habe dir die Frage gestellt der Gott der die Tora herabgesandt hat ist wer dann hast du gesagt Allah meine Frage ist der Gott der in der Tora gestimmt welchen Namen hatte er denn bitte das ist die Frage und darauf soll zu eingehen aus jüdischer Sicht aus jüdischer Sicht okay das ist eine andere Frage Jehova ihr kennt den Namen besser okay stopp stopp wenn dein Allah von seinen 99 Namen den Namen Yahweh trägt den Namen Jireh trägt den Namen Rafa trägt dann beten wir den selben Gott an wenn aber dein Allah stopp stopp wir müssen schon ehrlich sein wir dürfen nicht heucheln wir müssen ehrlich sein wenn dein Gott wenn dein Gott diesen Namen in der alten Tora ich bin diesen Namen nicht trägt dein Allah den du gerade anbetest ja wenn er diesen Namen nicht hat mein Freund dann betest du einen anderen Gott an und meine Frage wäre jetzt wer ist Allah nochmal geh auf die Frage ein okay jetzt noch einmal du kannst diese Gegenfrage gleich beantworten aber ich beantworte auch erstmal deine Frage damit du nicht sagst ich habe deine Frage nicht beantwortet okay die Gegenfrage ist ist Gott auf den Namen Yahweh Jehova beschränkt ja oder nein okay wenn er beschränkt warte ich beantworte sie gleich ist er darauf beschränkt ja oder nein jetzt beantworte ich deine Frage wir sagen Allah sagt selbst in Surah Al-Hashr steht im Heiligen Koran Lahul Asma Al-Husna bezüglich Allah er ist okay was das plurales Majestätis von ich bin ist er ist Lahul wird so oft im Koran erwähnt es ist nur eine andere Form plurales Majestatis in der Majestätsform von ich bin also hast du auch noch mal aus dem Koran und Gott sagt sogar Lahul Asma Al-Husna alle schönen Namen gebühren ihm wir beschenken Gott nicht auf 99 Namen das sind die Namen die uns offenbart worden sind sagen wir dass er nur diese 99 Namen hat sagen wir nicht das ist eine Antwort jetzt meine Frage noch mal eine Sekunde meine Gegenfrage ist Jehova auf den Namen Jehova beschränkt ja oder nein nein darum geht es nicht dass er auf diesen Namen beschränkt ist das darum geht es nicht wieso brauchst du diese Posten dann drauf dass der Name Allah mir diese Frage indirekt nicht beantwortet meine Frage direkt beantwortet du hast selber gerade gesagt der Name ihm gebühren alle Namen danke schön du hast es bestätigt dann gib mir bitte von Allah also den Namen Yahweh gib mir bitte diesen Namen raus wenn du mir diesen Namen beweisen kannst dass ihm alle Namen gebühren wenn er diesen Namen trägt Yahweh weil ihm gebührt ja wirklich jeder Name dann gib mir mal bitte Allahs Name wie viele Namen hat er und trägt er den Namen Yahweh trägt er den Namen weil du hast selber gesagt ihm gebühren alle Namen so und jetzt würde ich von deiner Sicht aus bitte hören gib uns mal bitte den Namen Rafa gib uns mal bitte den Namen Yahweh ganz kurz ich möchte jetzt nur den Namen Rafa Jireh Shadonai Yahweh gib mir diesen Namen weil ihm gebühren ja alle Namen das hast du selber gesagt vor 700 Leuten und jetzt wollen wir die Namen haben jetzt nicht drumherum reiten sondern wir wollen jetzt die Namen haben gib uns die Namen beantwortest zuerst meine Gegenfrage bevor ich deine Beantwortung nein wieso warte eine Sekunde wieso darf er Gegenfragen stelle ich aber nicht ich rede gerade ich rede gerade mit Flex ich schwöre erst mal dass du die Frage warte eine Sekunde eine Sekunde wenn du guck mal ich beantworte deine Gegenfrage sofort wenn du erst mal meine Gegenfrage die ich dir vor deine Frage gestellt dass beantwortest Mojavid bitte 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 habe ich dir eine Frage gestellt bevor du deine gestellt hast ich habe dir deine Frage schon beantwortet hast du nicht ist Gott okay dann mach doch mal klar danach beantwortest deine ist Gott ist Yahweh auf den Namen Yahweh beschränkt ja oder nein warum soll er auf den Namen beschränkt sein im alten Testament ja oder nein dein Name ich bin der ich bin ich bin er trägt diese Namen das ist du möchtest die Form ich bin haben bitte du drehst das Thema das möchte ich nicht ich bleibe beim Namen geh bitte auf meine Fragen ein bitte genau wie gesagt ich drehe es nicht ich bleibe bei dem Thema okay ich stelle dir nur eine Gegenfrage ganz kurz ich stelle dir nur eine Gegenfrage ganz kurz ich stelle es kurz gerne Gegenfrage kannst du stellen so viel du willst das ist kein Problem aber ich möchte jetzt von dir diese Namen die ich dir gegeben habe ja du musst ehrlich sein ja ansonsten übergebe ich es weiter meinem Bruder und dann kann er es auch gerne mit dir weitermachen aber ich möchte bitte du musst ehrlich sein weil ich bin ehrlich mit dir ja gib mir mal bitte diese Namen die ich dir genannt habe und dann kannst du von mir aus diese Gegenfragen stellen so viel wie du willst aber gib mir mal bitte die darauf eine Antwort okay ich nehme dich beim Wort Jireh Rafa Yahweh gib mir diese Namen wenn er diese Namen trägt dann sind wir einer Meinung dann brauchen wir nicht mehr viel diskutieren dann wissen wir dass Allah derselbe Gott ist den wir ebenfalls dienen aber wenn Allah diese Namen nicht trägt dann müssen wir euch jetzt fragen welchen Gott dient ihr denn da gerade du bist fertig Flex kannst du mich runternehmen da wollte noch jemand anderes hoch ich kann gerne einen Platz freimachen okay wie du willst Schwester Gott ist segel Schwester war sehr gut ich danke jetzt beantworte ich deine Frage so wie du es möchtest okay ich habe ja vorhin gesagt und ich bleibe bei dieser Aussage dass Gott selbst im Heiligen Koran sagt Lahul Asma Ul Husna ihm gebühren alle schöne Namen okay warte warte lass mich nicht nein nein ich beantworte die Frage wie ich möchte und nicht wie du es mir diktiert das ist das Erste das Zweite ist wir sagen ja nicht dass die Tora einfach ein Märchenbuch ist oder alles gelogen ist und erstunken ist wir sagen ja es kam ursprünglich von Gott wurde aber mit der Zeit verfälscht das heißt nicht dass alles da falsch ist das heißt auch wenn in der Tora der Name Yahweh und sonst was verwendet wird glauben wir daran ist gar kein Problem gar kein Widerspruch weil wir behaupten ja nicht dass Gottes Namen auf 99 geschränkt sind wir glauben das nicht du mit seiner Frage setzt du die Prämisse dass wir das beschränken tun wir nicht und woher wissen wir dass es derselbe Gott ist weil er sich so erklärt weil im Heiligen Koran sagt er ja auch Auzubillahimina Shaitan Rajim wa iz ahadna minan nabiina mithaqam wa min kawaminu hamwa ibrahim wa musa wa iqhabnu mariam das stimmt darf ich mal aussprechen das heißt Gott sagt hier er ist eben jener Gott mit dem er auch mit den Propheten dem Bund schloss mit welchen Propheten mit Noah Abraham Moses und Jesus und das was du verlangt hast mit ich bin selbst das ich bin findest du im Heiligen Koran halt nur im plural des Majestatus in der Hoheitsform in Lahu Allahu Allahu er ist danke ich bin nicht er ist den Namen ich bin nicht er ist und immer sag ich dir du beantwortest guck mal du beantwortest meine Frage immer noch indirekt weil du weißt dass dein Gott diese Namen nicht trägt und das weißt du nein ich hab dir gesagt ich glaube ja auch wenn es in der Bibel steht selbst im Alten Testament da steht Yahweh als Gott nehme ich das an weil Gott hat ja nicht nur 99 Namen er ist nicht auf 99 Namen beschränkt ich weiß nicht wie es bei dir wir sagen Gott ist nicht auf 99 Namen beschränkt jetzt hören wir mal bitte zu ich weiß nicht wie es bei euch im Christentum ist vielleicht ist bei euch im Christentum der Name beschränkt das ist aber eine andere Sache dann habt ihr Gott eingeschränkt darf ich einsteigen darf ich darf ich ganz nein ich darf flex lass mich bitte nach seinem wenn ich jetzt nicht ausbrechen und schreite ein gar kein Problem wie gesagt wir sagen weil die Tora damals auch herabgesandt worden ist nicht alles ist falsch das wird auch akzeptiert von uns das ist auch ein Gottesname gar kein Problem Gott ist nicht im Islam auf 99 Namen beschränkt das sind nur die Namen die Gott uns offenbart hat Punkt außer Yahweh okay darf ich drauf eingehen also die Fragestellung an sich mit ist dein Gott auf einen Namen beschränkt ist komplett sinnlos ist genau das gleiche wie ist ein Kreis auf ein Viereck beschränkt es ist komplett sinnlos die Fragestellung die Fragestellung hat gar keinen Sinn in sich zweiter Punkt ist Gott der Schöpfer der Herr dieser Welt hat sich mit einem Eigennamen Eigennamen offenbart Adonai Elohim El Shaddai das sind keine Namen das sind Titel das sind Titel diese 99 Namen die du aufweist das sind Eigenschaften wir sprechen wir sprechen über den Namen von Gott den Eigennamen von Gott und Gott hat sich im Alten Testament im Alten Testament als JHWH offenbart steht das in meinem Buch drinne bitte stimmt nicht eine Sekunde ich habe es gerade vor mir liegen mache mich ja bitte groß und ich will meine Kamera ganz kurz also ich bin das könnt ihr niemals widerlegen aber okay wir geben euch trotzdem die Bühne ich will nur eine Sache zeigen und eine Antwort alles gut alles gut aber ich bin das kann keiner widerlegen das sage ich euch jetzt schon aber okay seht ihr ein bisschen ich bin gespannt wie ein Regenschirm das ist wieder die PDF-Datei von Hamdi der hat genau das gleiche gezeigt aber guck mal warum kann ich jetzt nicht das den Zuschauern zeigen das steht eindeutig hier drin altes Testament hier Elohim wird definiert sieht man das ist scharf genug ich weiß es nicht jetzt sieht man das ja Elohim Elo from God the first of the tree ich kann es vollstechen genau primary names of a deity is a uni plural noun formed from L strength of all the strong one and was steht da Flex mit Doppel A mit Doppel L oder ein L was steht da okay mit Doppel L oder ein L schließ mal laut vor was da steht da steht L aber steht da Doppel L oder ein L das ist der Name Gott und nicht darf ich ganz kurz was sagen darf ich ganz kurz was sagen danach könnte ich gerne alles wieder sagen was ihr möchtet okay wisst ihr was Schimon glaube ich war das wisst ihr was Schimon gerade eigentlich mit deiner Frage angestellt hat er hat eigentlich deine Frage als sinnlos erklärt ich erkläre es auch wieso du stellst deine Frage um zu beweisen dass unser Gott seinen Namen begrenzt hat und Yahweh nicht dabei hat dein Schimon dein Freund dein Bruder hat gesagt nach Gottes Namen nach Begrenztheit zu fragen ist sinnlos das heißt er hat deine Frage wenn ich das jetzt umdrehe als sinnlos stimmt doch gar nicht das stimmt doch gar nicht was viel also also wirklich dieses ich erkläre es nochmal der Flex verlangt ja von mir dass ich irgendwie er ist oder Yahweh raushole richtig richtig oder nicht Flex möchte dass du den Namen Gottes Gott sagt aber nicht ich bin der ich bin sag einfach nur stimmt das oder nicht verlangst du das von mir oder nicht Flex möchte dass du den Namen Gottes den Namen Gottes erwähnst der Name kommt im Alten Testament 6.828 vor und zwar in allen Schriften außer den Büchern Prediger Hohelied und Esther die Kurzform die Kurzform hör zu Yah ist 50 mal belegt auch im Hohelied so jetzt frage ich dich wo hat dein Punkt mit der Beschränkung auf einen Namen einen Sinn es ergibt keinen Sinn weil Gott hat einen eigenen Namen und wir müssen unterscheiden ganz kurz ich bin am reden sei nicht nervös alles gut ich bin ganz gespannt Gott wir müssen unterscheiden zwischen Titel zwischen Eigenschaften und zwischen eigenen Namen das was du zeigst mit Elohim und was auch immer das ist ein Titel das ist nicht der Eigenname Gottes bitteschön du hast das Wort dankeschön flex eine Frage was verlangst du von mir stell mal bitte deine Frage nochmal genauso wie du es vorhin gestellt hast was war deine du hast die Frage schon verstanden nein nein bitte wiederholen nein nein bitte ich gehe danach doch auf deinen Punkt ein bitte ihr wisst ihr wisst was ihr gerade macht das ist das interessante dann stelle ich deine Frage nochmal du hast von mir verlangt dass ich ja zeige wo Gott wo Allah weil er ja 600 Jahre später geboren ist sich selbst als Yahweh bezeichnet hat um zu zeigen das ist derselbe Gott ist ja oder nein das ist alles richtig aber meine Frage okay warte jetzt eine Sekunde bitte ich bin ja gerade dabei okay du implizierst ja weil du auch immer wieder die 99 Namen erwähnt dass er sich in diesen 99 Namen begrenzt hat und er diesen Namen nirgendwo beansprucht jetzt schon wieder warte mal lass mich mal bitte ausreden Simons Aussage war nach der Begrenztheit von Gottes Namen zu fragen ist sinnlos Simons hat dir geantwortet nicht ich ähm Mojavid die Frage war kannst du bitte auf meinen Punkt eingehen genau wollte ich auch sagen geh bitte auf die Punkte ein von Simons und bitte beantworte diese Frage ehrlich sag entweder ja oder nein und dann ist das Thema auch gegessen aber sag nicht ja aber so aber 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 so nein bitte in dem Satz dazu sage ich noch etwas alles gut hat er den Namen Shaddai Shaddai nein hat er nicht ja hat dein Gott Allah im Islam den Namen Yahweh ja nein hat er nicht ja ok nein hat er nicht hat er hat er den Namen Jireh du sagst du sagst du sagst du sagst du sagst du sagst ich sagst lass mich mal ein Wort zu Ende führen bitte bitte ja er hat den Namen Jireh nicht er hat den Namen Rafa nicht so all diese Namen hat er nicht und vorhin hast du gesagt alle Ehre dem Herrn er kann jeden Namen haben alles gut alles gar kein Problem aber wenn er diese Namen nicht trägt laut Islam meine Frage ist welchen Gott dient ihr denn da gerade wer ist dein Gott den du da dienst bist fertig ja darf ich jetzt sagen ich sage dir du sagst ich glaube nicht daran oder ich glaube laut dem Islam ist es nicht so ich sage laut dem Islam ist es so ich habe den Vers dafür genannt die Tora wurde ebenfalls von Gott offenbart die Namen die er sich dort offenbart hat glauben wir auch daran weil alle schönen Namen ihm gebühren dementsprechend hast du hier deinen Beweis wieso ich dann glaube ich gebe drauf an warte ich glaube wenn dein Gott diesen Namen nicht trägt eine Sekunde bitte ich sage doch weil er sich so früher offenbart hat nicht alles glauben wir Muslime an einen Teil der Schrift ja oder nein kommt wir Muslime es bringt nichts wenn du dein Gesicht über den deine Hände über das Gesicht streichst du beantwortest meine Frage trotzdem nicht nein Mujavid du beantwortest meine Frage ich beantworte deine Frage ich beantworte deine Frage direkt ich habe kein Bock das indirekt zu machen ich mache es direkt aber dann sag doch aber dann sag doch JAHWE du nein warte ich spreche ich spreche du bist mein Gott nein warte aber sag jetzt ich spreche bitte entschuldigung sag jetzt JAHWE du bist mein Gott ja bitte du bist mein Gott JAHWE du bist mein Gott ich habe keine Probleme jetzt hörst du mir zu jetzt hörst du mir zu doch weil alle Namen die Gott sich offenbart hat nein nein stopp weil sagt dass JAHWE jetzt warte hörst du JAHWE der EIGEN NAME ich bin nicht sagt dass JAHWE der EIGEN NAME Gottes ist der EIGEN NAME eine Sekunde eine Sekunde darf ich ganz kurz du bist mir nicht jemand der mir diktiert wie ich meine Frage stelle jetzt beantworte du mir meine Frage ich habe alles getan was ihr wollt nein bitte geh auf mich du redest du kommst dazwischen du kommst dazwischen du kommst mit mir reden okay dann ist JAHWE auf den Namen JAHWE begrenzt ja oder nein da habe ich dir schon eine Antwort gegeben diese Frage ist komplett sinnlos stellt nichts so Thematik aber dann ist es sinnlos dass sie mir dieselbe Frage stellen bitte eine Frage zu verstehen ist eine halbe Antwort El Mujahid oder wie du auch heißt eine Frage zu verstehen ist eine halbe Antwort und anscheinend verstehst du nicht mal die Frage das heißt wir kommen zu gar keinen Antworten du philosophierst rum alles gut keine Panik auf der Titanic es gibt genug Wasser für alle du philosophierst rum sinnlos und es führt zu nichts jetzt habe ich eine Frage an dich aber die sinnlose Frage wurde von deinem Bruder gestellt nein die wurde von dir gestellt wenn du sagst wenn zum die bitte ich bin gerade an dich fall mir nicht ins Wort sein gerne fall mir nicht bitte ich bin ganz entspannt also wenn wir im Alten Testament lesen da steht Herr weil im Alten Testament steht ja ja nicht JAHWE da steht Herr korrekt? wenn es so schnell wenn es so mit Eigennamen Gottes geht steht da doch Herr korrekt? das weiß ich nicht ich habe im Alten Testament steht für den Eigennamen Gottes immer Herr da steht JAHWE normalerweise aus Respekt schreiben die Herr dahin dann lesen wir im Alten Testament auch Titel wie Elohim Adonai El Shaddai und was auch immer das sind alles Titel aber für was wird der Begriff JAHWE ersetzt als Herr warum wird nicht JAHWE dahingeschrieben aus Respekt warum warum wird JAHWE nicht dahingeschrieben es ist der Eigenname Gottes also Herr ist der Name Gottes dann ist Herr der Name Gottes wenn ja dann haben wir das im Koran gehabt da steht JAHWE JAHWE aber aus Respekt schreiben die Adonai zum Beispiel das ist ein Titel die schreiben die fall mir nicht ins Wort sie schreiben den Titel dahin nicht den eigenen Namen den Titel sie betiteln sie betiteln Gott wenn es um den Herrn den Schöpfer dieser Welt geht damit das klargestellt ist jetzt frage ich dich wenn wir im Alten Testament lesen Elohim du beziehst das dann auf Allah korrekt korrekt okay das heißt du bestätigst dass Allah nur ein Titel ist nein doch soll ich dir sagen wieso das hast du gerade gekannt nein nein habe ich nicht getan das ist das Interessante nein nein im Gegensatz zu euch deshalb sage ich dir wenn du hast mich gefragt ob ich das mit Gott verbinde mit Allah verbinde ich sagte ja ich verbinde es mit Allah na ich meine Elohim jetzt warte Simon jetzt darfst du mich ausreden ich habe dich ausreden lassen jetzt lässt du mich ausreden die Frage die deinem Bruder gestellt hast hast du als schon wieder geht um Flex warte 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 ein Sekunde die Frage die dein Bruder gestellt hat hast du als sinnlos bezeichnet und ich finde es sehr interessant schon wieder geht auf Flex das heißt du bestätigst das Ganze das zweite ist jetzt gehen wir auch mal auf deine Frage ein du hast jetzt Herr nebenbei erwähnt dass man aus Respekt jhwh nicht erwähnt sondern Herr wenn du Herr haben möchtest haben wir das auch im Koran Rabb wie oft Rabbul Alamin ich habe nicht gesagt das Herr der eigene Eingenname ist ich habe nicht gesagt das ist eine Bezeichnung und eine Sekunde und deshalb sagen wir im Heiligen Koran weil wir ich rede es gerade mit einem Muslim ok lahul asma'ul husna allahu wir sagen das sind alles Namen die wir akzeptieren weil Gott sich damit offenbart hat aber für uns Muslimen weil der Heilige Koran Al-Furkan ist entscheidet es zwischen wie wir es benutzen sollen und wie nicht und Allah Ta'ala sagt im Heiligen Koran dass sein Eigenname Allah ist der wird Al-Ila Allah nicht aus Allah nicht aus ein Sekunde was sie aus dem Mond Gott gemacht hat und jetzt beantwortet ich mal eine Frage wenn doch Yahweh oder JHWH nicht begrenzt ist was ist euer euer Problem mit Allah hättet ihr auch ein Problem wenn Jesus in aus Aramäisch Alaha gesagt wird ja oder nein damit habe ich kein Problem weil Allah ist nur ein Titel man liest das mal bitte vor hier haben wir den klar bezieht sich auf Gott Allah heißt einfach nur Gott es ist ein Titel es ist nicht der Eigenname damit habe ich gar kein Problem und dein Gottesname kommt aus dem Aramäischen und du bestätigst gerade wieder und schließt dir wieder ein gib ihm bitte diesen Vers und das ist dann schon ein klarer Knockout liest das mal bitte für ihn vor ich habe es extra groß gemacht du meinst du genau so klar der Knockout wie von deinem Bruder zu dir? nein nein das war eine klare Botschaft also das war kein Knockout war das ein unklarer Knockout oder was? er hat das bestätigt er liest mich auf einen Punkt von mir ein ich verstehe das ich bin auch alle deine Punkte angegeben du bist ja auf keinen Punkt ich bin auch alle angegangen ich bin auch alle angegangen ich bin auch ein Bruder aber sei nicht das ist alles gut das mal vor ich bin ganz entspannt lies das mal bitte vor Shimon da haben wir das Wort ich bin Gott sprach zu Mose ich bin der ich bin und er sprach so sollst du den Kindern Israels sagen ich bin hat mich zu euch gesandt boom weiter Bruder ich kann das nicht lesen da alles da nur einige Sachen also der Moslem der Moslem ist gerade zum Christentum kommentiert vorher das müssen wir noch feststellen nein Gott bewahre ich glaube du hast gesagt Jachua ist Gott ist dein Gott hast du gesagt weil er sich so vorgestellt hat und das Interessante ist ich glaube aber nicht daran ich glaube aber nicht daran dass mein Gott an einem verfluchten Tod gestorben ist genau ich glaube nicht okay ich glaube nicht daran dass Gottes Wort verfälschbar ist wie bitte ich glaube nicht daran dass Gottes Wort verfälschbar ist dass Gottes Wort verfälschbar ist genau das Interessante ist wenn dieses Wort den äh das sozusagen das beansprucht dass es unverfälschbar ist okay dann ist es natürlich nicht verfälschbar genauso wie die Lehre von der Alten Testament oder vom Neuen Testament beides nicht beansprucht vollkommen zu sein kannst du mir das bitte zeigen das stimmt nicht denn wir lesen in Jesaja 40 Vers 6 bis 5 bis 8 dass Gottes Wort ewig ist und das ist die Auslegung wo beansprucht die Bibel irgendwo dass die Jesaja 40 eine Frage eine Frage nein eine Sekunde wo beansprucht die Bibel im Alten oder Neuen Testament dass sie vollkommen ist Jesaja 40 Vers 6 bis 8 was steht denn da was steht denn da das kannst du uns einmal vorlesen kann das jemand Schimon Schimon ich schließe das vor Schimon schließe das vor okay ich lese erstmal deins vor und dann mache ich das hier mal kurz glatt weil hier wird nur genau genau wir machen das mit dem Namen jetzt einfach mal klar Jesaja 40 Abvers 6 okay Jesaja ich mache das jetzt mal glatt weil ich lese hier nur Quatsch Jesaja 40 Abvers 6 okay genau er spricht eine Stimme verkündige und er sprach was soll ich verkündigen okay Jesaja 40 Vers 6 alles Fleisch ist Gras und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes das Gras wird dir die Blume fällt ab denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht wahrhaftig das Volk ist Gras das Gras ist verdorrt die Blume ist abgefallen aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit Stopp Auslegung auf 1. Petrus Vers 25 bitte auf das Neue Testament ich gehe hin ich lese dir vor da wird es rezitiert 1. Petrus weiter 1. Petrus Vers 25 äh 1 ganz ganz klar du meinst 1 du meinst 1,25 genau 1,25 das ist aber das Wort welches euch als Evangelium verkundet worden ist ah sorry ich muss ab 24 denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrschkeits des Menschen wie die Blume des Grasses das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit Amen Amen okay bloß warte ich bin nicht fertig okay dritter Buch Mose okay also sorry zweiter Buch Mose 3 das ist was Flex gerade lesen wollte okay 1 liest das liest das bitte liest das bitte ganz laut und deutlich Bruder Bruder bitte hör mal zu liest das auf ganz leise dass jeder 800 Leute dass jeder das hört was ich gesagt habe und danach lass ich dich antworten danach lass ich dich antworten okay gerne super aber bitte nicht Jeremia 8,8 Hallo und weiter sprach Gott hört genau zu und weiter sprach Gott zu Mose so sollst du zu den Kindern Israels sagen der Herr der Gott eurer Väter der Gott Abrahams der Gott Isaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt stopp warte das ist mein Name ewiglich danke hör zu stopp das ist mein Name ewiglich ja das ist der Name mit dem ihr an mich gedenken sollt von Geschlecht zu Geschlecht stopp Gott hör zu Gott ist derselbe gestern heute und morgen Gott Amen Amen Gott lebt nicht Gott wartet mal kurz wartet mal kurz das ist jetzt die Alhamdulillah Mujavid muss schon selber lachen über Alhamdulillah Jesus dass ihr das aus dem Islam nimmt und dann jetzt fürs Christentum kopiert hört mal zu wir machen doch Spaß Mann ich find's ja lustig dass ihr etwas aus dem Islam nimmt wenn ihr den Islam als teuflisch betrachtet und dann Jesus doch damit verbindet jetzt relax ist Islam ist Islam eine Frage ist Arabisch eine Sprache oder ist Islam eine Sprache darf ich jetzt ganz kurz darauf antworten ich war nicht fertig du kannst gerne was dazu sagen hört genau zu Gott ist derselbe gestern heute und morgen Gott lebt nicht in Zeit er lebt außerhalb von Zeit er hat Zeit kreiert aber er lebt nicht in der Zeit Gott lebt nicht in der Existenz er ist Existenz Gott ist derselbe immer gewesen und wir wissen ganz klar okay dass die Israeliten okay hatten einen Gott und der Gott hat sich Mose offenbart und hat gesagt weil Mose hat ihn gefragt okay Mose hat ihn gefragt ja ähm wenn die Leute mich fragen wer hat dich gesandt ne wer hat dich gesandt dann hat Gott zu ihm gesagt sag den Leuten Yahweh hat mich gesandt ich hab mich mit dem Namen bei deinen Vorvätern so hab ich mich nicht genannt bei deinen Vorvätern aber jetzt will ich dass jeder weiß ne dass das mein eigen Name ist und was hat er gesagt schwarz auf weiß bitte das ist der Name an den ihr gedenken sollt haben die es deswegen da auch abgehauen letzte Mal das ist der Name an den ihr gedenken sollt von von ewiglich von äh Geschlecht zu Geschlecht das heißt von damals in der Zeit von Mose bis jetzt und das war der Name Yahweh und bitte hört mir genau zu bitte Allah okay Allah 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 wie gesagt Shimon hat erklärt Allah ist kein eigen Name Nummer 1 Nummer 2 okay Nummer 2 der Name Yahweh du machst Mikrofon kaputt chill ich bin sehr sauer ich bin sehr sauer ich bin sehr sauer ähm Nummer 2 hab bisschen Geduld Bruder trinken ein Glas Wasser alles gut Al-Majid also zweite Sache zweite Sache zweite Sache da steht schwarz auf weiß drinne und wir Christen jetzt gedenken noch immer an den Eigennamen Yahwehs okay weil er steht von Geschlecht zu Geschlecht okay Moslems gedenken nicht an den Eigennamen von Geschlecht zu Geschlecht eure Schollers verneinen Yahweh deine eigenen Schollers verneinen Yahweh und du hast vorhin du hast ja vorhin warte mal Raphael und du hast ja vorhin klipp und klar vor 600 Leuten gesagt dein Gott ist Yahweh somit erweiß nicht was du somit hast du automatisch den Islam verlassen willkommen im Christentum Bruder ich küss dein Herz das Problem was wir hier haben weil dein Kollege hat irgendwas mit Buddha oder so irgendwas ins Hinduismus oder du warst es eins von den beiden was ich dir was ich sagen will ist das hier okay dass ihr seid diejenigen der Koran behauptet die Tora gesandt zu haben und das Injil gesandt zu haben ihr behauptet das gut ihr behauptet auch dass alle Propheten Moslems waren okay ihr behauptet das ihr seid ihr sagt alle Moslems waren Allah ergeben wie wir wissen es alle ein Titel so aber die Tora okay alle Propheten stammen aus dem alle Propheten sind aus dem Stamm Israel also aus den zwölf Stämmen okay alle Propheten vor Mohammed kommen aus den zwölf Stämmen Israels und alle Propheten waren Yahweh gehorsam und wenn du mir heute sagst dass Allah Yahweh ist dann hast du Kschitt gegangen wie sonst was Weil Allah Weil Allah ist nicht Yahweh Aber ich schalte dir das hier zu ich bin fertig Okay danke er kommt zu dem letzten Ähm von also nicht böse gemeint aber Christ das Christentum Ischirq Und von Muschirqin Also in dem Sinne dass man Gott Partner zugesellt Kannst du einem Muslim nicht sagen dass das Schirr geht Aber einmal zu all dem was du gesagt hast Ja von einem nein nein ich bin am reden Ich bin am reden Ich habe von Anfang an gesagt Gott ist nicht auf seinen Namen begrenzt Allah mit dem Heiligen Koran als es uns offenbart worden ist Und deshalb mache ich jetzt ein Fazit weil sonst drehen wir uns gleich im Kreis Allah im Heiligen Koran hat sich selbst offenbart als Allah Okay das ist der Name Allah Oder er sagt Allahu Auch zum Beispiel er ist was dasselbe ist wie ich bin Einfach nur in einer anderen Form okay Und deshalb habe ich gesagt wir nehmen das an Ich habe diese Frage schon längst beantwortet Das interessante ist aber ich habe die Zwischenfrage gestellt weil ihr dann sozusagen Der wie heißt er Schiman hat dann nebenbei versucht dann Islam anzugreifen In dem er sagt ja ist der Koran Also was sollen wir an den Gott glauben der seine Botschaft verfeilchen lässt Da habe ich gesagt bringe Bring mal erstmal aus deiner Bibel Einen Vers wo ihr damit beweist dass die Bibel vollkommen ist Keine einzigen Verse habt ihr gebracht um zu beweisen dass die Bibel vollkommen ist Und ich gebe dir sogar noch einen Beweis weshalb die Bibel nicht vollkommen sein kann Weil Jesus selbst sagt in Johannes Und jetzt erzähle ich euch Johannes 16 12 Noch vieles habe ich euch zu sagen Lass mich zu Ende sprechen Noch vieles habe ich euch zu sagen Aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen Wenn aber jener kommt der Geist der Wahrheit Wird ihr euch in die ganze Wahrheit führen Ich werde jetzt nicht diskutieren wer der Geist der Wahrheit ist Aber Jesus sagt mit seinen eigenen Worten Dass das was er nicht gesagt hat noch nicht fertig ist Die Bibel kann nicht vollkommen sein Wenn du schon über die 12 Stämme sprichst Dann lass uns auch darüber besprechen Dass Jesus Friede sei mit ihm Selbst laut der Bibel gesagt hat Dass er für die verlorenen Schafe Israels kam Die verlorenen Stämme die 12 Stämme Zwar nur 2 Stämme waren in Palästina damals Wo waren die restlichen 10 Ist Jesus in den Himmel gefahren und ohne die restlichen 10 überhaupt zu informieren Überhaupt die Botschaft mitzugeben Das heißt laut eurem Narrativ hat Jesus nicht mal das erfüllt was er getan hat Ey Kollege Warte nein nein Kollege Lass mich bitte drauf eingehen Lass ihn ausreden Lass ihn ausreden Lass ihn ausreden Natürlich du darfst ausreden El Mujahid bevor wir weitermachen Ich will nur kurz vor allen hier klarstellen Wir streiten uns nicht Es ist ein bisschen hitzig Alles schön und gut Aber mit vollstem Respekt Er hat nichts gegen mich Ich habe nichts gegen ihn Das ist einfach nur Theologie Alles gut Simon mach das Das macht das macht das Wir sind alle Wir sind alle Brüder und Schwestern in der Menschheit Genau Der Bruder hier Schimon Selbst Allah sagt Kommt lasst uns auf ein Wort vereinen Was gleich ist zwischen euch und uns Und das ist das wir Gott anbeten Dem Herrn von Mose Von Abraham Von Jesus Von Mohammed aus unserer Sicht Wie ihr das jetzt auslegt ist eure Sache Ich habe von Anfang an klar gemacht Dass Allah selbst im Heiligen Koran sagt Lahul asma ul husna Dass ihm alle schönen Namen gebühren Die Tora wurde ebenfalls von Gott offenbart Nur ist mit der Zeit ist verfälscht worden Auf unserer Sicht Das heißt wenn Gott seinen Namen dort offenbart hat Habe ich kein Problem damit Ich akzeptiere es Ihr habt ein Problem damit Weil ihr euren Gott nur auf diese Namen beschränkt Weil sonst hättet ihr kein Problem mit Allah Dementsprechend das ist mein Das ist was ich sagen wollte Dann habe ich es nicht verstanden Weil laut euch Ich müsste ja auch erstmal den Heiligen Geist haben Um es zu verstehen Sonst würde ich ja erst recht nicht verstehen Oder nicht eure Theologie Was auch interessant ist Weil er jeden muslim dann als Kernbehindert Darstellt Solange er nicht den Heiligen Geist in sich hat Weil sonst kann ich den Bibel ja gar nicht verstehen Abgesehen davon wie gesagt Warte 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 Darf ich eine Sekunde Du darfst nicht emotional werden Wir haben ein ganz normales Geschwister Ich schwöre es dir Ich bin ganz normal Der hat nicht eine Sache über Yowie gesagt Der hat die Sachen Ich habe alles Ich habe alles beantwortet Was ich beantworten wollte Ich höre gerne zu Ich habe alles was ich ehrlich gesagt habe Ich würde damit auch Ich würde damit auch Mein Gesprächsanteil komplett beenden Und mich dann verabschieden Ich höre zu wenn du was sagen willst Genau ich würde gerne Was hinzufügen Simon sag was Und dann nachher auch bitte So Swiss wenn du möchtest Du kannst gerne vortreten Du hast die ganze Zeit nicht geredet Bitte schön Ich denke Patrick Patrick sollte auch was sagen Weil der war die ganze Zeit ruhig Gib mal Patrick mal kurz die Bühne Okay dann Ich ziehe mich zurück erstmal Patrick bist du da Oder bist du eingeschlafen Nee ich bin doch da Also das mit den zwölf Stämmen ist gelogen Den Paulus grüßte in seinen Briefen An alle zwölf Stämme Also waren da immer alle versammelt Das kann ich belegen in der Bibel Ich habe zwar jetzt nicht den Bibelfers Aber das steht so Ich grüße alle zwölf Stämme Also die waren da zusammen Ja und das zweite Ich habe gerade einen Psalm hereingeschrieben Und zwar ist das Psalm Sagst du gleich Psalm 119 89 bis 113 Da bestätigt Gott sein Wort Es ist ewiglich für immer Das ist sehr sehr wichtig Du bist jetzt ein bisschen gesprungen Ja Aber ich freue mich sehr Dass du als Moslem zum Christentum kommentiert bist Und du gesagt hast Ja wer ist dein Gott Das hat mir hoffentlich jemand aufgenommen Da hat es heute Frucht gebracht Ich gebe das Wort gerne meinem Bruder Swissapologetik Vielen Dank Patrick Also zuerst mal Du hast gesagt eben Ich fand das interessant Zuerst sagst du Wir sind alle Götzendiener Und hätten Stirk begangen Und dann zwei Minuten später Oder nicht mal zwei Minuten später Sagst du Aber wir glauben ja alle an den selben Gott Und darum friedefreie Eilkuchen Anscheinend nicht Anscheinend glauben wir an den dreihängigen Gott Und du nicht Und darum glauben wir auch nicht an den selben Gott Und darum glaubst du auch Wir wären Götzendiener Ich habe dich am Anfang gefragt Ich habe das dann nicht mehr fortsetzen können Ich habe dich am Anfang gefragt Warum sollte ich als Christen Im siebten Jahrhundert An Mohammed glauben Du hast dann geantwortet Prophezeiungen Das Problem ist In der Bibel wird gewarnt Vor falschen Propheten Die große Wunderzeichen tun Also gilt das Argument nicht Und du hast einem Mann mehr vertraut Als Gott und Gottes Wort Und das ist Schirk Du hast einen Mann Der gehauptet hat Ein Prophet zu sein Und dem Wort Gottes widersprochen hat Bist du nachgefolgt Du hast ihn über Gott gesetzt Und damit Schirk begangen Das ist Der Islam ist Schirk Du musst zuerst ein Götzendiener sein Um überhaupt ein Moslem sein zu können Das ist das Problem Das ist das logische Problem Schimon lass mich kurz Du hast das Wort Gottes Und du hast einen Mann Der dem Wort Gottes widerspricht Und dann ist egal was der tut Weil in der Bibel Im Wort Gottes wird gewarnt Im Wort Gottes wird gewarnt Dass man das noch speziell sagen muss Das ist weil du davon ausgehst Das Gottes wort nicht vollkommen ist Das ist einfach Es zeigt einfach was für ein niedriges Das Problem ist Das war ganz gut Darum Ihr habt drei Jetzt drei wieder drei Personen was gesagt Darf ich ganz kurz Jetzt bitte Okay Denn lass ich Raphael danach weiter machen Alles gut Das interessante ist Du sagst jetzt in der Bibel steht Muss es nicht stehen Dass Gottes wort vollkommen ist Das ist das interessante Weil der Koran das beansprucht Der Koran beansprucht wenigstens von sich selber Dass er vollkommen ist Was das Alte Testament Und das Neue Testament nicht tut Direkt zu Beginn In das Foto Al-Baka Abgesehen davon Wieder zurückkommend Wieso Mit deiner Frage Wieso soll ich einen Mann annehmen Der 600 Jahre später kommt Und mir dann sagt Dass mein Gott falsch ist Weil dieser Mann Mit seinen Beweisen Das Kreuz gebrochen hat Und ich nicht an das Kreuz glaube Weil für mich Jesus nicht am Kreuz gestorben ist Und laut Paulus Und weil er jetzt gerade Die falschen Propheten erwähnt hat Die Jesus gewartet hat Von dem einer Paulus ist Den nicht mal Jesus getroffen hat Den wort man nicht Denn davor noch ein Gegner Christi war Wenn er jetzt und behauptet Dass Jesus am Kreuz gestorben ist Nämlich das nicht an Tut mir leid Ja es bekehrt Sagt ihn natürlich Das ist wie Wenn jemand kurz vor seinem Sterbebett Dann noch das Christentum komplett Umgeschrieben hat 300 Jahre nach ihm Und danach komplett eine neue Doktrin Erschaffen hat Konzept von die CA Aljum und Aljum Warte weil ich bin euch fertig Zu deshalb zu all diesen Sachen Wenn jetzt sagt Ich bin jetzt Muschlik Und sonst was Ich sage Okay Er ist Allah Einzig und allein Er hat keine Kinder Noch Frau Oder sonstiges Und nichts ist ihm gleich Könnt ihr dasselbe behaupten Schimma Israel Adonai Eloheno Adonai Schimon Wein Eine Sekunde Und das Interessante Warte ich bin noch nicht fertig Ich bin noch nicht fertig Das Interessante ist Ihr glaubt ja auch daran Dass Jesus Ihr glaubt ja auch daran Dass Jesus Gott ist Was war denn der Eigenname Jesu Christis Hat Gott jetzt zwei Eigennamen Jetzt beantwortet Also Schimon Schimon Eine Sekunde Er hat fünf Punkte gebracht Ich gehe auf acht Punkte ein Schimon Ich brauche nur eine Minute Ich bin gleich fertig Ich brauche wirklich nur eine Minute Also Du hast ja gesagt Yahweh ist Gott Oder Und du hast Du hast ja gesagt Yahweh Allah ist Yahweh Das hast du ja gesagt Oder Ich habe gesagt Alle Namen gebühren Allah Punkt Okay Alle Namen gebühren Allah Also glaubst du daran Alle schönen Namen Alle guten schönen Namen gebühren Allah Okay Du glaubst auch daran Dass der Gott der Israeliten Allah war Richtig Gut Also Dritter Mose Warte Lass mich das bitte machen Dritter Mose 26.1 Das hat Yahweh Zu den Israeliten gesagt Okay Ihr sollt keine Götzen machen Ein Götterbild Und eine Säule Sollt ihr euch nicht aufrichten Kann man bis runter Du scheiß bisschen Okay Ihr sollt keine Ich lese für dich ganz langsam vor Ihr sollt keine Götzen machen Ein Götterbild Und eine Säule Sollt ihr euch nicht aufrichten Auch keinen Stein mit Bildwecken Wieso habt ihr Jesus dann in der Kirche Hallo 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 Wieso schreibst du Wieso habt ihr Statuen Und Bilder Und Portrines Und Ikonen von Jesus In der Kirche Renn nicht weg Renn nicht weg Das ist eine Frage Ich habe dich ausreden lassen Ich habe dich ausreden lassen Renn nicht weg Nicht weg Renn Warte ich ganz kurz Lass mich Lass mich Lass mich Richtig Das hast du sehr schön gesagt Mujahid Aber Eine Ikone Ist kein Stein Das ist ein riesen Unterschied Mein Freund Du hast dich damit selber Gerade Ein Schlag gegeben Ein Stein Ist kein Ikone Nur ein Tipp Ich mach mal wieder Showbeenden Alles gut Könnt weiter Ey Kann ich bitte Warte 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 Wieso werde ich jetzt stumm geschalten Wenn ich etwas gesagt habe Was seine Worte direkt widersprochen hat Alle wurden stumm geschalten Lass mich das bitte zu Ende machen Bitte Ich will den Vers zu Ende lesen Und dann komme ich zu meinem Punkt Okay Maha Bibi Maha Bibi Seid nicht so emotional Sei nicht so emotional Sei nicht so emotional Ich bin locker Ich bin locker Ich bin locker Ich bin locker Nein nein ich meine Mujahid Aber Raphael Raphael der Mujahid meinte Nicht schreien Weil du bist Du bist gerade echt ein bisschen laut Ich habe eine sehr laute Tonlage Hör zu Ich mach das ganz simpel Ganz in Ich segne für deine Soktronlage Al Mujahid Bitte Nicht stoppen Ihr sollt keine Götze machen Ein Götterbitten Eine Säule Sollt ihr euch nicht aufrichten Auch keinen Stein mit Bild weg In eurem Land aufstellen Dass ihr euch davon niederwerft Denn ich Der Herr In hybrisch Yahweh Bin euer Gott Stopp Yahweh Okay Verbietet Deine ganze Anbetung Die du machst In deinem Leben Okay Alles was du tust Yahweh Verbietet es Stopp Sag mir nochmal Ich möchte nochmal von dir hören Dass Gott In der Zeit von Mose Dass dieser Gott Der was verboten hat Zu der Zeit Okay 600 Jahre nach Christus Es auf einmal erlaubt hat Wenn das derselbe Gott ist Okay Dann ändert dein Gott Viele Sachen Erste Sache Zweite Sache Ich möchte wirklich Dieser Vers Das dritte Mose 26 1 Ich möchte von dir wissen Okay Ganz simpel Ob dieser selbe Gott Der das verboten hat Ob das der Gott ist An den du glaubst Und warte Warte Diese frage Und jetzt Jetzt bist du Aber gefangen Jetzt musst du darauf eingehen Und jetzt Letzte Sache Jesus Bilder Jesus Bilder Jesus Bilder In der Kirche Und so weiter Und so fort Steht irgendwo In der Bibel Okay Steht irgendwo In der Bibel Dass wir uns Davon niederwerfen sollen Oh Ne Du sollst Warte eine Sekunde Ja ich warte Ich will die Frage noch fertig machen Sei nicht emotional Sei nicht emotional Ich mach die Frage fertig Alle Dinge die du genannt hast Zeig mir Bibelvers Ein Bibelvers Wo drinsteht Wir sollen das genauso machen Hast du nicht Nummer 1 Nummer 1 hast du nicht Zweite Sache 3. Mose 26 1 Ist das derselbe Gott An den du glaubst Ja oder nein Shimon Danach kannst du weitermachen Lass ihn Lass ihn ausreden Dann komm ich dazu Aus Respekt Er ist ein Gast von uns Wie gesagt an alle Niemand streitet sich Das ist sein Bruder an Adam Alles schön und gut Okay Das Interessante ist Raphael du hast mich ja gefragt Ob ich jetzt an einen Gott glaube Der das verändert hat Was dein Gott offenbart hat Ich würde dieselbe Frage auch an Jesus stellen Oder an das was nach Jesus passiert ist Wenn du selbst vorgelesen hast Man darf sich kein Götterbild machen Und dann jetzt in jeder Kirche Es geht nicht darum Ob er es anbetet oder nicht Man hat ein Bild von Gott gemacht Überall in den Kirchen Hängt eine Ikone Hängt eine Statue Hängt ein Bild von ihm Und das heißt Das hast du selbst vorgelesen Lieber Raphael Hat er Habt ihr ein Götterbild Ja oder nein Zweite Frage Die du immer noch nicht beantwortet hast Deshalb erwähne ich sie nochmal Jesus Was ist sein Eigenname Ist Jesus nicht Gott Hat Gott jetzt zwei Namen Immer noch nicht beantwortet Dritte Frage Ihr erwähnt Dass die Lehre von der Bibel Ewig während ist Ja okay alles schön und gut Der Koran ist wenigstens so erhaben Über die Bibel Dass es beansprucht Eine vollkommene Lehre zu sein Diese Lehre Hat Jesus Christus Und die Bibel nicht Denn Jesus selbst In Johannes 16-12 sagt Noch vieles habe ich euch zu sagen Aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen Wenn aber jener kommt Der der Geist der Wahrheit ist Wird er euch die ganze Wahrheit führen Dritte Noch eine Sache Um die ganze Debatte nochmal komplett zu bänden Und dann bin ich durch mit Dann gehe ich auch raus Lass uns bitte Lass uns den Stein Lass uns bitte ausreden Dann gehe ich drauf ein Aus Respekt Weil Mujahid Ich habe dich dreimal vorgelassen Weißt du Dankeschön Ich lasse euch gleich reden Ich möchte nur kurz was hinzufügen An Al Mujahid Du kannst gerne danach das machen Bitte Ich will nur zu der Debatte kurz was sagen Okay gerne Es geht um Ikone Es geht gerade um den Vers den er zitiert hat Weil Yahweh verbietet es Und euch vor einem Stein nieder wirft Und deswegen sage ich gehe darauf ein Da steht nicht Ikone Da steht Stein Geh mal bitte auf die Götterbild Da steht Götterbild Da steht Götterbild Weil Yahweh Weil Yahweh verbietet es Okay Und wie sagt den Götterbild Wie sagt den Götterbild Da muss drauf eingehen Bitte Er sollte sein Punkt zu Ende führen Und dann gehe ich auch an sein Und das Interessante ist Ich glaube ja nicht Ich glaube ja nicht mal daran Dass ich das hier annehmen muss Weil für mich der heilige Im koran geht Und wenn der heilige koran sagt Dass er Allah Allah Ibrahim Und Ismail Aufgetragen hat es zu tun Dann glaube ich daran Weil ich an dem koran glaube Welches Al Furgan ist das Zwischen Juden und Christen Und und Christen Okay das ist die Antwort dazu Nochmal Wenn du schon auf diesen vers appelliert Dann erklärt doch mal Erklär doch mal Bitte Bitte Lass ihn ausreden Lass ihn ausreden Bitte die Schwester Lass ihn ausreden Wenn ihr schon auf diesen vers appelliert Dann erklärt doch mal bitte noch einmal Wieso Weil es heißt er macht euch kein Götterbild Wieso habt ihr Bilder von Jesus überall hängen Wieso habt ihr überhaupt Ikonen und sonst was Ist ja auch alles mit drin Es steht mit drin Bilder sind Und pack mir Ikone weg Selbst wenn du sagst Ikone will ich nicht hören Gar kein Problem Wieso habt ihr Bilder von eurem Gott In euren Kirchen In eurem Zuhause Selbst das Kreuz was ihr an euren Nacken trägt Habt ihr überall gefühlt vergöttlicht Packen wir das nochmal beiseite Wenn wir jetzt darüber sprechen Ob ihr jetzt der Meinung seid Wie Gott genannt wird oder nicht Okay Ich sag nochmal Wir glauben daran Dass Allah alle schönen Namen gebühren Okay Und unter dieser Prämisse habe ich gesagt Das muss nicht zugehen Aber warte Warte Unter dieser Prämisse Akzeptiere ich Jahwe Nicht unter eurer Prämisse Die ihr mir versucht durch die Bibel durchzudrücken Da sage ich nein Da habe ich den Koran Um zwischen uns zu entscheiden Jetzt mein letzter Punkt Mein allerletzter Punkt Und dann könnt ihr gerne Ihr könnt gerne weiterreden Weil das Ding Wir würden jetzt die ganze Zeit nur hin und her gehen Ich wollte nur bis 13.15 bleiben Ich wollte nur bis 13.15 bleiben Kurz noch davor was Ich wollte Ich hab dir Lass mich bitte drauf eingehen bitte Warte Ich hab dir gesagt Ich will nur bis 23.15 bleiben Weil ich danach schlafen möchte Ich bin jetzt sogar eine halbe Stunde noch länger geblieben Ich hoffe es ist fair genug gewesen Ihr werdet bestimmt Antworten sagen Wo ich dann wieder eine Antwort geben werde Ihr könnt eure Antworten geben Ich werde es nicht weiter kommentieren Ich werde sogar rausgehen Ihr könnt es danach gerne sagen Man kann mir jetzt nicht sagen Dass ich weglaufe Nachdem ich sogar über meine Zeit hinausgeblieben bin Hiergeblieben bin Weil ich auf alles eingegangen bin Natürlich werdet ihr aus eurer Seite sagen Nein Du hast meine Frage nicht beantwortet Genauso wie ich zu euch sage Nein Ihr habt meine Frage nicht beantwortet Wir werden uns da nur im Kreis drehen Allerletzter Punkt Allerletzter Punkt Was auch der Patrick gesagt hat Das wollte ich nicht einfach so im Raum stehen lassen Wo er gesagt hat Dass alle 12 Stämme da waren Das stimmt so auch nicht Weil das damals in Palästina das Reich der Jugend in zwei aufgeteilt worden ist Wodurch ein Reich zerstört worden ist Und die 10 Stämme Israels Die dort versammelt waren in dem Reich Ich habe jetzt vergessen welches es war Ich müsste nochmal nachschauen Davon wurden die 10 in Babylon nach Exil getrieben Die wurden ins Exil geschickt Deshalb nennt man sie auch die verlorenen Schafe Israels Weil sie nicht mehr vor Ort waren Okay das ist geschichtlich bewiesen Das zu all euren Punkten Und letzte Sache damit wir nochmal friedlich machen können Egal wie die Debatte hier endet Egal wie die Unterhaltung war Egal wie hitzig das manchmal wurde Oder wie laut Ich danke trotzdem für eure Zeit Ich danke für euren Respekt Und ich danke auch für die Möglichkeit Dass ich meine Fragen stellen durfte Oder wir unsere Fragen stellen durften Und auch dass wir sozusagen Fragen von euch bekommen haben Um darauf einzugehen Und ich bete Und da bete ich im Namen Des Gottes von Abraham, Jesus und Mose Okay Im Namen von Abraham, Jesus und Mose Dass er uns alle auf der Wahrheit vereint Amen Können wir uns darauf ein Amen Amen Alles gut Bevor du gehst Lass bitte Shimon doch zu Ende Genau Lass mich kurz auf einige Punkte Du kannst darauf eingehen Genau Wenn du nicht drauf eingehst Ist alles schön und gut Aber scheine Argumente Hallo, alle. Lass mich bitte ausreden, bitte. Wie gesagt, lass mich bitte ausreden. Ich habe dich dreimal vorgelassen. Gerne. Also an alle, die hier drin sind, die müssen ja nicht alle im Klammer sein, wenn ich hier anwesend bin. Ich weiß auch nicht, was los ist immer. Also der erste Punkt ist, wenn wir uns Johannes Kapitel 14 bis 16 analysieren, erkennen wir, dass der Geist der Wahrheit in uns ist. Ist dein Prophet in 2,5 Milliarden Christen? Das geht nicht. Das heißt, du hast ihn gerade vergöttert, du hast ihn gerade zu Gott erklärt, zu den Schöpfern dieser Welt und damit hast du gerade Schirr begangen. Zweiter Punkt ist, du sprichst davon, dass Gottes Botschaft für uns eindeutig sein muss, dass Gottes Botschaft nicht eindeutig ist, dass sie sicher ist. Es ergibt keinen Sinn, wenn Gott, Musa a.s. eine Botschaft hinterlässt an die Kinder Israels, dann ist die Botschaft vollkommen und beschützt. Ich sage dir warum. Warum? Weil was ist, wenn Gottes Botschaft nach zwei Tagen verloren geht? Das ist ja möglich, oder? Das ergibt wieder keinen Sinn. Das ergibt wieder keinen Sinn. Das ergibt wieder keinen Sinn. Das heißt, Leute, wir laufen immer gegen eine Wand, egal wie man argumentiert. Dann fragst du den Muslim, ist Gottes Wort verfälschbar? Dann sagt er, natürlich nicht. Gottes Wort ist nicht verfälschbar. Dann fragst du den Muslim, ist Gottes Wort die Taurah? Sagt er ja. Ist Gottes Wort das Injil? Sagt er ja. Ja, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat das doch herabgesandt. Korrekt. Ist die Taurah verfälscht worden? Ja. Aber ich dachte, Allah hat das herabgesandt und das ist sein Wort. Ja, schwierig. Da haben wir einen philosophischen Stopp. Da sind wir in einer philosophischen Sackgasse. Das bringt uns auch nicht weiter. Dann gibt es da nochmal einen Punkt mit dieser Ikone, wo er sagt, ja, diese ganzen Jesus-Ikonen, also mein Lieber, Christus, Gott, hat sich in menschlicher Natur uns, den Christen, den Menschen, der gesamten Welt, offenbar, gezeigt. 1. Johannes 5, 20 ist gekommen, dass wir ihn erkennen als wahrhaftiger Gott. Genau. Wenn wir Ikonen von der menschlichen Natur haben, dann haben wir nicht Gott das Wesen als Ikone. Wir haben die menschliche Natur so, wie Gott sich damals den Menschen offenbart hat. Das heißt, wir würden hier wieder in einer Sackgasse landen, die gar keinen Sinn ergibt. Diese Ikonen-Argumente, das sind alle Schein-Argumente, ergeben keinen Sinn. Wir landen wieder in einer Sackgasse, weil Gott, der Schöpfer, hat sich so uns seinen Kindern offenbart. Alles legitim. Wenn die Leute dann davon Ikonen zeichnen, alles legitim. Es ist die menschliche Natur, die wir sehen. Und da fangen wir auch bei den Urchristen an. Kirchenväter vom 1. bis 3. Jahrhundert. Alles legitim. Das war es doch von mir. Ich wünsche dir einen gesegneten Abend. Ich wünsche dir einen gesegneten Abend. Und bevor der Bruder jetzt auch noch weiter spricht, möchte ich noch was hinzufügen. Wir knien uns nochmal zum Thema, weil du gesagt hast, du glaubst an den Gott Yahweh. Dein Gott ist Yahweh. Das hast du vorhin auch bestätigt. Dein Gott Yahweh hat gesagt, werf dich nicht nieder vor einem Stein, denn er ist der Gott, den du anbeten sollst. Bau dir keine Säule auf, errichte dir keine Säule, knie dich nicht vor dieser Säule oder vor diesem Stein und bete nicht diesen Stein an, denn er ist dein Gott. Und dann hast du gesagt, aber warum habt ihr Ikone, dies, dies, das? Das übrigens müssen wir auch noch hinzufügen, ja. Es ist ein Symbol. Wir knien uns nicht vor diesem Symbol nieder. Es ist ein Symbol, ja. Aber wenn wir uns die Kaber nehmen, was machen sie? Sie werfen sich vor diesem Stein nieder. Sie küssen diesen Stein, TikTok sportlich. Sie lecken diesen Stein ab. Das ist Schirk, ja. Und das ist sogar sunnitisch, ja. Das machen sie. Und das ist Götzendienst. Das ist einfach ein Fakt. Aus dieser Geschichte kommst du leider nicht mehr raus. Das ist einfach so. Bist du fertig? Dein Gott Yahweh verbietet das, ja. Gut, du bist jetzt Ahmadiyah. Ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt diese Stein küssen tust oder so. Aber wie gesagt, ja, das ist... Äh, Flex, let's... Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, ich rede doch sowieso schon gegen 1, gegen 5 oder nicht. Dann habe ich nochmal ganz kurz zu drauf. Ich will, dass du nicht alle beantwortest. Warte, nein, lass mich doch mal ganz kurz drauf eingehen, was jetzt gesagt worden ist alles. Eine Sekunde, ich beantworte alles, wie ich das möchte. Ich gehe jetzt nur noch drauf ein, weil ihr zwei Sachen neu eingebautet. Warte mal, ich antworte jetzt nur noch auf zwei Sachen, die gegen den Islam errichtet worden sind, weil ich das nicht einfach so durchlasse. Äh, die eine ist die falsche Prämisse von, ich glaube nicht, Shimon, wo er gesagt hat, ist das Wort Gottes verfälschbar. Das ist jetzt der Unterschied. Im heiligen Koran hat Allah gesagt, Ich bin derjenige, der dieses Wort offenbart hat und ich werde es selbst beschützen. Hat die Tora diesen Anspruch, dass es für immer bewahrt werden wird? Nein, weil sie nicht mal den Anspruch hat, vollkommen zu sein. Nicht mal das hat es. Und wo steht das? Du steht das? Eine Sekunde, warte, eine Sekunde, darf ich mal zwei sprechen? Ich habe es vorhin schon gezeigt, wo das steht, wo das nicht vollkommen ist. Nee, wo das in der Tora steht. Warte, 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 warte. Darf ich mal beantworten? Dankeschön. Jetzt sagst du darauf hin, warte, 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 warte. Darf ich reden? Ich lasse euch ausreden, ihr aber weder und dessen nicht, weil ihr wisst, dass ihr von Muslimen gerade beantwortet werdet. Diese Scheinfragen, die ihr antwortet, Du sollst eine Quelle bringen. Hallo, Raphael, komm ruhig. Alles gut, alles gut, alles gut. Kein Stress. Und das, jetzt zu deiner Aussage, du sagst ja, das ist ja nicht das Bild von, äh, wir beten nicht das Bild an, sondern es ist ein Symbol. Genauso ist die Kaaba ein Symbol der Einheit Gottes auf Erden, okay, aus islamischer Sicht, weil Allah im heiligen Koran ja selbst sagt, wo immer ihr euer Antlitz richtet, dort ist Allah. Weil Allah außerhalb von Raum und Zeit ist, okay? Für uns Muslime, selbst wenn wir mal die Kipler nicht kennen, sagen wir mal, ich würde nicht wissen, wo jetzt Makkah ist. Ich könnte jetzt in irgendeine Himmelsrichtung beten, gar kein Problem. Wieso ist Bilal, radiallahu anhu, der Sahabi des heiligen Propheten, sallallahu alaihi, der Gefährte des Propheten, derjenige Wesen, der auf die Kaaba gestiegen ist und auch mit seinen Füßen oberhalb der Kaaba den Gebetsruf getätigt hat. Wenn es doch so heilig wäre, warte mal, dann nennst du es mir zu entsprechen. Wenn es doch so heilig wäre, wenn wir das so heilig wäre, wie wir das immer angeblich anbeten, wo ein Muslim, jeder Muslim, der sagt, wir beten das nicht an, sondern ist das ein Symbol der Einheit, um die Menschen überall der Welt zu vereinen, dann würden wir uns nicht darauf stellen, mit unseren Füßen, gar kein Problem. Plus, wegen diesem Lecken, um was du gesagt hast, wegen Hajar al-Aswad, da war Sayyid Naumar unser zweiter Khalif, Frieden und Segen Allah sei mit ihm, wo er gesagt hat, ja, wir tun das nur, weil der Prophet Frieden und Segen Allah sei mit ihm, das geküsst hat, nicht geleckt, geküsst, okay. Es hat keinen Nutzen und keinen Schaden. Wir tun das nur aus Liebe zu unserem Gesandten. Das zu all dem, was ich gesagt habe, damit bin ich jetzt auch komplett wendet, weil wir würden uns nur weiter diskutieren, weil jetzt immer wieder was Neues kommen wird. Du betest einen Stein an. Nein, nein, bitte nicht so was sagen. Bitte nicht so was sagen. Du betest einen Menschen an, der am Kreuz gestorben ist und der Kreuz verflucht ist. Lass mich doch noch einmal eingehen. Ich danke euch noch einen schönen Abend. Assalamu alaikum warahmatullahi. Guck mal, wir wollen hier doch im Frieden das Ganze beenden. Hä? Warum gehen die? Warum gehen die? Warum gehen die? Ja, ist okay. Der wollte schon... Der wollte... Jungs, Jungs, also nichts gegen meine christlichen Brüder, aber auch ihr müsst... Bisschen Defense. Bisschen nicht zu offensiv. Ich weiß, ihr wollt antworten. Ich weiß, ihr müsst die ganze Zeit hier seine Facken raushauen. Ich sehe das schon. Ich weiß. Raphael ist auch heiß. Alles über alles. Schimo, mein Bruder. Schimo, mein Bruder. Der hat nur philosophiert. Ich weiß. Auch von deren Seite aus. Die waren sehr emotional, auch passiv-aggressiv. Ich weiß. Ich weiß. Aber wir müssen einen Ausgleich finden. Das ist wichtig. Ihr seid meine Brüder. Ihr wisst ganz gut. Das ist jetzt nicht besonders wirklich eine Kritik, sondern eine Hinweisung. Schimo, mein Bruder. Schimo, mein Bruder. Kann ich kurz was sagen? Bitteschön. Also an alle meine Geschwister, okay? Der Kollege hat heute Shirk begonnen. Okay? Und das war 800 Leuten. Der hat heute zugegeben, dass Yahweh Gott ist. Okay? Dass Yahweh sein Gott ist. Das hat er zugegeben. Das ist komplett Shirk. Jeder Moslem fragt sogar Joker und die alle. Diese ganze Bande da. Die werden dir alle sagen, Yahweh ist nicht unser Gott. Okay? Der hat komplett Shirk begonnen. Und wenn Yahweh sein Gott ist, dieser Yahweh, der dein Gott ist, hat dir, ich habe dir in einem Vers gezeigt, dass dieser Gott, an den du glaubst, okay, wo du sagst, er sei dein Gott, ne? Wo du sagst, er sei dein Gott. Dieser Gott verbietet dein komplettes Gebetsmuster. Hat er komplett verboten in der Zeit von Mose. Okay? Hat er das verboten. Andere Sache, warum ich diesen Satz auch nicht verstehe, in Bezug auf, wir haben Jesusbilder, Kreuz und so. Es gibt kein Bibelvers, der sagt, dass wir uns davon niederwerfen sollen. Das, was ein Mensch selber macht, ist das, was der Mensch von selber aus macht. Aber es gibt kein Prinzip in Bibel, wo sagt, macht euch so ein Bild und werft euch davon nieder und betet es an. Das steht nicht drin. Was Leute machen, was Leute in ihrem eigenen Haus machen, das sollen sie machen. Wenn, äh, Leute, Mohammed, Mohammed, okay, Prophet Mohammed, in Anführungszeichen, hat Christen getroffen, die dachten, dass Maria, Jesus und Allah Gott sind. Diese Christen hat Mohammed getroffen. Okay? Das ist aber nicht an das, was die Christen glauben. Das heißt, Prophet Mohammed wurde von irgendwelchen Christen komplett übers Ohr genommen, TikTok-Sport, ne? Und glaubt daran, ne, dass wir Christen glauben, Maria, Jesus und Gott. Darum glauben wir nicht. Wir glauben an Vater, Sohn, Heiliger Geist. Somit ist es... Eine Sache muss ich kurz hinzufügen. Also Patrick, Swiss Apologetics, Shimon, Raphael, also ich finde, wir sind richtige Krieger, ey. Also wir verteidigen auf jeden Fall das Evangelium sehr, sehr stark. Sehr gut. Amen, amen. Also wir sind im Vormarsch. Wir sind im Vormarsch und machen eine sehr gute Arbeit. Genau. Raphael, Bruderherz, bevor du weiter machst, verzeih mich für die Unterbrechung. Ich weiß, du bist immer noch wie eine Geladene, wie eine Geladene, Bruder. Hätte mich richtig sauer gemacht. Ich höre das, alles cool. Wir müssen locker sein, weil wir sind die Christen, Bruder. In der Ruhe liegt die Kraft. In der Ruhe liegt die Kraft. Jetzt nur, um auf seinen Punkt einzugehen, weil das liegt mir noch auf dem Herzen. Da stimmt, was Flex sagt. Da hat Flex absolut recht gehabt mit, ja, das ist laut biblischer Sicht, jeder, der nicht Jachwe anbetet, führt Götzendienst. Absolut. Und deswegen... Das ist das, was ich ihm ja... Das ist ja das, was ich ihm gesagt habe. Er ist nicht drauf eingegangen, weil er wusste, wenn er drauf eingeht, schießt er sich damit selber weg. Und deswegen habe ich gesagt, der Gott, den du dienst, wer ist das? Er hat... Er ist meiner Frage komplett ausgewichen, ja? Das Ding... Er hat nur mal rumgeschwätzt und hat eine Gegenfrage gestellt und hat aber diese Frage nicht beantwortet. Ja, oh Raphael, du musst draußen noch mal reinkommen. Der wurde gemeldet, ne? Ja, Raphael. Kurz darauf einzugehen, Bruder, jetzt noch mal meinen Punkt zu vollenden. Denn es steht geschrieben, Gott ist allgegenwärtig, absolut, aber der Tempel ist Gottes Haus. Der Tempel ist Gottes Haus und man, wir sagen, Gottes Geist wohnt da drin. Alles legitim. Gott ist aber allgegenwärtig, okay? Alles legitim. Warum beten Juden Richtung Tempel? Weil sie sagen, Gottes Geist wohnt da drin. Jesus bezeichnet sich metaphorisch als den Tempel. Er hat... Einer muss die Stimme machen. Ich glaube, Raphael. Jesus bezeichnet sich metaphorisch als den Tempel. Der sagt, der Herr sagt, ich werde diesen Tempel niederreißen und in drei Tagen werde ich ihn... Dieser Tempel wird niedergerissen und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Jesu el-Messi betont, in drei Tagen, nach es, verzeiht mir, nach drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Und wir lesen ein, zwei Verse später, damit hat er sein Leib gemeint. Achtung, zuhören. Was heißt das? Jesu el-Messi hat bei seiner Auferstehung mitgewirkt. Welcher Prophet kann bei seiner Auferstehung sich selber wiederbeleben? Welcher Prophet kann sich selber wiederbeleben? Absolut. Kann mir das einer sagen? Ja, genau. Und deswegen steht in Johannes 4, Vers 24, da wir sagen, Jesus ist auch metaphorisch gesehen, der ist Gottes Haus, denn er trägt Gottes Geist in sich, die Hypostase. Beten wir im Geist und in der Wahrheit. Johannes 4, Vers 24. Raphael, geh mal komplett raus aus der App und komm noch mal rein. Ich habe wegen dir Meldungen bekommen. Warum auch immer. Ich glaube, die melden dich, Bruder. Geh komplett raus. Also mein lieber Bruder, der Al-Mujahed hat so viel schon über unseren Gott Jesus Christus gesprochen, dass ich langsam auch denke, dass er bereit ist, sich barthaufen zu lassen. Liebe Brüder, liebe Brüder, ganz kurz, stelle ich gehe raus. Ich wünsche euch Gottes Segen. Gottes Segen, Bruder. Und vergisst nicht, dass heute ein Moslem unseren Gott bezeugt hat und kompetiert ist zum Christentum. Das wollte ich noch mal festhalten. Es war super. Danke vielmals. Ich wünsche euch Gottes Segen. Gottes Segen, Bruder. Er hat fünf Punkte gebracht. Ich gehe auf acht Punkte ein. Nein, aber ich muss, also er war menschlich gesehen, bin ich ganz ehrlich, er ist nett. Menschlich gesehen wirklich ein netter Kerl. Aber was mir halt nicht gefallen hat und ich habe ihn ja trotzdem reden lassen, ist ja alles okay, er ist ja ein Bruder in Adam, alles okay. Er ist meiner Frage ausgewichen. Also ausgewichen meine ich, er hat drum herum geredet. Er wusste, dass wenn er darauf eingeht, das wäre ein kompletter Schlag für ihn ins Gesicht und deswegen ist er nicht darauf eingegangen. Ja, deswegen hat er rhetorisch, ist er anders mit der Frage umgegangen. Finde ich eigentlich ein bisschen schade, aber gut, er ist trotzdem sehr nett, das muss man sagen. Ich glaube es nicht verstanden, die ganze Zeit. Die ganze Zeit hatte die Frage jetzt beantwortet, hä, über was redet er jetzt auf einmal, weißt du? Und da habe ich gemerkt, nee, der hat ja die Frage gar nicht direkt beantwortet. Du musst einfach nur sagen, ja oder nein. Fertig aus. Genau. Die ganze Zeit begrenzt, begrenzt. Ey, komm, das macht doch absolut keinen Sinn. Ich habe die ganze Zeit nur darauf gewartet, weil er nicht darauf antwortet. Oder er sagt ganze Zeit Flex. Ich rede mit ihm, er sagt Flex. Ich rede mit ihm, er sagt Flex. Ich rede mit ihm, ich rede mit ihm, ich rede mit ihm, ich rede mit Flex. Er war verstanden, Flex hat dich widerlegt. Alles schön, Simon. Er wusste, er wusste, er wusste ganz genau, er muss darauf eingehen, aber er wollte mir antworten, weil, sozusagen, dass er sich damit bestätigt, aber er bestätigt damit, dass er indirekt mir die Antwort gibt. Weißt du, was ich meine? Alvaro, Simon und Flex, meine christlichen Brüder, ne? Ja, mein Bruder. Erstmal, erst mal melden die mich, okay? Die melden mich, ich weiß nicht wieso, aber die melden mich. Okay, gut. Aber, okay, bitte, dass wir das mal klären, ne? Damit ihr das nochmal bitte analysieren, okay? Der Kollege, der Kollege, wir haben, kennt ihr das, wenn man im Krieg, kennt ihr das, wenn man so 100 Schüsse auf einmal macht, bum, 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 bum. Bruder, Raphael, du musst rausgehen und nochmal reinkommen. Ich habe wegen dir wieder Meldung. Was ist los? Nein, dann hole ihn nicht hoch. Dann hole ihn nicht hoch. Dann hole mich nicht mal hoch. Genau, dann muss er unten bleiben. Dann muss er unten bleiben. Ja, aber ich habe wegen Ihnen Dinger Meldung wiederbekommen. Okay, egal. Lassen wir kurz dem Bruder Swiss nochmal reden. Ich glaube, der Bruder will gern Zeit was sagen. Ja, du darfst gleich was sagen, wenn der Bruder von uns erstmal jetzt was sagt. Danke so. Ich wollte nur noch kurz auf ein paar Punkte eingehen, die vorhin besprochen worden sind. Erstens, wegen den zwölf Stämmen für alle, die zuhören. Als das Nordreich und das Südreich geteilt worden sind, sind sehr viele aus dem Nordreich in den Süden gekommen, nämlich alle, die die Jahwe treu geblieben sind und die anderen, die wurden dann ins Exil geführt. Das heißt, im Südreich haben sich dann alle zwölf Stämme auch bewunden. nicht alle von den Stämmen, aber von allen Stämmen hatten sich dort sehr viele Leute im Südreich befunden und darum ist das Argument einfach falsch. Das andere, was er gesagt hat, mit dem, eben der Heilige Geist, der Beistand, weil der gesagt hat, er wird dann später noch den Jüngern sagen, Dinge, Informationen geben, die sie jetzt noch nicht verstehen können. Das ist das Neue Testament. Jesus Christus hat das vor der Kreuzigung gesagt, nach der Kreuzigung ist er auferstanden, hat ihnen den Heiligen Geist gegeben und danach haben sie das Neue Testament geschrieben. Also es ist einfach völlig verkehrtes Argument und auch der Koran ist nicht der Vorkehr. Das ist einfach, wenn man den Koran liest, das ist nicht dasselbe. Es steht auch in Zuche 3, Verse 3 und 4, dass Allah eben im Tora, das Injil, den Koran und den Vorkehr niedergesendet hat und es gibt auch noch andere Verse dazu und eben auch dieses Lächerliche, sind wir mal ehrlich, auch wenn im Koran der Name Jahwe stehen würde, es wäre trotzdem nicht dasselbe Gott. Warum? Weil Mohammed ein falscher Prophet ist, laut Bibel, weil er der Bibel widerspricht, muss er ein falscher Prophet sein und darum, egal was er macht, es ist immer nur Falschgeld, es ist immer nur etwas, was ähnlich aussieht wie echtes Geld. Galater 1,8 erklärt schon alles. Ganz richtig und darum eben auch dieser ganze Witz, dass im Koran drin steht, dass es vollkommen ist und dass es die Unterscheidung ist und nehmen wir an, das stimmt alles. Okay, da kommt ein falscher Prophet, widerspricht dem Wort Gottes, schreibt in seinem Buch, mein Buch ist die Wahrheit, das andere ist nicht die Wahrheit und dann ist es die Wahrheit. Das funktioniert nicht so herum, das ist die Wahrheit der Handvolle. Das ist alles, was ich noch sagen würde. Sehr schön. Sehr schön gesagt, Bruder. Aber erst mal, bevor wir weiterreden, ganz kurz, Starmoon, mein Lieber, wie geht's dir? Ja, gut und dir und euch. Auch gut. Bist du hier, das darfst du bitte nicht falsch verstehen, wie ein Vampir zu sein und die Bibel anzugreifen? Ich muss jetzt Blade sein oder bist du gekommen, mit uns ein schönes Gespräch zu führen? Ich wollte noch einen kleinen Standpunkt erzählen bezüglich über Jahwe, ja. Wir haben sehr viele Bibelferse zitiert, aber leider nicht die zweite Buch, Mose Kapitel 6, 2 bis 3. Das würde deine Antwort beantworten. Was steht da denn drin? Also ich will erst mal auf Argument von Flex angehen, da behauptet ja, ein Gott, der sich nicht als Jahwe zum Pfad hat, ist nicht der richtige Gott, oder? Starmoon, Starmoon, wir müssen uns irgendwo einig sein und wenn du darauf eingehen möchtest, dein Gott hat den Namen Rafa, leider nicht. Dein Gott, den du anbeten tust, hat den Namen Jireh nicht. Nein, nein, zuvor hast du erwähnt, mein Lieber. Moment, ganz kurz. Wenn Jahwe, bezüglich Jahwe ist. Genau, aber wir reden von den Namen, was unser Gott hat, das hat dein Gott leider nicht. So, wenn du mir aus dem Koran, ja, das Wort bringen kannst, ich bin, dann beten wir tatsächlich denselben Gott an. Dein Argument ist leider so, ob ich dir sagen würde, bring mir bitte, oder gib mir einen Beweis, dass ein Dreieck ein Kreis wird, geht ja auch. Es geht nicht um einen Kreis, es geht um Jahwe. warum bringst du gerade mein Vergleich zu einem komplett anderen Thema? Das verstehe ich auch. Weil ich einfach alles, was du sagst, die Gegenruf kennt. Leute, hört doch mal auf mich zu kopieren, jetzt reicht doch mal langsam. Immer, warum wird die, auf einmal jeder sagt, warum wirst du so emotional, jetzt bringst du noch meine Vergleiche, also reicht doch mal langsam. Der Argument von Flex war es, ein Gott, der sich nicht als Jahwe offenbart, ist nicht der richtige Gott. So wie Allah. Er hat sich nicht als Jahwe offenbart. Ist es der falsche Gott für dich, ja oder nein? Weil er sich nicht als Jahwe... Dein Gott, der sich offenbart hat, trägt auf jeden Fall Namen, die unser Gott nicht hat. Und somit ist dein Gott ein ganz anderer Gott. Und somit bestätigt dein Gott, dass dein Gott eigentlich 1400 Jahre alt ist. Weil dein Gott trägt diese Namen nicht, die unser Gott trägt. Das ist ein riesen Unterschied. Dankeschön. Dass dieses Argument, was du gegen den Islam halt anwendest und heranziehst, solltest du normalerweise auch gegen das Christentum machen. In zweiter Buch Mosel, Kapitel 6, 2, 3. Hast du das aufgeschlagen? Ich habe es noch nicht aufgeschlagen. Nee, tatsächlich. Soll ich jetzt zitieren? Schimol, kannst du, hast du ein zweites Gerät da? Weil ich schaue gerade nach was anderem. Ja, ja, er soll zitieren. Er soll zitieren. Ja, ich lüge auch nicht. Also ich kenne auch einen Nachschlag. Ich glaube mir. Das wäre auch einen eigenen K.O.-Schlag für mich, wenn ich jetzt Bibelfersisch falsch zitieren sollte. Genau, weil sonst mache ich das sofort auf. Ich habe ein zweiter Buch. Auf jeden Fall, ja. Und zwar steht es geschrieben, und Gott redete zu Mosel und sprach zu ihm, ich bin Jahwe. Ich bin Abraham, Isaac und Jakob, erschienen als Gott der Allmächtige, also Al-Shaddai. Aber mit meinem Namen Jahwe habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Das bedeutet, dass Abraham, Isaac, Jakob, Noah, Adam und Sonstiges, alle, die vor Moses kamen, diesen Jahwe-Namen nicht kannten. Okay, wo stand da jetzt Noah? Nein, nein, du musst auf uns gehen. Nein, nein, wo stand da jetzt Noah? Stand nicht so drinnen. Dankeschön. Dankeschön. Auch die Bibel zu interpretieren, irgendwelche Sachen hinzuzufügen. Nein, 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 nein. Dieser Kontext, dieser Kontext, da geht's, wenn ich mich nicht irre, wenn ich mich nicht irre, Geschwister, korrigiert mich jetzt, weil das habe ich jetzt nicht aus dem Kopf, da geht's, glaube ich, um den Engeln des Herrn. Glaub, korrigiert mich, hier bin ich mir gerade nicht sicher. Das ist aus dem Alten Testament. Warum sagst du Noah? Warum fügst du irgendwelche Namen hinzu? Nein, nein, das ist mich falsch verstanden. Lies nochmal vor. Nein, nein, ich habe nur zitiert. Lies nochmal vor. Und dann habe ich ein Argument herangezogen. Okay, dann geht's weiter. Nein, nein, du liest das nochmal vor. Okay. Und Gott redete zu Mose und sprach zu ihm, ich bin Jahwe. Ich bin Abraham, Isaac und Jakob erschienen als Gott, der Allmächtige. In der hebräischen Bibel steht El Shaddai. Also Gott, der Allmächtige, El Shaddai. Aber mit meinem Namen Jahwe habe ich mich ihnen nicht erkennen gegeben. Also er hat sich nicht als Jahwe offenbart, sondern als El Shaddai. Und Flex Argumentation ist, alle Propheten, die den Namen Jahwe nicht kannten, ist auch nicht deren richtiger Gott. Okay. Also ich kann den Namen Jahwe nicht. Ganz kurz, jetzt machen wir mal Bibelstunde. Also, der Ägypter hat ja damals die Israeliten gefangen gehalten. Jahwe hat zu Moses gesagt, hey, wenn er dich fragt, sag, ich bin, der ich bin, hat dich gesandt. Und wer ist ich bin, der ich bin? Jahwe. Der Name ist bekannt. Aber nicht bevor. Warte. Unser Gott ist klipp und klar Jahwe. Wenn dein Allah in seinen 99 Namen, den Namen Jereh, Rafa, Jahwe, nicht trägt, ist dein Gott gerade mal 1400 Jahre alt. Somit betest du einen Gott, an den du gar nicht kennst. Weil wenn ich dich jetzt die Frage stellen würde, wer ist Allah? Du könntest mir keine Antwort drauf geben. Du würdest nur sagen, ja, Allah ist allvergebend, Allah ist der Höchste, nichts ist ihm gleich. Eine Gegenfrage, mein Lieber. Eine Gegenfrage. Die Frage ist jetzt, warte, warte, ganz kurz, ganz kurz. Ja. Deine Antwort ist, du könntest nur sagen, nichts ist ihm gleich, Allah hat keine Augen, Allah hat keine Füße, Allah hat keine Hände. Okay. Wen betest du da an? Weil wir kennen unseren Gott. Die Frage ist jetzt, wem betest du da an? Euer Gott ist Jahwe. Okay. Aber wer hatte, also Abraham, Isaac und Jakob, war dieser Jahwe-Name nicht bekannt? Oh oh. Das war nicht die Frage. Das war eine Gegenfrage. Nein, keine Gegenfrage. Antworten. Ich wende deine Argumente gegen dich ein. Also Abraham kannte den Namen Jahwe. Answer my questions. Verstehst du, was ich meine? Wenn Gott die Frage ist, um andere Namen. Dein mal kurz ausreden, bitte. Wenn Gott sich zu anderen Propheten laut Bibel mit anderen anderen Namen sich offenbart, warum sollte er sich nicht zu Mohammed tun? Er hat sich ja auch als, bei Abraham, Isaac und Jakob, als Adon, also als El-Shaddai offenbart. Äh? 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 Answer my questions. Ganz kurz, Leute. Ganz kurz. Ganz kurz. One minute. Ich will nur zehn Sekunden, ja? Laut deine Thesee bietet, also laut deine Thesee, betet ihr nicht in Gott Abrahams an? Da er den Namen, ja, wenn ich kannte. Denach ist laut seiner Thesee der Gott von Abraham, auch nicht der Gott von Moses und Jesus. Nein. Flex meint was anderes. Flex meint, Flex meint. Gottes Name wurde offenbart, lass mich bitte rausreden. Gottes Name wurde offenbart in zweiter Exodus. Absolut korrekt. Flex meinte nicht in dieser Hinsicht, dass, wenn man den Namen nicht kennt, dass es nicht der Gott ist. Absolut nicht. Es geht darum, dass der Name offenbart wurde und wir an diesem Namen festhalten. Das heißt, du kennst den Namen, ich kenne den Namen. Aber Abraham kannte ihn nicht. Aber das, das spielt keine Rolle. Vor Abraham. Es spielt eine Rolle, denn eure Argumentation ist ja, jeder, der nicht Jahwe kennt oder ihn nicht bezeugt, oder ihn nicht bezeugt. Nein, das ist nicht die Argumentation von Flex. Das ist doch die Argumentation. Da hast du was falsch verstanden. Das ist nicht die Argumentation von Flex. Flex will damit mitteilen, dass Mohammed, dein Prophet, nicht über Jahwe gepredigt hat, sondern über einen anderen Gott. Und da er über einen anderen Gott gepredigt hat, der sich aber offenbart hat, als ich bin, der ich bin, macht es keinen Sinn für Flex, dass man diesen Gott anbeten soll. Also sollte man auch nicht den Gott anbeten, dann erst nicht diese Frage als Al-Shaddai. Star Moon. Star Moon. Ich stelle dir die Frage... Alles gut, alles gut. Ich stelle dir die Frage nochmal, weil ich befasse mich mit diesem Thema extrem und deswegen, ich weiß, von was ich da gerade spreche. So. Ich gehe jetzt nochmal darauf ein. Scheiße, wo ist der Vers? Oh mein Gott, jetzt habe ich den... Ah, der ist noch da. Okay. Es geht darum, ja. Ja, ihr sagt ja, ihr habt genau denselben Gott, ja. Allah, der in der Tora, X, Y, 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 Y. Genau, und ihr sagt, dass Abam auch der gleiche Gott ist, ja. Ich bin noch nicht fertig. Und der gleiche Gott hat wir hier zuhören. Star Moon, Star Moon, all okay. Es gibt genug Wasser für uns alle. Alles gut. Genau. Alles gut. Du kannst entspannt sein. Ich bin nicht hier, um dich fertig zu machen. Ich bin nur hier, um dir zu beweisen, du dienst einem anderen Gott. Alles gut. Okay. So. Es geht darum, ja. Dein Allah hat gesagt, believe in the Torah. So. When Allah said, believe in the Torah, er hat die Torah herabgesandt. Richtig? Ja oder nein? Was ist die Torah für dich? Also wie definieren die Tora nicht? Ich sage einfach ja oder nein. Sondern als das offenbarte Wort. Mit einem ja oder nein kann man es einfach nicht so beantworten. Okay. Die Tora ist für uns, oder in das Evangelium, das offenbarte Wort an die Propheten. Aber nicht das, was die Schreiber daraus gemacht haben. Wie auch Jeremia auch das selber auch. Von welchen Propheten sprechen wir? Die Torah war in der damaligen Zeit des Christentums und des Judentums und nicht des Islams. Von was reden wir jetzt hier gerade? Du sagst zu mir. Du weißt schon, du schießt dir gerade selber ins Fuß. Das weißt du schon gerade. Nein, du fragtest mich gerade, ob wir an die Tora glauben. Nein. Oh no, no. Lass mal lieber predigen, Jungs. Lass mal diese Reichweite nutzen. 600 Leute. Lass mal anfangen, über den Herrn zu reden. Ganz kurz, bevor er mich raus schmeißt. Alles gut. Wie viel mal ein unnötiger... Wie viel mal ein... Ganz kurz. Ich habe mein Argument liefert. Du hast ein Argument geliefert. Die Leute... Wir werfen die Perlen nicht vor die Säue. Das machen wir nicht. Dafür haben wir keine Kraft. Dafür haben wir keine Kraft. Ich habe schon gesagt, was Flex damit gemeint hat. Nimm es da, nimm es nicht an. Das ist deine Sache. Das interessiert uns nicht. Ich bitte dich, auf respektvollste Art und Weise, verlasse den Raum, weil wir wollen predigen. Alles gut. Darf ich nur noch eine letzte Frage über das selbe Thema? Darf ich? Herr Stamun, hast du mich gehört? Nein. Ich habe gesagt, wir reden morgen über das selbe Thema nochmal. Und ich möchte bitte, dass du dich heute Abend dich schlau machst bezüglich der Tora, der Gott, der gesprochen hat, in der Tora und über deinen Allah, der die Tora herabgesandt hat. Weil dein Allah hat die Tora herabgesandt. Und darüber können wir morgen tiefgründiger sprechen. Und ich werde dir anhand der Schrift beweisen, dass du ein Gott anbeten tust, der 1400 Jahre alt ist. Schau dir einfach das Johannes-Evangelium an. Vielleicht berührt dich irgendwas. Darf ich eben kurz als Abschluss nur einen Koran festzettieren? Gerne. Okay. Es geht darum, weil die Bauer wieder das für Steine anbeten würden. Im Koran, Suche 2, Vers 23, Vers 24, heißt es, so schutzt von dem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Die Steine sind hier definiert, kannst du auch in Tafsit lesen, das sind jene Steine, die angebetet worden sind. Steine anbeten ist bei uns haram. Okay. Und ich kann euch auch hier bei der Jakobsleiter auch informieren, 1. Mose 18, wo Jakob einen Stein aufstellt, das ist ein anderes Thema. Es ist ein anderes Thema. Alles gut. Starmon, Starmon, bevor wir das beenden, eine Frage und ich möchte bitte, dass du ehrlich bist, ja, aber ich befasse mich sehr, sehr viel mit euren Entschuldigen. Ich kann diese Frage meistens nicht mit Ja oder Nein beantworten. Alles gut. Immer spezifisch. Alles gut. Bleib entspannt. Bleib entspannt. Es ist alles gut. There is enough water for all of us. Relax. Alles fun. Ja, leider nicht in Gaza, Bruder. Nicht in Gaza. Ja, das muss auch nicht sein. Ich weiß, dass in Gaza, dass es den Leuten da nicht gut geht und wenn es nach mir geht, soll das alles aufhören. Die Christen sind für Frieden. Die Christen stehen nicht für Frieden. Die Christen stehen für Frieden. Das ist sehr schön. Danke. Ja, da bin ich leider ehrlich. Ja, das muss alles einfach nicht sein. Aber, ja. Die Menschen dürfen keinen Unterschied machen zwischen gut, also zwischen Farbe, Reichtum oder hittliche, sondern nur zwischen gut und böse. Richtig, richtig. Bei uns in der Bibel heißt es, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Absolut, absolut. Ich wollte noch was zum Abschluss sagen. Also, es ist keine komplizierte Frage, die wirklich ist, weil ihr wolltet ja predigen, ihr solltet ja rausgehen, deswegen. Alles gut. Alles gut. Ich möchte morgen mit dir über dieses Thema sprechen, ja, aber diesbezüglich, weil du ja etwas über den schwarzen Stein gesprochen hast, ja. Ich stelle dir bitte eine Frage, das ist die leichteste Frage überhaupt und ich möchte bitte, dass du ehrlich bist. Weil wenn du jetzt unehrlich bist, ja, ähm, ist nicht gut, ja. Wenn wir über Gott sprechen, müssen wir ehrlich sein und ich denke, deine Hodja haben dir das auch in der Moschee beigebracht, also wenn ich das schon weiß, dann müsstest du das ebenfalls wissen. Ähm, vergibt der Stein dir Sünden, ja oder nein, vergibt dir Gott Sünden oder vergibt der Stein dir Sünden? Also im islamischen Überlieferung ist das so, in der islamischen Tradition ist es so, dass wenn wir wieder auferstehen am jüngsten Tag, wenn wir zum Beispiel jetzt rein hypothetisch schlechte Taten haben, die werden, und gute Taten, die werden in eine Waagschale gelegt und die schlechte Taten mehr wiegen, dann kommt Vielsprache für uns an, wie beispielsweise die Erde. Wenn wir zum Beispiel Shijud auf die Erde machen, wirft die Erde Bezeugung und sagen, oh Herr, er hat bei mir angebetet. Und wenn wir in der Kabah gehen und die berühren oder sogar küssen, wird der Stein auch bezeugen. Das bedeutet, und Allah subhanahu wa ta'ala lässt es zu, dass diese Objekte oder die Erde oder selbst der Koran es zulässt, dass er für uns Vielsprache anlegt, damit unsere Waagschale schwerer wird. Und so kommen wir dann über die Erfiratbrücke und dann inshallah ta'ala in Erfidaus im Paradies. Stamun, Stamun, du hast heute bewiesen, dass du ein Götzendiener bist. Ein Stein, ein Stein vergibt keine Sünden. Nimm es mir nicht übel. Ein Stein vergibt keine Sünden. Das heißt also, du könntest morgen jemanden fertig machen. Ja, sportlich, du kannst jemanden therapieren und dann inshallah lieber. Ganz kurz, Stamun, ganz kurz, bitte, gib mir eine Sekunde und dann wirst du auch verstehen, worauf ich hinaus möchte. laut den Hadithen, I saw the prophet touching the black stone because it erases the sins. Ja, und diese Tradition ist zurückzuführen auf Abraham und Ismail. Und das steht wo in der Bibel? Ja, genau. Nein, das habe ich nicht ich habe nicht gesagt, dass es so in der Bibel steht, sondern laut der islamischen Tradition. Also, also eine Behauptung, weil wenn wir eine Behauptung nicht befestigen können, bleibt es eine Behauptung und eine Behauptung beziehungsweise wenn wir schon ein Fundament haben, die Bibel, steht eine Behauptung grundlegend auf die Lüge. Das heißt, du lügst uns gerade an. Nein, ganz ehrlich jetzt. Wenn ihr den Stein aus Mekka so kritisiert, dann liest doch Erste Buch Mose 28, 18 bis 22, wo es heißt, darf ich es zitieren? Und Jakob nahm den Stein und richtete ihn auf und hieß diese Stätte Beth-El. Was das Beth-El bedeutet? Haus Gottes. Zuvor aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, dieser Stein, den ich aufgerichtet habe, zu einem Mal sei ein Gotteshaus werden. Also, wie in Kaba, also wie in Islam, wie im Christentum in der Bibel, wird ein Stein als extra als vollendet. 3. Mose 26, 1. Lies uns das mal bitte vor. Und weißt du, was Kaba bedeutet? Alles gut, Stamun. Lies uns mal bitte 3. Mose 26, 1. Haus Gottes. Genau wie Beth-El laut Bibel. Kein Problem. Stamun. 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 Das Alte Testament bezüglich 1. Buch Mose bis 5. Buch Mose kenne ich einige Dinge schon auswendig. Geh mal bitte 3. Mose 26, 1. Lies uns das mal bitte vor. Warum guckst du die ganze Zeit? Alles gut. 3. Buch Mose 26, 1. Stamun, mein Bruder, mach es dir nicht so schwer, ehrlich, Bruder. Lass uns einfach nächste Woche zusammen taufen gehen. Genau. Alles gut, alles gut. Glaub mir, ich will mich nicht einfach so taufen, weißt du? Ich bin nicht einfach so zu Christentum gekommen vom Islam, also irgendwann wird es auch bei dir soweit sein, Bruder. Amen. Dannach bitte ein Gebet für unseren Bruder Aramäa. Ja, sein Bruder hat eine seltene Krankheit und der Bruder ist gerade eben hier drinnen. Ich möchte bitte, dass wir für diesen Bruder auch gleich beten. Shimon kann auch gleich übernehmen. Aramäa, Hamburg, Bruder, bist du da? Bitte ein Lebenszeichen, wenn du da bist. Das bitte ist äußerst wichtig. Dritte Buch Mose und Shimon, bitte. Ja, gib mir eine Sekunde. Aramäa, Hamburg, bist du da, Bruder? Okay, er ist da, super, super. Dritte Buch Mose, 26,1. Läs uns das mal bitte vor. 26, weil wir kurz sehen. Internet ist im Schmach, 26,1. Ihr sollt euch keine Götzen machen und euch weder Bild noch Stein auf aufrichten. Auch kein Stein im Bildwerk setzen in eurem Lande. Dankeschön. Und jetzt, welche Mose hast du davor zitiert? Welche Mose hast du davor zitiert? Denn ich bin der Herr, euer Gott. Richtig. Welcher Mose hast du davor zitiert? Zweite Buch Mose? Warte, warte mal. Das war das erste Buch Mose, 28, Dankeschön. Richtig. Und darauf hast du eine Antwort auf dritter Buch Mose, 26,1. Dankeschön. Das war's. Was hast du... Hä? Also hat Jakob den Stein jetzt nicht aufgerichtet oder wie glaubt die Bibel? Was ist deine Argumentation? Auf was beziehungsweise... Du hast es doch gerade ihm vorgelesen. Der Herr hat klipp und klar gesagt, ich bin euer Gott, betet mich an und nicht diesen Stein. Antwort zu dieser Mose, die du gerade genannt hast. Also was deine Argumentation ist, dass wir diesen an Stein anbeten würden? Das tut ihr ja. Werft euch auf diesen Stein nieder. Ich habe doch zu auch vorerwähnt, in der Suche 2, Vers 23-24, so Suchschutz vor dem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Die Steine, die angebetet wurden. Hast du nicht verstanden, worauf ich hinaus wollte oder wie? Deine Argumentation ist, laut Bibel ist es verboten, einen Stein anzubeten, aber bei euch, Islam ist es erlaubt. Das ist deine Interpretation, aber im Koran steht etwas ganz anderes. Der Koran ist nicht das, was du unter dem Koran verstehst, der Koran ist das, was der Koran ist. Und der Koran verbietet jegliche Anbetung außer Allah von allen Mächtigen. Der Allmächtige, deines Gottes, meines Gottes und jedem Gott. Es ist unser Gott. Der Gott von Adam und jedem. Bist du Koranit? Wieso? Du hörst dich zumindest jetzt gerade so an, deswegen wundert es mich. Ne, ganz und gar nicht. Bist du Sunite? Ja, bin ich. Okay. Dann lass uns in Ruhe einfach morgen sprechen, ist kein Problem, weil du bist respektvoll, das finde ich schon mal gut. Du bist sehr respektvoll, das passt. Ja, wenn es Respekt auch gegenseitig ist, ist das auch kein Problem, dann bin ich halt ruhig. Aber ich kann auch natürlich auch richtig angreifen, ja, zum Beispiel Josea 1814.1 geht auch. Keine Sorge, ich gehe darauf ein morgen. Wenn du zum Beispiel jetzt nicht so wie der Ex-Muslim-Army bist, ist das kein Problem, dann kannst du mal eine Frage führen. Eine Frage. Viele, viele erwähnen immer den Namen Ex-Muslim-Army. Sag mal, wer ist das denn, wenn ich fragen darf? Das ist ein sehr guter Freund von mir. Der ist sehr, 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 sehr krass gebildet, was ist halt um Islam. Nein, Ex-Muslim-Army ist leider das Problem. Er verwendet leider Argumente, die eigentlich gegen uns Christen sind. Ganz kurz, ganz kurz, Stamon, um auf deine Frage einzugehen. Er war auch wie ganz kurz. Waren wir einmal, ich möchte, das liegt mir auf dem Herzen, waren wir einmal, einer von uns, Alvaro, meine Wenigkeit, Swiss oder Flexer, frech zu dir, respektlos zu dir, haben dich unverbandelt? Bitte sei ehrlich. In der letzten Stream war es nicht so toll, weil da einige Gäste waren, die ein bisschen respektlos waren. Nein, nein, was die, nein, nein, hier. Aber ihr nicht. Nein, hier. Ja, letztes Mal war irgendwie ein User namens. Nein, 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 verstehen Sie Deutsch. War dein Deutschlehrer suizidgefährdet oder warum verstehst du meine Frage nicht? Also, nochmal für dich. Ich hoffe zu lachen. Nein, wirklich. Ich meine das ernst. Das frag ich dir. Ich bleibe trotzdem respektvoll, weil der Kerl ist hier reingekommen und der war jetzt nicht respektlos, weißt du? Deswegen respektieren. Nein, er ist respektvoll, aber ich merke, und das stört mich gerade, er will nicht zugeben, dass wir respektvoll zu ihm waren. Das, das nervt mich gerade. Er will nicht zugeben, dass wir respektvoll zu ihm waren. Ich sagte gerade nicht ihr, sondern andere User, die hier angelangt wurden. du, guck mal, du redest doch gerade mit, nein, nein, ganz kurz, du redest doch gerade mit mir, korrekt? Und ich habe wohl deine Frage beantwortet, nicht ihr. Okay, war ich respektvoll zu dir? Andere User, die hier drin waren. Ich habe mich auch gerade beantwortet. Verstehst du, ich verstehe das nicht. Du redest nicht mit den Kommentaren, du redest nicht mit den Kommentaren. Warum bin ich zu dir unfreundlich? Ich sagte, nein, nicht ihr, aber im letzten Stream waren andere User, die halt es nicht waren. Okay, aber ich rede nicht vom letzten Stream, ich rede von jetzt. War hier einer respektlos. Ach so, das muss ich gleich definieren. Okay, ich rede von diesem Stream, mein Lieber. Ich rede von diesem Stream. War hier einer respektlos zu dir? Nein. Haben wir dich fair behandelt? Habt ihr. Dankeschön, mehr wollte ich gar nicht, komme alles zum Frieden. Und das, was du bei meinem Lehrer gesagt hast, stimmt. Wie jetzt? Dass er suizidgefährdet war. Wenn ich schon an den Deckel und so ziehe. Gott soll ihn gnädig sein. Nein, gefährdet, ja, alles klar. Okay, Leute. Ich wünsche dir einen gesicherten Abend, mein Lieber. Ich wünsche dir einen gesicherten Abend. Warte, ganz kurz, flex, 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 an der letzte Fahrt, bevor ich gehe. Das Thema morgen ist... Ich würde mich auch schreien, ich bin etwas alt. Ganz entspannt, der Mund. Ganz entspannt, der Mund. Du kannst einfach morgen reinkommen, alles gut. Alles gut. Gott, ich wünsche dich. Okay. Einen schönen Abend wünsche euch, ne? Gottes Segen, einen schönen Abend. Dankeschön, tschau, tschau. Allah. Der Lehrer war suizidgefährdet. Ach du Scheiße. Hey Mann, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. ich weiße. Ai, ai, ai. Oh Gott. Hey Mann. Hey Mann. Gebt mir doch meine Sünde. Mute dich ein, Mats. Ähm. Ich möchte, ich möchte das nicht crashen. Ich bin kein Spielverderber. Aber lass einmal beten für den Aramea, Bruder. Du musst dich stürmen, Alvaro. Ich stürme dich jetzt, Alvaro. Okay. Lass einmal für den Aramea beten. Leute, ähm, ich muss kurz was erzählen. Ähm, wir müssen für den Bruder Aramea beten. Ähm, er hat mir etwas gesagt. Ähm, sein Bruder hat eine Krankheit. Es ist eine seltene Krankheit. Das müssen wir wirklich ernst nehmen. Ähm, jetzt mal wirklich komplett Spaß, komplett beiseite. Das müssen wir wirklich ernst nehmen. Ähm, und ich möchte, dass wir für seinen Bruder beten, Leute. Ja, ähm, ähm, Sarah kann auch gerne Psalm 91 zitieren und Shimon kann dann ganz normal, ähm, beten. Es geht, es geht darum, dass, wie gesagt, der Bruder, der hat, äh, der ist 37 und der hat eine seltene Krankheit und ich möchte bitte, ähm, dass wir für ihn beten. Ja? Deswegen, ich würde sagen, Sarah, wenn du schon hier oben bist, möchtest du dann den Psalm 91 dann für uns zitieren? Nein. Ich habe ein eigenes Gebet. Okay, okay, dann gerne, dann hören wir dir zu. Ja. Wann jetzt? Ja, jetzt. Ah, okay, 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 okay. Ähm, jetzt hast du mich wirklich, ähm, so erwischt, aber okay. Okay. Seid ihr alle bei mir? Ja? Wir sind alle bei dir. Es geht um einen Bruder, der eine seltene Krankheit hat. Ja, nein, aber, ja, okay, ich bete ja dann, wenn überhaupt, alle für Kranke. Ja, natürlich, ja, ja. Ich weiß zwar nicht schon, wie mir es gerade geht, mein Bruder, aber Gott segne ihn und seine ganze Familie. Amen. Auf jeden Fall. Amen. Alles gut. Ich werde das gleich nochmal erwähnen, ist kein Problem. Okay. Sag ihr bei mir. Wir sind bei dir. Ja, Schwester. Lieber treuheimmlischer Vater, du siehst, dass wir hier versuchen, dein Wort zu verkünden. Hilf uns. Mach die Herzen der Muslime weich. Oh, oh. Ja, Schwester, Schwester, es geht um jemanden, der krank ist. Ja, lass, lass, Okay. Okay, wir hören dir nochmal zu. Okay, alles klar, tut mir leid. Nein, nein, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Ich merke schon, das ist irgendwie, das passt gar nicht da rein, anscheinend. Ja, ja. Also, ein Gebet, was mir gerade so, egal. Ähm, Flex, lass es. Okay, es geht, äh, also, wenn du, Sarah, wenn du nicht möchtest, wenn du, ähm, wenn das gerade nicht passt, wenn ich nicht möchte, ich bin zwei Stunden und warte hier wie eine Blöde und, und es passt nicht und jetzt fange ich an, Gebet wirklich vom Herzen zu sprechen und dann werde ich wieder unterbrochen. Hier, sag mal, in was für einem Film bin ich denn? Nein. Okay, äh, Shimon, Bruder, mach du, Swiss, Swiss und Shimon, mach dann ihr beide. Alles gut. Ähm, Shimon, dann fangen wir bei dir an, Bruder, okay? Ja. Alles klar, Bruder, jetzt. Okay. Also nochmal, die Schwester von eben gerade, verzeihe uns wirklich, wenn wir dir, ähm, gerade in den Weg gekommen sind. Das war nicht unsere Absicht. Ich wollte sogar gerade sagen, ja, bitte führ dein Gebet zu Ende. Alles schön und gut oder mach das zum Schluss. Ähm, also, ich entschuldige, ich entschuldige mich für uns alle. Ich entschuldige mich auch für uns alle, liebe Schwester. Gott segnet dich und deine Familie. Genau, das war nicht unsere Absicht. Ich wollte gerade wirklich sagen, du kannst das gerne am Ende nachführen oder jetzt weiterhin fortführen, aber du bist leider rausgegangen. Gott segne dich, wenn dir irgendwas auf dem Herzen liegt, schick gerne nochmal eine Anfrage, du kommst nochmal hoch. Das war nicht unsere Absicht. Absolut. Äh, alles gut, Bruder. Äh, lass uns bitte für den Bruder Aramea beten, weil das ist gerade sehr wichtig. Okay. Alles gut. Ich möchte, um ehrlich zu sein, möchte ich, dass wir kurz uns, dass jetzt eine Minute keiner redet und alle beten. Nicht einer betet, alle beten. Das möchte ich. Ich mache mich jetzt stumm. Swiss macht sich stumm. Ganz kurz, ich muss nochmal sicher sein, bevor du redest. Aramea Hamburg, bist du da? Bitte, ist äußerst wichtig. Nochmal ein Lebenszeichen von dir, Bruder. Bist du da? Aramea Hamburg, bist du da? Ich hoffe, er ist da, der Bruder. Er ist da, super. Okay, dann leg los. Ich sage einen Satz, Geschwister, ich sage jetzt einen Satz und dann fangen wir alle an zu beten. Jeder betet, wie er möchte. Wir machen uns dann stumm. Ich sage jetzt den einen Satz und dann geht es los. Wir beten alle mindestens eine Minute circa. Ihr könnt das ja ungefähr einschätzen. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, ein wahrer Gott. Amen. Ich sage jetzt den Satz und den Satz und den Satz. So. Ihr könnt auch die Kommentare auch gerne wieder anmachen. Dann würde ich auch nochmal vom Psalm 91 auch nochmal zitieren. Genau. Könnt auch gerne deaktivieren. Ist auch kein Problem eigentlich. So, ich zitiere dann für euch und alle hören mir bitte aufmerksam zu. Ihr könnt auch gerne die Kommentare so lange ausmachen. Ich glaube, das ist auch viel schöner jetzt erstmal, damit es erstmal ganz, ganz ruhig wird. Leute, bitte alle kurz mal den Chat kurz deaktivieren. Genau. Chat deaktivieren, Leute. Das wäre nicht schlecht. Okay. So. Wir sprechen jetzt einfach mal den Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn. Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er er rettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die im Finsternis schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt, wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten. So wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Frevlern vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Zuhause nahen. Denn er hat seine Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßet. Über Löwen und Ottern wirst du gehen. Und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich. Darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen. Darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an. Darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen, mein Heil. Amen, Leute. Amen. Amen. Können alle nochmal den Chat nochmal aufmachen. Auch für den Bruder. Aber mehr. Und ich hätte gerne Ich hätte gerne den Shimon. Oder nee. Swiss Apologetics. Kannst du auch für den Bruder auch ein Gebet aussprechen? Das wäre wirklich sehr, sehr schön. Ich würde lieber ein Gebet für die Schwester von vorhin aussprechen, die unterbrochen wurde, als sie gebetet hat. Okay. Damit Gott uns verzeiht und er überhaupt unsere Gebete noch annimmt heute, weißt du. Ich glaube nämlich, dass er das sonst nicht machen wird. Mhm. Herr Jesus Christus, bitte vergib uns, dass wir der Schwester, die dir ein Gebet vortragen wollte, dass wir die so unterbrochen haben und sie verletzt haben. Wir bitten dich, vergib uns unsere Schuld und bitte segne auch diesen Aramäer und diesen Menschen, der einen kranken Bruder hat und bitte schenk seinem Bruder Heilung und segne ihn und seine Familie und schau, dass es alles zum Besten kommt. Wir vertrauen auf dich. Du bist gut, Herr. Amen. Amen. Der Herr wird uns vergeben. Ich weiß, dass der Herr wird uns vergeben. Der Herr ist der Allvergebende. Wir leben in der Gnadenzeit. Der Herr kennt unsere Herzen. Ich bin aber noch nicht fertig. Ich würde sogar noch mal Psalm 23 noch mal zitieren, noch mal für den Bruder Aramäer. Bitte tut mir einen Gefallen. Noch mal Chat ausmachen, denn lese ich euch noch mal den Psalm 23 vor, Leute. Na? Alle müssen kurz, genau. Chat einfach nur kurz ausmachen, genau. Also, Leute. Ja, noch mal für den Bruder. Ja, für seinen Bruder. Der gute Hirte. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquiekt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seinen Namenswillen. Und ob ich schon wanderte im finsternden Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir dein Stecken und Stab. Trösten mich. Du breitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werde mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen, Leute. Ei, 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 ei. Das ist sehr schön. Könnt ihr den Chat auch wieder anmachen. Danke für deine Mühe, mein Bruder. Ja, das ist was sehr schön ist. Ich hoffe, der Bruder Aramère ist hier drin. Der hat zugehört. Der ist da, der Bruder. Auch wenn der Bruder nicht zugehört hat, der Herr hat zugehört. Und der Herr kennt unsere Herzen. Darf ich sagen, was er genau hat? Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Nein, 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 sag nicht. Darf ich nicht. Ich denke mal, das ist privat. Aber ich entschuldige mich für die Frage. bei der Bruder hat es mir in Vertrauen auch gesagt. Es ist auf jeden Fall eine seltene Krankheit und wir sollten morgen auch noch mal für den Bruder beten. Genau. Tut mir leid, Leute. Ich musste gerade gehen. ohne meinen Bruder. Da weiß ich auch davon. In meinem Stream werde ich auch natürlich auch die ganzen Menschen für ihn bieten. Auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz wichtig. Shimon, würdest du uns ein Gebet aussprechen? Auch noch mal von deiner Seite aus? Ja, ja. Natürlich. Für uns alle mache ich das. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, ein wahrer Gott. Amin. Herr, bewahre uns vor dem Bösen. Halte uns vor dem Bösen fern von den Friwlern. Herr, du bist unser Hirte. Nichts wird uns mangeln. Wir wollen nach deinem Willen leben und streben. Du bist der Allmächtige. El Shaddai. Mein Herr und mein Gott. Unser Herr und unser Gott. Ich danke dir für alles. Ich danke dir für den Seelenfrieden, für die Liebe. Du hütest uns. Und du weißt es am besten, wann unsere, du kennst unsere Zeit am besten her. Du weißt, wann was stattfinden soll. Denn du bist der Allmächtige, der Allwissende, Allvergebende. In deinen Namen werden wir predigen, weil du der Wahrhaftige bist. In Jesus Christus haben die Menschen den Wahrhaftigen erkannt. Dich. Amen. 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 Ja, ich hoffe, wir können noch viel, viel mehr für den Bruder machen. Er hat es mir gesagt und für mich ist es äußerst wichtig. Ich mache das alles auch wirklich auch für die Communities. Auch wirklich sehr wichtig, dass wir das machen. es ist echt was Schönes, Mann. Ihr seid wirklich wundervolle Menschen und ja, mir fehlen da die Worte. Ich weiß nicht mal, was ich dazu sagen soll. Aber auch an den Bruder Aramea, wenn wir irgendwo alle helfen können oder so, ich denke, wir wären alle bereit dazu. Es kommt drauf an, wie das gemacht wird oder wie das organisiert wird. Ja, auf jeden Fall. Genau. Wir wären auf das war einfach das war das war Bitteschön, Bruder. Das waren einfach das waren einfach zu viele Emotionen von allen gewählt haben, Bruder. Ich habe einfach hier überkommisch. Das ist schön. Das ist schön. Sogar ich selber, sogar mir fehlen die Worte. Ich bin ganz ehrlich zu dir. Sogar mir fehlen die Worte. Es ist spät abends. Das Ding ist, es ist spät abends und wir sind unter Christen. Die Christen haben angefangen, letztes Jahr vom Schlaf aufzustehen. Die Christen, die namens Christen waren und zu Christen wurden. Unser Glaube wacht auf. Die Menschen wachen auf. Durch Arbeit wie die von Flex, wie die von ja ich weiß Flex, Ex-Muslim-Armee, gesegnet sei auch er. Durch die Arbeit von den und den Mensa, Khanjar, Urban und wer auch immer. Gesegnet seien die Brüder. Absolut. Absolut. Weil sie machen das im Namen des Herrn. Auch wenn sich einige persönlich nicht verstehen, dann ist es halt so. Aber im Kern sind wir eine Einheit. Das dürfen wir nicht vergessen. Im Kern sind wir eine Einheit. Ich sage nicht, dass wir alle die gleiche Lehre haben oder sonst irgendwas. Wir zwingen auch keine irgendeine Lehre auf. Nein, es geht um die Liebe füreinander, miteinander. Die Christen, die Anhänger vom Messias, die Anhänger vom Messias. Wir folgen Christus. Wir folgen den Allmächtigen Gott. Eure Herzen sind verbittert und hart. Ihr lehnt bewusst alles ab. Bewusst lehnt ihr die Schrift Gottes ab. Ich bin so glücklich. Ich bin so froh, dass wir, dass die Gemeinde, dass die Einheit, die wächst, Bruder. Das ist der Wahnsinn. Die Christen wachen langsam auf. Ja, absolut. Die Christen wachen langsam auf. Sie wissen. Aber das Ding ist, das Ding ist, das ist auch, weil wir jetzt auch das Feuer gelegt haben. Natürlich. Wir wachen die Leute auf. Guck mal, ich möchte wirklich kein Eigenlob oder Lob die ganze Zeit an den und den sprechen. Aber, ich sage euch ehrlich, die Christen wachen auf wegen den Brüdern, die hier streamen. Die wirklich sich hier die Zeit nehmen. Und das ist nicht, das ist kein Eigenlob. alle Ehre dem Herrn. Alles Lob, alle Ehre dem Herrn. Was ich, was ich, was ich vielleicht, Leute sagen, oh, ja, der, der, der Schimon, der ist rhetorisch stark und was, das ist, das bin ich ich. Ich kann nichts von mir selber aus tun. Alle Ehre Gott. Nur durch den Herrn. Nur durch den Herrn. Ich kann nichts von mir selber, alle Ehre dem Herrn. Alle Ehre dem Herrn. Ich bin nichts, der Flexer ist nichts, Alvaro ist nichts, Swiss ist nichts, wir sind nichts ohne den Herrn. Und die Christen wachen langsam auf, deswegen schätze die Arbeit, die die Brüder hier machen, das liegt mir auch noch auf dem Herzen. Das ist unsere Pflicht, dafür werden wir kein Lohn erhalten. Das ist Pflicht zu missionieren. Das ist, dafür kriegen wir keine treue Punkte. Und wir dürfen, wir dürfen noch eine Sache nicht vergessen, weil wir über den Herrn Jesus Christus sprechen und weil wir Apologetik betreiben und weil wir es online machen, werden diese Heuchler uns immer angreifen. Sie werden versuchen, ja, wo wohnst du, wo bist du? Das ist einfach nur, weil es ist wie eine Cyberattacke. Sie können sich nicht mehr verstecken, ja, und sie können uns nicht mehr aufhalten, weil das Internet zu mächtig geworden ist, ja. Das heißt also, die sind offiziell Leute und ich meine das ernst, die sind am Ende, ja. Durch das Internet, Leute, ja, sind diese Menschen, ihr wisst schon, von wem ich spreche, ja, die sind am Ende, ja. Das ist wie ein Cyberangriff, die kommen nicht mehr drauf klar. Die werden von jeder Ecke angegriffen. Vom Flex Burner. Vom Flex Burner. Höchst bestätig. Vom Flex Burner. Das kannst du, das kannst du kein erzählen. Das kannst du kein erzählen. Wahnsinn. Wahnsinn. Also wie gesagt, was mich auch sehr, sehr freut, was mich auch sehr, sehr freut, weil viele denken immer, viele denken immer, Christen sind Europäer, alle sind blond, und also das ist jetzt gerade ein bisschen random, aber ich feiere das, dass das wie so multikulturell hier so am Start sind. Weißt du, wie kommen alle aus dem Nahen Osten? Afrika, Nahen Osten. Das freut mich sehr, dass wir euch auch einen Einblick geben, Leute. Der Ursprung des Christentums kommt aus dem Nahen Osten. Der Ursprung des Christentums kommt aus dem Nahen Osten. Okay? Es kommt aus dem Nahen Osten. Schimon, Flex, Swiss, meine Lieben. Dürfte ich denn auch was vorlesen? Weil die Zuschauer haben gerade gedacht. Thion hat gerade gesagt, ab und zu stehen. Gerne. Also. In den letzten Tagen, spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Alles Lob gebührt den Herrn. Alles Lob gebührt den Herrn. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, Leute. Geschwister, immer Danksagung sprechen. Vor dem Essen, vor dem Trinken, was auch immer. Immer eine Danksagung sprechen. Und vergisst bitte nicht. Betet. Betet so oft wie möglich. Mindestens. Mindestens. Vor dem Schlafen und nach dem Schlafen. Äh, nach dem Aufstehen. Bitte. Mindestens. Mindestens, ja. Gebührt den Herrn alle Ehre. Er ist der Anbietungswürdige. Er ist der Anbietungswürdige. Der Herr. Wir sind mit Gott. Wir haben den Allmächtigen mit uns. Wir haben den Allmächtigen mit uns. Und ich weiß das. Und uns wird nichts passieren oder sonst irgendwas. Wir sind mit dem Herrn. Gelobt sei Gott für alles. Gott der Schöpfer dieser Welt. Jeder, der den Gott der Bibel ablehnt. hat wen zum Vater? Hat den Fürst zum Vater. Genau. Ja. Genau. Und ich muss auch noch was kurz hinzufügen. Merkt euch eine Sache, Leute. Ja. Ich mache das Ganze hier schon seit neun Monaten. Halbes Jahr, Bruder, würde ich sagen. Aktiv, ne? Halbes Jahr aktiv. Ja, aber ich mache das ja schon seit Anfang an. Aber sagen wir mal ein halbes Jahr aktiv. Ja. Sagen wir mal ein halbes Jahr aktiv. Merkt euch eine Sache, Leute. Ja. Habt keine Angst. Wenn ihr über das Evangelium sprechen wollt, Leute. Spricht über das Evangelium. Habt keine Angst vor diesen Heuchlern. Ja. So knallhart ich das sagen muss. Ich küsse doch deinen Erzbruder. Habt keine Angst. Ich meine das ernst. Wenn ihr das Evangelium predigen wollt. Ja. Auch an die ganzen Männer da draußen. Ich meine das ernst. Habt keine Angst. Wisst ihr, wie oft ich bedroht werde? Und ich stehe mein Mann. Ich stehe mein Mann. Ich werde jedes Mal live kommen. Und ich werde jedes Mal über das Wort Gottes sprechen. Und warum ihr auch keine Angst haben sollt, Leute. Ich sage es euch nochmal, Leute. Merkt euch das bitte ganz gut. Alvaro, ich küsse doch dein Herz. Ich küsse doch eure Herzen. Warum ihr keine Angst haben sollt. Wir haben den wahrhaftigen Gott an unserer Seite. Amen. Warum? Habt ihr Angst? Dankeschön, Dankeschön. Wir haben den wahrhaftigen Gott. Wir haben den wahrhaftigen Gott. Wir haben den wahrhaftigen Gott auf unserer Seite. Also warum sollen wir Angst haben, Leute? Predigt. Redet darüber. Ja. Unser Bruder, der auf der Straße Apologetik betreibt. Wie heißt mein Bruder nochmal? Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Moisi oder? Moisi. Ja. Der Kerl hat richtig Eier. Der geht auf der Straße und der predigt über den Islam. Der redet über den Islam und sagt, hey, der Islam ist falsch. Der macht das in der Öffentlichkeit auf der Straße. Er tut es für den Herrn Jesus Christus. Und verkündet das Evangelium. Und er hat keine Angst, er macht das. Habt keine Angst an die ganzen Männer. Ich meine das ernst. Spricht über den Herrn Jesus Christus. Ich meine das ernst. Verkündet das Evangelium. Spricht darüber. Wenn jemand unsere Schrift angreift, verteidigen wir unsere Schrift. Wir halten uns nicht zurück. Das sind Heuchler. Sobald wir darüber sprechen, haben die ein Problem damit. Aber wenn die das machen, wenn die das machen, dann ist alles okay. Das ist ja selbstverständlich. Aber wenn wir darüber sprechen, haben die ein Problem damit. Und deswegen sind das Heuchler. Habt keine Angst, denn wir dienen dem wahrhaftigen Gott, Leute. Wir sind Diener Christi, so wie Paulus sagt. Diener Christi. Richtig. Und Jesus sagt, als der Teufel ihn verführen wollte in der Wüste, sagt Jesus, du sollst den Herrn, dein Gott allein dienen. Paulus sagt, ich bin Diener Christi. Ho, ho, ho. Ey, das ist maximal. Jesus sagt zum Teufel, du sollst deinen Gott, den Herrn allein dienen. Paulus sagt, ich bin Diener Christi. Wir müssen unseren Herrn verteidigen, kostet es, was es wolle. Auf jeden Fall. Sie sind alle nicht umsonst für uns gestorben, Leute. Alle, die ihn verteidigt haben, sind umsonst gestorben. Das Ding ist, das Ding ist, an die ganzen Geschwister, die neu zum Glauben gekommen sind, lasst euch nicht in Zweifel bringen. Ich weiß, anfangs ist es immer schwierig. Anfang ist es so, das war auch bei mir so. Wenn man kein Wissen hat, dann schwankt man. Ja, mal so, mal so und ja, komm, ist doch. Nein. Wenn du dabei bist, wirklich aktiv und dich dafür interessierst, dann wirst du nicht schwanken, weil du den Weg der Wahrheit gehst. Du gehst den Weg der Wahrheit. Du nimmst die Tür Christi. Du nimmst die Tür Christi. Und du musst auch dranbleiben. Es reicht nicht einfach aus, ja, ich bin jetzt einen Monat Christ und ja, ich zweifle. Was ich auch noch hinzufügen muss. Ja, bitte. Was ich noch hinzufügen muss. Ja, wir haben eine schöne jesidische Community, ja, unter uns haben wir Jesiden, ja, Jesiden, die uns respektieren, Jesiden, die uns auch lieben. Wir lieben Jesiden, ich liebe Jesiden, ja, wir haben Armenier hier drinnen, ja, Leute. Aramäer. Aramäer haben wir hier drinnen. Wir haben arabische Christen, ja, worldwide, ja, Leute. Wir haben albanische Christen, wir haben alles mögliche. Ghana, Togo, Nigeria, Senegal. Nochmal was? Ghana, Togo, auch die schwarze Black Community. Alles mögliche, ja, wir haben hier einen kompletten Mix, ja, und dann kommt eine bestimmte Sekte und sagt uns, mach dich nicht eins mit den Jesiden. Nein, ich liebe die Jesiden und die Jesiden lieben auch uns. Die Jesiden lieben den Herrn Jesus Christus ebenfalls. Selbst meine jesidischen Brüder, wenn ich mit die telefoniere, wenn ich am Telefon rangehe, sagen die Bruder Gottes Segen. Die sagen zu mir, Bruder Gottes Segen. So viel Respekt haben Jesiden. Warum sollen wir Jesiden spalten? Niemals. Die gehören auch zu uns. Es steht geschrieben, es steht in der Bibel geschrieben und das sagt auch Christus. Richtig. Wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Richtig. Das sagt Christus selber. Wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Was ich noch hinzufügen muss, sei es Katholik, sei es Orthodox, Leute, merkt euch das bitte gut. Und sei es Evangelist, sei es Freikirchleiter, was auch immer, Leute. Wir wollen diesen einen Weg gehen. Und zwar des Herrn Jesus Christus. Wir sind nicht hier, um zu sagen, hey du, hör mal zu, ich spreche dir jetzt das Heil ab, weil du, äh, ach du bist Katholik. Ach, du bist abgefallen. Hey, nein, falsch. Falsch. So gehen wir nicht mit unseren Brüdern um, sondern wir gehen alle diesen einen Weg. Und tu nicht einen auf, ich spalte dich, du bist nicht, du bist abgefallen. Nein, so funktioniert das nicht, Leute. Ja, wir gehen alle diesen einen Weg. Wenn jemand einen Fehler macht, wenn ein Bruder einen Fehler macht, den nehmen wir diesen Bruder zur Seite und sagen, hey Bruder. Wir ziehen ihn an die Ohren und sagen, hey, du hast da einen Fehler gemacht, das geht nicht. It doesn't work. Ja, und so ermahnen wir sie. Ja, steht sogar in der Bibel drin. Privat. Ja, ermahnt sie, wenn sie Fehler machen. Aber wenn sie den Herrn Jesus Christus im Herzen tragen, dann spreche ich ihnen nicht das Heil ab. Hallo, what's wrong with you? Es geht so nicht, ja. Deswegen, Leute, bitte seid voller Liebe, ja. Und merkt euch das, ja. Please. Korrekt. No? Jetzt. Immer voll mit Liebe, ne? Swiss, Bruderherz, hast du was zu sagen? Ja, ich würde mich nur verabschieden. Ich wünsche dir Gottes reichlichen Segen. Danke. Wir segnen dir nach dir und der Friede sei mit dir, Bruderherz. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke dir. Und segne dich, mein Bruder Swiss. Der Bruder Alvaro, du hast sicherlich was zu sagen. Bruder, boah, wo soll ich anfangen? Wo soll ich anfangen, Bruder? Glaubst du mir, wenn ich dir das sage? Ich habe in meinem Leben einfach, sei es jetzt Geld, sei es jetzt Frauen, sei es dies, sei es das. Ich habe quasi einfach alles gehabt, aber trotzdem, ich war nie gefühlt so, weißt du. Ich war nie glücklich. Nie war ich glücklich. Nie ging es mir wirklich gut. Egal, was ich getan habe, aber seitdem ich jetzt vor kurzem, es ist wirklich vor kurzem, zu unserem Gott Jesus Christus gefunden habe und so viel Liebe, wie ich von euch auch noch bekomme, diese Zusammenhalt und alles. Ihr wisst gar nicht, wie glücklich ich einschlafe nachts. Guck mal, guck mal, wie der schleimt. Guck mal, guck mal, wie der schleimt. Guck mal, wie der schleimt. Nein, Bruder, mein Gott sogar. Mein Gott, mein Bruder. Weil Flexa durchschaut dich, Bruder. Flexa hat drei Augen. Nein, Bruder. Nein, Bruder, ehrlich. Während ich das sage, Bruder, mein Gott, mir kommen die Tränen. Wurde Spaß, mein Bruder. Ehrlich. Es macht mich so superglücklich, du weißt es gar nicht. Ihr wisst es gar nicht, wirklich. Ich schlafe ruhig. Ich stehe morgens wieder auf. Ich weiß, okay, egal, wenn ich jetzt was poste, wenn ich live bin und sonst was. So viel Zusammenhalt, so viele Menschen, weißt du. Und wir glauben alle an den selben Gott. Und wir sind alle dafür dankbar. Und wir unterstützen auch uns. Wir lobt sei Gott für alles. Globt sei Gott für alles. Amen. Also, seit langem fühle ich mich nicht mehr allein, mein Bruder. Sage ich dir ganz ehrlich. Wir sind alle nicht mehr alleine. Wir sind alle eine Armee gewonnen, glaub mir. Vor allem ich und Shimun, Kranja und Elia. Mensa, Urban, Elia. Wir sind alle eine Armee gewonnen. Und lass mal uns immer beiseite, Bruder. Guck mal unsere Community, Bruder. Guck mal, was für eine große Familie ist. Das ist auch natürlich eine Macht. Das muss man auch sagen. Die Christen wachen auf. Die Christen wachen auf. Absolut. Absolut. In Gottes Sinn. In Gottes Sinn. In Gottes Sinn. Ganz gut. Dankeschön. Wie geht's euch? Mir geht's gut. Ich schau gleich meine Serie weiter an. Ah, deine Serie. Ja, ja. Sehr schön. Ich wollte Alvaro was fragen, ob er mich denn noch kennt von damals. Meine liebe Schwester, so viele Frauen kommen immer wieder bei Schoen. Ich glaube dir, du bist jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander, weil ich weiß, du bist einer, du hattest mit vielen Frauen zu tun. Zwar nicht mit mir, aber ich kenne dich von damals. Vielleicht sagt ihr das, was die denn? Danke Gott, meine Sünde vergeben, Schwester. Bruder, du kennst mich von damals. Ich sag nur Didem. Die Nummer? Didem. Ah, okay. Mehr sage ich nicht. Oh, Didem. Ich habe nicht gesagt, meine Schwester. Nein, das war damals mit Freundin. Alvaro. Ich wollte nicht viel Privat. Ich wollte nicht viel Privat. Ich denke, es ist nicht falsch oder so. Das ist... Nein, Flex, das war früher seine Freundin. Also an die ganzen Damen? Aha. Seine Ex. Aber mehr sage ich nicht. Alvaro, nur ich bin gerade ein bisschen schockiert. Also was heißt schockiert? Ich freue mich, weil du kennst mich ja damals im Mainstream. Und da habe ich ja, ich habe dir schon erzählt, Flex, ich bin ja selber Ex-Muslimin, ne? Und dann habe ich ja so langsam selber recherchiert und viele sagen ja Amir und so, ne? Die reden von Amir. Ich kannte den schon selber schon sehr lange, auch persönlich kenne ich den. Und der hat mir selber persönlich auch das Christentum beigebracht und alles. Aber ist auch was ganz anderes. Und das ist ja dein Landsmann, Alvaro. Und ich habe ja schon damals zu dir gesagt, Bruder, sei ehrlich, du darfst nicht lügen. Da hast du ja selber gesagt, nein, ich möchte von dir nichts hören. Der ist nicht mein Landsmann, der hat mit Iran nichts zu tun, dies, das. Da warst du ja in der Zeit noch Moslem. Und das fand ich so traurig, weißt du? Da warst du ja damals noch mit deiner Ex zusammen gewesen. Aber jetzt so zu hören, dass du Jesus angenommen hast. Ist das jetzt eine Dating-App hier geworden oder was? Hä? Das bin ich schon ganz kurz. Ganz kurz. Pocka, Pocka. Nicht böse gemeint. Nicht böse gemeint. Ja. An die ganzen Damen, die hier drin sind, so einen Alvaro kennen. Okay? Also du bist schon, glaube ich, die Sechste oder so. Okay? Ich bitte euch, kommt nicht hier hoch und redet über den Bruder und seine Privatsphäre. Na, sicher, nur damals war der ja in der Zeit Moslem. Und ich habe ja auch versucht, dass der Jesus Christus kennenlernt. Und ich freue mich für den. Ehrlich, nicht böse gemeint. Ich muss das cutten. Nein, nein, nein. Nichts Privates über den Bruder. Wir müssen auf jeden Fall dieses, äh, sagen wir mal, dieses, äh, bestimmte, ihr wisst schon, das müssen wir auf jeden Fall hier cutten. Ja? Also, das geht in einer bestimmten Richtung, das mir nicht gefällt, ja? Ja, ey, Pocka, Pocka, Gott segne dich, Gott segne dich, schreib ihm bitte privat. Bitte. Das ist nicht böse gemeint, ne? Das ist wirklich nicht böse gemeint. Nein, warum soll ich ihn privat schreiben? Also, wenn du ihn nicht privat schreibst, dann brauchst du ihn auch öffentlich zu sagen. Ich finde das schön, dass er Jesus Christus angenommen hat. Amen, Halleluja. Weil ich kannte den damals, wo der Moslem war und er davon nichts hören wollte. Ich war, ich war, Bruder, ich war nicht nur der, der so, der nichts hören wollte. Nein, 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 bitte, nichts Privates über dich. Nein, das ist nicht privat. Mehr rede ich ja auch nicht. Nein, 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 das war so, es war so, wo ich damals Bosnien war, danach war ich ja zu Atheist, ungläubig, Bruder, ich war sowas von ungläubig, dass es schon, Ungläubigkeit sogar zu nett gemeint war, weißt du, was ich meine? So ungläubig war ich, Bruder. Ja. Und jetzt bin ich mal vor, ausgerichtet, ich habe zu Jesus Christus angewunden. Ist das nicht wunderschön? Das ist sehr schön, sehr, sehr schön. Nichtsdestotrotz, Leute, das war ein sehr, sehr schöner Livestream. Es war wirklich Hammer. Ähm, Pukka, möchtest du vielleicht den Leuten noch was sagen? Eigentlich gar nichts, aber war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, wie immer. Sehr interessant. Die Dona hat gesagt, wir sollen warten, was ist denn jetzt schon wieder Dona? Wieder eine Million, oder wie? Nein, eine Million, nein, das ist gut. Aber übrigens habe ich gehört, habe ich gehört, Leute, wenn wir weiterhin diese eine Million knacken, ähm, dann haben wir Vorteile übrigens. Also wenn wir weiterhin immer diese eine Million knacken, also bisher haben wir es jetzt einmal geknackt, aber das müssen wir, glaube ich, mehrmals knacken und dann, ja. Genau, deswegen Gas geben. Jetzt nur eine Sache, was ich nicht verstanden habe, da war ja, da war ja dieser, wie hieß der nochmal, Abu, noch was? Ich habe vergessen. Äh, Abu was? Der eine Typ, der mit seinen Kollegen, der irgendwie versucht hat, mit den Tagen, der hat das ja mit den Tagen irgendwie nicht verstanden. Welche Tagen? Meinst du Abu Qasim? Nee, der hieß nicht Abu Qasim. Die nennen sich doch alle Abu hier, der eine, der das mit den Tagen nicht verstanden hat. Dieser Mojavid und Mojauhid. Ja, der mit der Brille, die waren so... Dieser Al-Mojahid gerade, glaube ich, wo er hier war. Ja. Ja, genau, genau, genau der. Was ich nicht verstanden habe, also, was meinte er am Ende, wir haben den gleichen Gott? Wollte er sagen, oder? Nee, das ist verwirrend, verwirrend, machen wir mit Dona weiter. Gottes Segen, meine Schwester. Ist auf jeden Fall sehr verwirrend. Ja, auf jeden Fall. Gottes Segen, Schwester. Äh, nur ganz kurz, äh, Flex, du musst warten bis 350k, sonst kann ich heute Nacht nicht schlafen wegen meinem Monk, du weißt. Ach, du Scheiße. Also, Leute, tut mir eingefallen, ich küsse eure Herzen. Alle jetzt bitte mal bis 350k Likes, kommt schon. Alle mal stark liken, alle mal stark liken, weil ich sage euch ganz ehrlich, Leute, ich bin so müde. Und an Juli, ich küsse dein Herz, ja, ich küsse deine Füße. Und an alle anderen, die, ähm, unterstützt haben, Leute, ich liebe euch von ganzem Herzen, ne, und, ähm... Wenn wir, wenn wir jemanden Böses getan haben oder unbewusst zu Unrecht behandelt haben, dann verzeiht uns bitte, vergibt uns bitte, das ist nicht unsere Absicht. Richtig. Das ist nicht unsere Absicht. Und wenn es von der Art her auch unsympathisch rüberkommt, verzeiht uns bitte, das ist nicht unsere Absicht. Wir sind auch nur Menschen. Richtig, richtig. Juli, ich küsse doch dein Herz. Gelobt sei Gott für alles. Küsse doch dein Herz, Juli. Dann zu ihm. Ach, Bruder, ich will nichts sagen. Ja, schade, schade. Aber ich hoffe, der hört, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, er wird die Wahrheit wiedererkennen und umkehren. Wenn, dann sonst können wir auch privat darüber reden, weißt du. Ich denke, privat ist besser. Ja, Bruder, es tut mir auch richtig, richtig weh, weißt du, wenn ich ihn so sehe. Weißt du, was das Ding ist? Damals, Bruder, wo ich, ich habe ja, ich kenne ihn schon seit Jahren, weißt du, damals, wo ich ihn kannte, als er noch bei Christentum war. Er war so lustig drauf, er war glücklich, er hat gelächelt. Ja, jetzt nicht mehr. Anderer Geist. Anderer Mensch, Bruder. Anderer Mensch. Ich liebe es, das ist normal. Sobald du diesen Geist angenommen hast, du bist ein aggressiver Mensch. Das ist Katastrophe, Bruder. Das habe ich mir noch schon bereits gesagt. Er verschiebt es einfach nicht. Er verschiebt es. Anderer Geist. Du nimmst automatisch einen anderen Geist an. Das ist nicht normal. Ich hätte nicht gedacht, dass du ihn vielleicht kennt oder so privat kennt, aber boah, das ist... Nein, also ich kenne ihn nicht, aber ich habe das, ich habe es so schleichend ihn mal gesehen, so ein bisschen so. Ah, okay. Aber lass uns privat darüber sprechen. Privat ist besser, weil öffentlich, das ist nicht so eine gute Idee. Gerne, mein Bruder, jetzt. Ich habe dir ja auf jeden Fall dein Plus schon ziemlich lange geklaut. Und... Ich auch. Ich auch. Dann machen wir das so und wir klären das dann privat, mein Bruder. Ich danke dir vom Herzen erstmal für diesen Stream. War richtig schön. Und du weißt, du bist auch jederzeit bei mir natürlich willkommen. Ihr alle natürlich, ne? Du mir bitte eingefallen, Bruder, weil das wollte ich dir sagen, als diese Dämonen bei dir drinnen waren. Du mir eingefallen, Bruder, nimm diese Dämonen am liebsten nicht hoch. Ja, sie versuchen, dich zu manipulieren. Und lass dich bitte nicht manipulieren. Du bist im wahren Glauben. Ja, und ich schwöre dir, sei mit deinen Brüdern und Geschwistern zusammen. Ich bin fest davon überzeugt, nach sechs, sieben Monaten oder acht Monaten, ja, wirst du ebenfalls genauso aufklären wie ich. Wenn du dich mit der Schrift sehr viel befassen tust, bin ich fest davon überzeugt, dass du ebenfalls aufklären kannst. Und dann haben wir wirklich richtige Soldaten hier. Amen, mein Bruder. Das stimmt, ja. Ich gebe dir Brief und Siegel, Bruder. Keiner, kein Mensch auf dieser Welt, Bruder, nicht mal der Satan, ich sage dir wirklich, nicht mal der Satan selbst, Bruder, schafft es, dass ich dieser Religion beitrete wieder. Nie im Leben, egal was es ist, Bruder. Amen. Amen. Mein Glaube, meine Loyalität und meine Treue ist zu meinem Gott so stark, das weißt du gar nicht, Bruder. Das ist so stark. Weißt du, es ist so stark, Bruder, ich lasse es von keinem Menschen zu, weißt du, ich habe schon Drohnachrichten bekommen, dies und das und irgendwelche Sachen, ne? Diese Drohnachrichten, diese Drohnachrichten, ich sage dir ganz ehrlich, wenn du wüsstest, was ich für Drohnachrichten habe, eigentlich müssten bei mir schon lange die Laternen platzen. Ich sage dir ganz ehrlich, ich bin ein Mensch, Alvaro, ich sage dir ganz ehrlich, wie es ist, ich bin ein Mensch, ich gehe auf Bälle ein. Ich gehe sogar darauf ein, ich sage dir ganz ehrlich. Ja, ich sage sogar den Leuten, hey, weißt du was, wenn du wirklich darauf eingehen willst, dann komm, komm, aber komm alleine. Aber dann nehme ich dich hops. Ja, aber dadurch, dass ich den Herrn erkannt habe und dadurch, dass ich über Gott spreche, über den Herrn Jesus Christus, ich kann gar nicht mehr darauf eingehen. Weißt du, was ich mittlerweile mache? Ich ignoriere diese, ich ignoriere diese Dämonen einfach, weil die interessieren mich nicht. Bei mir ist es genauso 1 zu 1, Bruder. Ich habe mich damals gestellt, der eine Typ, ich sagte, vier Leute, kein Problem, ich komme alleine, komm, vier gegen eins. Weißt du, so war ich drauf, weißt du. Und dann irgendwann habe ich mir gemerkt, nein, Mann, das ist ja auch, wenn unser Gott selber sagt, vergib mir. Wenn unser Gott selber sagt, wenn du hier sagen willst, gib mir andere Wange dazu, weißt du, ich bin einfach so abgestopft. Oder weil ich möchte auch ein Vorbild sein für unsere andere Geschwister in unserem Glauben, ja. Und das ist das mit uns. Vergesst eine Sache nicht, Alvaro, egal wie oft sie dir schreiben, lass dir keine Angst einjagen. Null. Flex, die haben das sogar letztens, wo ich bei dir drin war, haben die das sogar bei mir auch gemacht. Die haben mir hier auf TikTok geschrieben, die haben mich voll beleidigt, weil die das ja mitbekommen haben, ne. Weil ich erzählt habe, Ex-Muslimen und so, auch so, die markieren mich zum Beispiel bei so einem Video, irgendeiner hat dich aufgenommen gehabt, ne. Nee. Ich weiß nicht, ob ich dich drauf markieren kann, ob du das Video überhaupt kennst. Die haben mich ernsthaft markiert. Was die mittlerweile machen, daran merkt man einfach, dass diese Muslime eigentlich verzweifelt sind, ja. Sie nehmen Livestreams auf, wie jetzt zum Beispiel, okay, die nehmen mich auf und dann schneiden die das Video so, wie sie es haben wollen und machen das Video lächerlich, okay, dass die Leute, wenn sie drauf kommen, ja, und das sehen und sagen, ah, ha, 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 guck mal, den Flex aber dabei ist... Nein, sie haben eine ganz andere Schiene bei dir gemacht, weißt du, was sie gemacht haben bei dir? Ähm, die haben dich nicht aufgenommen, ich wurde irgendwie markiert, ich habe mir das so ehrlich gesagt auch nicht bis Ende angeguckt, die haben irgendwie versucht, irgendein, ich habe vergessen, wie der heißt, auch so ein Salafist, äh, dass du dein Geld einnimmst und dass du, äh, das ist dein Content, so ein, auf den du predigst, aber verarschst die Leute hier so, ne, und die haben da keine Beweise, ja, ja, ich schwöre, ich habe direkt weggemacht, ich habe diese Person blockiert. Ich wollte nur kurz sagen, Bruder, falls mal irgendwie wirklich Bella sein sollte und schlimm sein sollte, Bruder, auf mich kannst du dich 100% verlassen. Ja, Bruder, alles gut, ich habe, ich habe im Hintergrund sogar ein paar Leute, die selber gesagt haben, ey, wenn irgendwas sein sollte, einfach da und dann passt das und dann habe ich gesagt, alles gut. Das Ding ist, Bruder, ich sage dir ganz ehrlich, ich gehe auf Bella gar nicht ein, ähm, ich weiß, dass die meisten wirklich hinter mir stehen würden, ich weiß das, äh, und dafür, ich liebe euch dafür, aber soll ich, soll ich ganz ehrlich sein, Leute, wir gehen diese Dämonen aus dem Weg. Wisst ihr, warum? Diese Dämonen toben, weil sie auseinandergenommen werden. Fertig, Punkt, aus, finish, Amen. Mehr muss man dazu nicht sagen. Die toben wie verrückt, die können nicht mehr, die sind am Ende, deswegen zittern die, ja, ist einfach so. Ja. Wir brauchen einen Jesus-Sticker. Ein was? I love Jesus-Sticker. Oh, achso, du meinst als Hintergrund, ja? Nein, nein, du hast doch diese... Meint diesen Abo, ne? Ja, genau, bei diesem Abo, da hast du doch diese Flaggen und diese Sticker, was man da schicken kann. Ah, du meinst jetzt hier für die Abonnenten, gell? Genau, genau. Okay, also wenn ihr wollt, kann ich die Jesus-Kreuz auch hinzufügen. Ja, mach das bitte. Okay, soll ich dann den Namen Flex entfernen, soll ich dann Yahweh machen, soll ich das dann so machen? Ja, warum nicht? Äh, ich frage euch, also... Wie meint ihr, deinen ganzen Namen ändern, meinst du jetzt, oder wie? Ne, ne, ich meine jetzt hier, für, 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 für Abo, für Abo, ich soll den Namen Flex entfernen, Yahweh hinzufügen und dann soll ich noch die Jesus-Kreuze dann hinzufügen. Also wie ihr wollt, mir ist es egal. Und italienische Flagge bitte für die Sabrina, die Arme, die sage ich schon sehr oft. Italienische Flagge füge ich dann hinzu, das passt. Soll ich jetzt Flex lassen oder Yahweh hinzufügen oder Flex lassen? Was, ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst mit Flex, wo steht das? Also hier, du siehst doch, bei Sabrina auf der linken Seite steht doch Flex und der Gorilla. Ja. Soll ich da Yahweh statt Flex machen? Oh, wie cool. Ja, geht das? Ja, das geht. Kann man das echt? Ja, ja. Ja, wie cool der das macht? Ich würde sagen, lass Flex. Aber so Jesus-Sticker, Kreuz-Sticker würde ich schon so hinzufügen, ja. Okay, dann lasse ich Flex. Okay. Ja, gut. Alles klar. Gut, Leute, dann machen wir eine kleine... Jetzt warte kurz, Flex, jetzt kannst du auch bis 400 warten. Oh nein, um Himmels Willen. Ja, aber der will doch nur seine Serie gucken. Ja, okay, okay, Heide. Ich würde meine Serie angucken, weil sonst ich komme gar nicht dazu. Flex, mein lieber Bruder, eine letzte Frage hätte ich, danach gehe ich auf. Alles gut, mein Bruder. Ja, ja. Ich hätte gerne eine Kreuzkette, Bruder, aber ich habe gehört, ich würde es nicht irgendwie von Amazon holen oder irgendwas, ich würde von einer christlichen Dings holen oder so. Ich weiß nicht, also, kennst du eine Seite, wo ich gute Kreuzkette auf jeden Fall holen kann? Tatsächlich, ähm, kleine und große. Äh, puh, ich schaue, ich schaue kurz, weil ich habe es jetzt nicht, äh, ich kann es dir jetzt nicht aus dem Kopf sagen, ich schaue und dann sage ich dir Bescheid. Alvaro, du kannst auch normale Kreuzkette bestellen, ne? Du kannst auch in der Kirche gehen und diese Kreuzkette segnen, habe ich gehört. Segnen lassen, ja. Ich wollte es mit mir tragen, ich wollte das mal als Kette haben, deswegen entweder auch, ich wollte erst mal so einen kleinen haben und dann auch so einen großen haben, weißt du? Ähm, Dona wollte auch noch was sagen, Dona? Es fehlt auch eine kroatische Flagge, soll ich sagen. Kroatische Flagge, also, Dona, dann schreib mir bitte alle Sachen. Ich schreibe dir, ja, ich mache es dir. Weil mein Gehirn ist am Explodieren, ich kann nicht alles hinzufügen. Oh, okay, I kiss your heart, guys, I love you, ich meine es ernsthaft, ich küsse eure Herzen, I love you guys, fühlt euch gedrückt. Dieser Livestream war mal wieder sehr, sehr schön, I love you guys nochmal. Und, ähm, so Gott will, wenn ich die Energie habe, bin ich dann morgen da, also heute, ja, circa in zwölf Stunden, ich bin verdammt. Alles klar, leg dich schlafen, Flix. Gottes Segen, mein Lieber. Gottes Segen an euch alle. Gottes Segen an euch alle, vielen, vielen Dank, liebe Geschwister, lasst es euch gut gehen und ich wünsche euch eine wunderschöne Nacht. Danke, mein Bruder, nochmal. Danke, mir. Gottes Segen, schlaf gut. Gute Nacht, Leute. Gottes Segen. Gottes Segen. Also, ciao, ciao. Ciao, ciao. Gottes Segen, eure Familie, Leute, und euch. Danke, deine auch, Alvaro. Dankeschön, Amen. Tschüss. Tschüss.